So, die Herrschaften, was kann ich, was wir tun? Ja, wir waren gestern Abend schon mal hier. Ich bin hier wegen dem Pferd. Wegen dem Morgen, genau. Hallo, Tom. Ich soll da von den anderen Leuten schöne Grüße bestellen und Danko. Ja, gerne. Ähm... Ja, kriegen wir hin. Dann kommen Sie gerne mit. Ich reite noch mal eben nach Strawberry. Aber was waren da hinten die Leute? Die wollten, glaube ich, auch mit dir sprechen. Wollen ja mal alle mit dir sprechen. Ja, dann sprich doch einfach mit denen, du bist doch auch da. Ja, die wollen dann trotzdem zu dir. Dann mach du das hier mit dem Morgen. Ja, das wollte ich auch eben schon machen. Die haben gesagt, nee, sie machen es mit dir. Okay. Ja, naja. Ich gucke mal wegen Sichtung. Ja. Oh, das ist ein lübsches Pferd. Ja, ich dachte auch, ne? Das passt ganz gut. Ja. Aber, ähm... Da gilt natürlich, dass... Guck mal nach. Das, äh, bei der Kleine. Ach, wer ist denn, ja? Ach, Gott, schön. Das ist unser neuestes Fohlen. Ach, wie putzig. Ja. Das ist ja fast so groß wie du, Frau. Ei. So, das gleiche gilt natürlich noch mal. Setzen Sie sich gerne mal drauf und reiten Sie in eine Runde. Gucken, ob das passt. Ja, mach ich. Na klar. Ja, da bin ich gleich noch mal zurück und frage einmal ganz kurz, was Sie hinten wollen. Ja, ich glaube, das heißt im Augenblick. Oh, ist das süß! Oh, hier kommt klar Herrskopf. Ja, wir kommen. Achso, hier der Herrbrot mit dir freig. Fokito. Peter hat Bescheid gesagt. Ja. Der hat jetzt einen anderen, aber er hat gesagt, wie können Sie den mitnehmen? Dann würde ich mich auch meinen weißen Araber reiten. Ich, ähm, ja, tatsächlich habe ich, äh, habe ich das gesehen. Ja. Allerdings haben wir dann die Mitarbeiter zu spät gesagt, dass, äh, dass er dann auch noch mal kommt. Ich hatte nur die Nachricht gelesen, da war noch keiner da. Das heißt, ich habe den in der Zwischenzeit schon verkauft. Aber das ist nicht schlimm. Ich schicke dir ein Telegram, wenn wir nochmal einen da haben. Okay. Wollen wir es so machen? Das ist schwarz, schwarz würde auch gehen, klar. Egal, welche Farbe? Ja, schwarz ist eigentlich schon mehr geil. Wenn es schwarz ist. Gib mal einen roten. Nee, den haben wir tatsächlich noch jemanden, der ist schon eingetragen. Okay. Genau. Dann, äh, Fokito, gib mir nochmal deine Telegram-Nummer. Äh, ich glaube, es ist die 5, 2, 3. Ich gucke nur selten rein. Am besten komme ich am Tag mal vorbei, so hindurch. Okay, alles klar. Dann schreibe ich mir es trotzdem auf. Warte mal, doch, 5, 2, 3 muss es sein, ja. Wir probieren das, vielleicht klappt es ja. Ja. Alles klar, habe ich mir notiert. Perfekt. Perfekt. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz nach hinten. Na gut. Und ihr guckt noch ein bisschen Baby. Ich würde ja sagen, das fährt in... Alles ist gut. Bist du gut? Ja, du bist ein Großer und du musst das erstmal zeigen, ne? Wie toll du das kannst. Ja, ja, ja. Komm mal her. Na? Viele Leute hier, ne? Und die ganzen Fohlen, das macht einen auch immer ein bisschen durcheinander. Ja, da stehen so viele Leute um ihn drum herum. Ja, ja, das sind die erstmal nicht gewohnt, ne? Das sind doch trotzdem wildgezähmte Tiere. Die müssen sich daran erstmal gewöhnen, auf jeden Fall. Ja. Aber im Grunde genommen, er ist ein bisschen jünger. Ja, also ich schätze er ist so sechs ungefähr. Aber hat sich jetzt ganz gut zureiten lassen. Wie gesagt, wenn sie merken, da ist nochmal irgendwas, haben wir... Ich habe sie gestern ja schon gesagt, dann kommen sie nochmal vorbei. Dann machen wir das mal mit einer Reitstunde, dass sich beide dran gewöhnen und dann sollte das eigentlich kein Problem. Ja, können wir gerne machen. Ja, wunderbar. Dann passt das so. Soll das ihrer werden? Ja, gerne. Okay, wem darf ich denn den Schuldschein ausstellen? Mir. Jawohl. Dann machen wir das auch. So. Einmal hier unterschreiben, damit ich den mit der Bank einlösen kann. Und dann brauche ich einmal, am besten machen wir das hier, brauche ich einmal den Zettel mit ihrem Namen, den sie bekommen haben bei der Einreise. Damit ich den damit eintragen kann. Das ist great. Dann sind das ihre Papiere, bitteschön. Vielen Dank. Wo soll er hin? Nach Strawberry oder nach Valentine in den Stall? Ich muss ihn da einmal hinschicken, weil der Stallmeister will dann immer einmal die Papiere sehen. Nach Valentine. Gut, dann lasse ich ihn nach Valentine bringen, dann können Sie ihn gleich dort abholen. Ja? Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Wenn Sie ansonsten noch mal irgendwas brauchen, kommen Sie rum. Ja, danke schön. Ich hätte noch mal eine Bitte. Ja. Ihr Kollege, der hat gerade mein Maultier verarztet. Er hatte dann Verband drum gemacht. Ja. Er sagte, er würde, bevor wir losgehen, noch mal gucken, ob das jetzt weniger geschwollen ist. Aber ich sehe den irgendwo. Ich glaube, der ist weg. Ja, dann gucke ich. Dann gehen Sie mal am besten mit mir mit zum Maultier. Dann gucken wir uns das kurz an. Ja, klar. Ist das da hinten? In der Reihe von Maultier vermutlich. Ja, der hat die Prozess gekauft, aber wir kommen wieder hierher. Hatten Sie dann gemacht? Frieder macht auch geringere Preise. Er ist umgeknickt. Okay. Ist der in der Mitte? Alles klar. Können Sie den einmal hier nach vorne holen? Das ist ein bisschen sicherer für uns alle, glaube ich. Hallo, Mr. Fächer. Hallo, schönen Abend. Ja, ebenso. Hinten war das? Äh, nee, vorne rechts. Ja. So, großer. Ja. Ja. Okay, okay, okay. Ja, das scheint tatsächlich aber erstmal nur angesprochen zu sein. Der Verband ist schon ganz gut rum. Das ist ein Kräuterverband, ne? Da ist ein bisschen Minze drum, da ist jetzt kaltes Wasser mit drauf. Das heißt, das wirkt jetzt erstmal abschwellend. Wir versuchen es mal damit. Wenn Sie nachher die Zeit haben, dann gehen Sie mit ihm mal ein bisschen im Fluss, da wo es ein bisschen, ähm, nicht stehendes Wasser ist, sondern wirklich fließendes, das ist meistens kühler. Lassen Sie ihn da mal auch kurz stehen, vielleicht heute Abend, bevor Sie ihn nochmal in den Stall bringen, äh, damit es nochmal ein bisschen runterkühlt. Und wenn es morgen früh nicht besser ist oder morgen nicht besser ist, kommen Sie noch mal hoch, dann würde ich Ihnen nochmal eine Salbe mitgeben. Aber, ähm, wenn er jetzt erstmal nur umgeknickt ist, dann schwillt das gerne an, aber das erholt sich meistens auch relativ schnell wieder. Ja? Machen wir das so. Sieht aber tatsächlich, er sieht auch so noch ganz fit aus. Ich würde ihn jetzt natürlich nicht mehr zu arg reiten, ne? Also da müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein, sonst wird es natürlich schlimmer. Aber der Verband sitzt erstmal gut, ähm, es ist ein bisschen warm, Sie merken das schon durch den Verband, das war eigentlich, der war dann eigentlich kalt, jetzt ist er schon ein bisschen warm. Das heißt, nachher nochmal kühlen, der Verband kann auch draufbleiben, das kann mitkühlen und dann ist das in Ordnung. Sollte morgen eigentlich schon deutlich besser sein. Okay. Wunderbar. Ich hatte schon die Befürchtung, dass es das letzte Mal war. Nein, 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 um Gottes willen. Die Tiere erholen sich, gerade Maultiere sind eigentlich relativ zäh, was sowas angeht. Ähm, das passiert... Ach, ich meine, der muss mich ja auch aushalten können. Der muss sie aushalten können, richtig. Jetzt müssen Sie heute ein bisschen, also galoppieren Sie jetzt nicht mehr so arg mit ihm, ne? Dass er jetzt nicht mehr in große Gefahrensituationen kommt. Aber, äh, die machen auf mich den Eindruck, dass sie, äh, dass sie nicht auf den Kopf gefallen sind. Ich glaube, sie werden das auch selber merken, wann er dann nicht mehr kann und, äh, dass sie da nicht zu dolle mitmachen. Ja, das eine oder andere Mal bin ich bestimmt auf den Kopf gefallen, aber ich weiß, wie du dir das meinst. Seitdem ich dich hier wieder getroffen habe, schon dreimal. Lass mich in Ruhe nach vorne. Okay, wie gesagt, wenn es nicht besser wird, kommen Sie morgen früh einfach nochmal. Oder morgen im Laufe des Tages, dann gucken wir es uns nochmal an, machen nochmal Salbe drauf. Okay, wunderbar. Ja, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen, äh, ja, gutes nach Hause kommen, trotzdem. Und hier, gute Besserung. Aber das sieht gut aus, der Verband ist schön fest. Das wird wieder, das kriegen wir hin. Jawoll, dann, schönen Abend. Ja, Ihnen auch. Wiedersehen. Frieden, viel Spaß mit dem Pferd. Tschüss. Auf geht's, Isaac. Aber die Frieda-Stimme ist immer noch nicht ganz da. Ja, das kann sein, aber, ja, Stahlbaden brauche ich vielleicht auch selbst. Ja, gut, aber einmal zum einen zu reparieren und dann zahlen Sie nur noch 50 Pferdungsraser. Ja, in Blackwater oder in Rhodes? In Rhodes, müssen wir mit Jason oder One reden können. Okay, da muss ich den mal fragen. Weil ich, ich habe ja, ich habe ja schon vier, fünf gute, gute Spitzhacken jetzt. Ja. Da lohnt sich das schon, bei dem Unterschied zu überlegen, wo man reparieren geht. Ich würde Ihnen in Rhodes empfehlen, tatsächlich. Okay. Ja, aber ich kenne den Herrn noch nicht, aber gut, dass Sie es mir sagen. Ich habe es nur bisher alles nur gehört. In zwei Herren. Sehr, sehr sympathisch. Auch gerade da, der Juan ist gerade da. Und ist gerade noch ein... Jeder, ich glaube, das heißt wirklich, oh, ist das süß. Ja. Tom, komm mal gleich. Das heißt so, oder? Tom, eine Bitte an dich. Wenn wir hier viele Leute stehen haben und gerade Elli vielleicht auch mit unten steht, dann versuch du mal an der Zeit zu tauschen, dass du mit runter gehst und mit Thomas auf die Pflanzen aufpasst und Elli dann hier hoch kann, weil die mir dann beim Pferdeverkauf auch helfen kann. Ich weiß, dass du immer sagst, dann müssen die halt auch mal warten, aber wir sind momentan darauf angewiesen, dass wir die Kunden hier gut bedienen. Ich wusste ja nicht, dass unten einer ist. Ja, ja, Thomas und Elli sind unten bei den Pflanzen. Aber Thomas meinte nur, du hast gestern irgendwie gesagt, so ja, dann müssen die jetzt halt warten. Thomas soll keine Pferde verkaufen. Ne, das ist wichtig. Nein, das war, das war, weil Thomas alleine war und der hatte dann hier oben die ganze Zeit sich drum gekümmert. Also der war halt alleine hier und dann hat er gesagt, dann passiert ihm mal, dass die Pflanzen trocken laufen. Und da habe ich ihm gesagt, dann musst du halt zu den Leuten sagen, wenn du weißt, dass die Pferde jetzt gegossen werden müssen, dass sie mal kurz warten müssen. Okay, aber da warst du nicht da in der Zeit, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Gut, weil es hätte mich auch schon gewundert. Also er war komplett alleine. Ja, ja, okay. Gut, es hätte mich auch gewundert, dass du dann sagst, dann machst du das und du stehst daneben und wärst da nicht runtergegangen. Das weiß ich normalerweise aber, ja. Kam, war jetzt wohl, keine Ahnung, ich wollte es nur auf jeden Fall gesagt haben, dass wir uns dann einfach abwechseln, dass wir einfach tauschen. Das ist wohl ein bisschen aufgeschlagen heute, dass Thomas da ein bisschen überfordert war. Aber ich muss auch noch gucken, dass ich einen einstelle für morgens oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber im Moment wollen alle nur eingestellt werden für die Pferde. Ich habe das Gefühl, die wollen ein bisschen günstiger an den Preis kommen, weißt du? Ja. Und ich brauche keinen mehr für Pferde momentan. Ich brauche noch welche fürs Feld, aber nicht für Pferde. Ja. Das Problem ist halt, dass die Leute meistens viel zu lange schlafen. Ja, das ist ja auch kein Problem. Weil ich habe das morgens eigentlich nicht, mich noch zusätzlich um das Feld zu kümmern. Das haben wir heute Morgen ja auch gemerkt, ne? Wir müssen uns um die Fohlen jetzt noch kümmern. Die müssen ausgebildet werden. Das ist sonst so viel. Also brauche ich einfach Leute, die dann verlässlich eben auf dem Feld arbeiten. Ja, 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 okay. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Wie geht's, Milk Baby? Ganz gut. Sehr gut. Hallo Tom. Hallo. Sehr schön. Magst du die beiden mal nochmal füttern? Die Fohlen? Ja. Ja, das wäre gut. Holst du das eine eben raus? Ja. Hallo Lady Death. Ein Wunderschön. Wie zu regeln. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. wie bitte ich mache die waffen günstiger das kommt jetzt kommt er an sie wollen dann immer noch wie wir wollten ja das ist ja schon frech frida ihr wolltet euren hof auch eventuell ausstatten mit waffen habe ich gehört zur verteidigung vielleicht redet ihr dann mal mit uns weil wir kommen da vielleicht günstig ran ich habe gerade mit dem herrn schon ein bisschen gesprochen und wenn ihr schon in der stahl liefert quasi für die waffen und dann noch 25 dollar zeit das ist ein bisschen frech ja wir sind eigentlich ja was heißt denn mit euch wo arbeitest du dann bei welchen naja ich wohne einfach bei onkel aber wir du weißt ich wohne weit im westen aktuell und dann weißt ja auch dass die schlimmen finger sich er da aufhalten ja gut das sind geschäfte die machte man mit mike da will ich gar nichts von hören ehrlich gesagt sehr gut naja wir machen ja auch keine illegalen geschäfte also sind die mike hattet ihr nicht heute fleisch gebrauten ja kann sein dass das schon wieder leer ist moment einer nach dem anderen kann sein dass das schon wieder leer ist ich weiß nicht was wir gerade da haben ich habe gar nichts ja dann brauchen wir muss ja okay wir haben kein fleisch mehr ja ich gehe gleich jagen nein es darf unten nicht mehr gejagt werden ja dann gehe ich woanders hin ja müssen wir mal gucken vielleicht kaufe ich auch einfach dann irgendwo was an ich habe stevie im dunten strawberry getroffen dort ist dich wohl mal mit ihr unterhalten wegen dem apalusa dem schwarzen mit dem weißen flecken also ja auch aber ja warum was will sie damit ihre tochter hat eine stute genau das hat sie heute schon dreimal uns erzählt und sie würde sie hat ihre tochter gefragt die würde die stute zum decken hier lassen das hat sie dir schon dreimal erzählt okay mehr hat sie gesagt dass sie dir das noch nicht gesagt hat aber gut sollte ich dir sagen ja ihr redet halt so viel dass sie gar nicht mehr weiß was ja weiß ich die kommt morgen sowieso noch mal und dann machen wir das das ist doch eigentlich abgesprochen soweit verstanden habe kommt die morgen aber ich weiß nicht wenn ich sie nachher treffe dann kann man das auch so machen keine ahnung ich habe meine botschaft überbracht für mich ist die aufgabe erfüllt ja sehr gut bei den sichtungen war also ja brauchen wir nicht drüber reden so ein das einzige was dabei waren mustang tigers hier sind aber sonst war morgens es war walker abalusa einer aber sonst nur bist wie gesagt ich würde schnell losziehen jagen ob das reicht für den tag ist noch mal die sache na für heute und morgen für heute sollte es erst mal reichen aber ich weiß halt nicht wo willst du denn jagen weil sind glaube ich fast alle gebiete irgendwie versperrt ganz ehrlich zu noten jage ich mir einen von den gottverdammten indianern auch so was zu sagen die mag ich aber nicht das ist kein menschenfleisch aber ich sag mal so man kann uns nicht hier unsere nahrungsquelle nehmen es funktioniert halt nicht entweder leben wir hier friedlich gemeinsam und teilen uns das was mutter natur uns gibt oder ja dann halt nicht ich werde mit denen auch noch mal sprechen wir müssen hier die erlaubnis bekommen dass zumindestens wir hier jagen dürfen das macht sonst kein sinn macht sonst einfach keinen sinn auch wenn die sagen die bringen uns vielleicht vorbei wir wissen nicht wie wir die erreichen wir können nicht dahin ich weiß ich nicht ich weiß auch nicht genau wo sie sind das ist so jetzt sitzen wir dann haben nix keine ahnung es macht keinen sinn ich gehe da jetzt jagen und wenn einer von den indianern kommt dann schicke ich den hier her und dann ja genau mach das ganz einfache sache nimmst du tom mit dass du bitte nicht alleine bist das kann ich machen ja aber schnell was trinken wenn die trinken kann ich unterwegs anhalten komm dass wenn was passiert weißt du dass wenigstens noch jemand da ist der dich da rausholen kann oder auch was soll denn passieren also naja was passiert das dass wir dir Pfeile um die Ohren jagen wenn sie aufpassen wollen auf das gebiet unten sollen sie versuchen soll ich ein bestimmtes pferd nehmen oder bettüren wie du willst ich weiß ja nicht ob irgendeiner nach auslauf braucht hm der den norfolk hengst kannst du mitnehmen kann das besser als ich noch ein kind war ja erwachsen sein kann ganz schön anstrengend sein ja wie gesagt so ein indianer kommen ja nicht aber nicht vergessen das sind freunde von uns eigentlich ja das würde sagen dass ich von hier bin und dass wir dann auf jeden fall das noch mal erklären müssen dann wird gemeinsam hier hoch reiten ja ok ganz einfache ich habe eine kleine info habe ich vorhin vergessen noch ich habe war heute in strawberry da habe ich mit dem deputy gelliger gesprochen und hab dem mal angesprochen ob die schon irgendwas erklärt haben bezüglich der indianer und dem jagen hier und da hat er zu mir wortwörtlich gesagt ihr jagt so weiter wie sonst auch also ohne einschränkungen und wenn die indianer tschuldigung irgendwas machen sagt er uns bescheid und dann kümmern wir uns darum soll ich ein gewehr mitnehmen oder so ich meine wir haben kein essen mehr drin wir haben kein fleisch mehr nichts mehr ja wir gehen jetzt jagen soll ich damit oder ohne gewehr wofür brauchst du ein gewehr halt die ab und schießen dann reitest du so schnell wie du kannst ok und ich bin kurz in valentine ich muss da was weg bringen sonst habe ich keinen platz mehr müssen wir auf die pflanzen aufpassen oder sind die schon geerntet elli ist unten ja und wenn ich dann wieder da bin dann reitet elli weg bringt das zeug weg ja auch noch irgendwann ja aber kriegen wir alles hin alles gut mach das mal ok bis gleich dann na komm dann setzbar und reiten wir direkt los schaffen wir nicht ich halte mal schnell ein was trinken unten schaffen wir nicht ja ist ok das schaffen wir nicht ich habe das gefühl wenn ich mittags schlafen mache dann ist alles zu spät abend das ärgert mich auch ein bisschen aber natürlich dann stehen alle auf und wollen natürlich ihr ding machen und so ist halt so ja kannst du nichts machen das ist halt so hat er jetzt raus trainiert eigentlich ich weiß gar nicht Frieda fütter das kleine nicht so viel dann passt es genau zu dir ok das kriegt sein essen und wird ganz groß ja die treffen euch die haare vom kopf ja was denn sein naja aber weißt du was du hast ja lange haare wenn du den zopf wieder auf machst dann hast du noch ein bisschen vorrat ich verstehe ja na gut sag mal bescheid wenn ihr irgendwas bekommt also schwarz gerne oder auch weiß ja wenn du schwarz kriegst wäre ich noch ein tipp glücklicher aber weiß ist auch gut dann sind wir nämlich zusammen black and white ding 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 vielen dank sehr gerne und mit mit maik haben wir auch eine nette vereinbarung von der du ja ich muss bloß mikjon alles klar tschüüs tschüüü 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 und ausgeschlafen ja weiß ich nicht aber ja jahre ok mich wann wolltest du richtung tor welche mit komplett vergessen. Warum? Ja, weil Dale und Tom jetzt, also Dale ist jung, Thomas mit aufpassen, wir haben nichts mehr zu essen. Aber die Gefahr ist halt hoch, dass da unten was passiert. Ellie muss sich in der Zeit um die Pflanzen kümmern. Thomas muss kurz nach unten. Jemand muss hierbleiben. Für die Kundschaft, also ja. Ich muss die Fohlen nebenbei noch trainieren. Ich muss eigentlich Melissa mit eintrainieren. Aber Melissa ist, glaube ich, schlafen heute Abend. Ja, genau. Ich weiß noch nicht, ob sie heute kommt. Habt ihr mit der Valentine Ranch gesprochen? Ja, wir haben mit der Valentine Ranch gesprochen. Wir sind darauf verblieben. Die haben ja jetzt einen weißen Hengst vom Shire. Wir sind so verblieben, dass wir halt versuchen, die Guten und die Hengste untereinander zu tauschen, sodass wir eine gute Beziehung untereinander führen. Die Valentine Ranch und die Preistechnik? Über Geld haben wir nicht gesprochen. Ich denke, dass das dann, je nachdem, was das ist, noch verhandelt wird. Nee, ich meine halt, ob die einen Preis haben für ihre Shires. Was wir uns da gegenseitig nicht zu beschäftigen. Ich habe tatsächlich so, das Gespräch kam auch auf. Ich habe dann 150 Dollar ungefähr in den Raum geworfen. Da meinten sie, ja, das ist das, was wir auch verlangen würden tatsächlich. Und vielleicht noch ein bisschen Verhandlungsbasis, 10, 20 Dollar nach unten. Aber so in dem Rahmen liegt das. Okay, gut. Dann lassen wir ja Bescheid. Ja. Okay. Ja, ansonsten, ich habe noch Material gesammelt für drei Eimer. Wir haben jetzt drei Tauscheimer für die Indianer, sollten die mal wirklich Interesse haben. Ich habe dafür auch nur einen Dollar bezahlt pro Stück, nachdem ich die fertigen lassen habe. Also waren die für uns keine große Investitionen. Wir können da mehr rausziehen, als sie in Kostadam. Ja. Was vielleicht auch mal gut wäre bei einem Tausch. Und ja, ansonsten waren die Sheriffs nochmal hier von Strawberry. Die haben die Indianer gesucht. Weil die Sheriffs haben gestern mit den Leuten am See gesprochen. Und die meinten, dass sie nie so ein Verbot ausgesprochen hätten. Aber du hast halt gestern am Feuer erzählt, dass sie es gemacht haben. Ja. Die zwei Stämme hätten sich geeinigt, dass sie das gemacht haben und ihr ein Jagdverbot ausgesprochen haben. Ja. Ich habe den Sheriffs gesagt, dass das mir so erzählt wurde und dass das was Aktuelles ist. Und dann sind sie heute Nachmittag über die U.N. Vor ihnen war der Häuptling von dem Stamm da hinten und sie sind hinterher. Und anscheinend suchen die nochmal das Gespräch mit denen. Okay, weil Thomas Kader-Setter, der war heute auch ein Starbill. Und da haben die Deputies gesagt, dass wir da weiterhangen sollten. Sollte da irgendwas sein und die was dagegen haben, dann würden sich die Sheriffs darum kümmern. Aber ja, letztendlich auch nicht, was alle Seiten wollen. Aber wenn das so ist, dass die dann sagen, sie haben es nicht ausgesprochen. Aber der war ja gestern nach dem Gespräch auch nochmal hier. Erinnerst du dich? Da waren die alle hier. Da hat er mir auch was anderes gesagt. Ja, ich glaube, da weiß die eine nicht, was die andere gesagt hat. Ich glaube auch. Also da waren ja die Deputies, die Sheriffs nochmal hier. Aber Kallen ja auch hier. Und dann ging es aber dann irgendwie um die anderen aus den Plains. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie klicken die da alle nicht ganz durch. Naja, auf jeden Fall ist Dale jetzt runterjagen, weil wir nichts mehr zu essen haben. Tom ist dabei. Thomas wartet nach Valentine. Ellie ist noch auf dem Feld. Thomas steht da unten im Wald. Da steht auch sein Ungarer. Ja, dann macht er da wahrscheinlich noch irgendwas. Okay. In der Sichtung waren keine da. Ich war nochmal da. Ja. Bevor ich hingekommen bin. Ein American Payne war noch drin. Der wurde mir aber weggeschnappt. Ich hätte den sonst genommen. Das war der Schwarz-Weiße. Wer heute schon verkauft wurde, da kommt noch ein her, der muss noch 3,50 Dollar zahlen. Ja. Hat er schon gemacht? Hat er schon gemacht. Er war schon da. Memphis hat mir zurückgeantwortet. Der sagt dabei, ihr hattet einen Preis von 60 wohl ausgemacht. Aber er kommt heute Abend nochmal her. Ich habe keinen Bock mit ihm zu reden, Mann. Der Typ hatte vor fünf Tagen zwei Persönlichkeiten. Ich habe kein Interesse an ihm. Und dann hat sein Kollege ihm in den Fuß geschossen. Dann war er wieder der Normale für eine kurze Zeit. Dann hat er seinen Hut aufgezogen. Dann war er wieder irgendein anderer. Der Typ ist durch. Er triegt zu viel Alkohol. Ach, richtig. Ich weiß es nicht. Das werde ich auch mit dabei legen. Sie sind ja flexibel, ne? Also sind ja flexibel. Was ich ihm dann sage und was dann 20 Dollar mehr oder weniger sind, liegt er in unserer Hand. Ja. Das ist richtig. Gut. Gut. Hast du nur irgendwas? Ansonsten gucke ich mal, was ich machen kann. Ähm. Ne, tatsächlich müssen, äh, fange ich jetzt an, so ein bisschen die Fohlen zu trainieren. Da bräuchte ich eigentlich Elli mit zu. Aber die ist unten jetzt gerade auf dem Feld beschäftigt. Ich weiß nicht, ähm, also es kommen ja super viele Leute her, die sich bewerben, also die hier arbeiten wollen. Aber die wollen alle nur Pferdetrainer werden. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe das ungut Gefühl, dass viele von denen, naja, mehr oder minder, versuchen da günstig an ihr Tier ranzukommen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich würde doch erstmal wirklich keinen mehr anstellen. Egal, wer kommt. Also wenn, dann brauche ich halt noch unbedingt jemanden morgens fürs Feld. Ich schaffe das nicht, mich morgens noch mit ums Feld zu kümmern. Das funktioniert nicht. Ähm. Wenn ich dann die Sichtungen habe, etc., ne, dann bin ich unterwegs, dann dauert das länger, dann trocknen wir das Feld aus. Das funktioniert halt nicht. Also brauche ich halt unbedingt noch jemanden für morgens mit aufs Feld. Und vielleicht auch jemand, der mittags mit hier ist, dann mit Elli, ähm, mit, mit zu den Tieren. Aber Thomas soll keine Pferde verkaufen. Tom verkauft auch keine Pferde. Und, äh, Elli kann ja verkaufen. Genau, Elli und Melissa. Aber denen würde ich dann gerne noch auch alles über die Rassen erzählen. Damit wir da alle auf einem Stand sind. Und nicht dann wieder passiert, dass irgendjemand was anderes erzählt. Hm. Dann müsste ich mich die beiden Mädels mal schnappen und mich über den zusammensetzen. Mal gucken, wenn heute Abend Melissa vielleicht doch noch kommt, ansonsten müssen wir es morgen früh versuchen. Aber Elli ist natürlich immer, äh, die steht ja dann auch erst mittags auf und verpasst man sich meistens. Mhm. Ja. Würde gerne auch Melissa was Zähnen beibringen, aber, ja, du kriegst ja morgens mit, ne? Ja, es ist immer was zu tun, auf der Mensch, egal welche Uhrzeit. Richtig. Aber wenn die Leute halt kommen und es ist keiner hier, dann ist halt keiner hier. Mir ist das egal, also, keine Ahnung. Wenn nur Thomas da ist, der nicht verkaufen kann, muss er halt sagen, komm, so heute Abend bitte wieder. Fertig. Ja. Was willst du da machen? Du kannst ja nicht hier 24-7 irgendwie die Leute stehen. Nein, 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 das hab ich auch nicht gesagt. Es geht nur darum, dass ich, ähm, den Mädels das gerne, äh, in Ruhe beibringen wollen würde, aber wenn wir im Moment nicht dazu kommen. Aber wir kriegen das schon hin. Also, letztens hat Melissa den Araber gefangen und sie hat das echt gut gemacht. Ja. Ja, ich glaub ihr das auch, dass sie's gut macht, ähm, so, das sind halt... Ich hab ihr heute einen Tipp gegeben, den sie ja heute, also, ich hab sie ja heute mit dem Fernlass beobachtet, ähm, weil ich ihr das auch ein bisschen nebenbei zeig. Äh, sie ist halt, nachdem das Pferd aufgeschreckt war, die ganze Zeit hinterher gerannt. Mhm. Und das war halt ein Fehler, da ist sie halt nach Wellington von hier aus gerannt. Ja. Und man muss halt ruhig bleiben, bis das Pferd sich beruhigt hat und dann ganz langsam wieder ran und gucken, dass man sich wieder beruhigt, das hab ich ihr halt erzählt. Genau. Und man darf auch nicht ganz geduckt direkt ran gehen, weil man muss vorher schon aufstehen. Sonst kriegt man nämlich alle ab. Und am besten von vorne, damit das Pferd einen sieht und nicht von hinten. Genau. Das versuch ich immer, also, macht ihr da keine Gedanken, ich bin da auch ein bisschen dran. Ja. Also, das mit Melissa, das packen wir schon, das ist wirklich das Problem. Ja, ja. Ja, wie gesagt. Aber du darfst mal hier ein bisschen aufpassen, dass du nicht an Klippen zähnst. Nein, das, also, ich, das war heute Morgen tatsächlich einfach bescheuert. Das waren dann nicht mal so hohe Klippen oder sowas, ne? Das waren einfach nur so eine Bergkette, die nach oben ging. Und unten drunter war auch direkt grüne Wiese. Dann hat er sich mit einem Huf da aber so blöd reingehakt, dass wir den in dem Lasso nicht mehr rausbekommen haben. Der hat da halt fest gestanden. Ich dachte, wenn ich draufspringe, dass er sich dann erschreckt und einfach nach unten wegläuft, dann wäre es ja okay gewesen. Dann hätte ich ihn unten auf der Wiese wieder gezähmt. Ich mache das oft so, dass ich mich dann erst mal von den Klippen wegtreibe, ihnen hinterherlaufe und, ne? Ja, genau. weit weg sind. Aber das hat er halt einfach nicht gemacht. So, dann bin ich draufgesprungen und er ist die Klippen hochgesprungen und ist dann halt weggerutscht. Das war halt bescheuert, so. Aber kannst halt, steckst du manchmal nicht drin. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich dachte, da stimmt mir immer sehr drauf, dass ich die von den Klippen wegtreibe und alles. Das war halt blöd heute Morgen. Aber Stevie hat sich den Kopf schon angeguckt. Stevie hat jetzt Dale auch nochmal erzählt. Die erzählt allerdings auch dreimal, dass sie, dass ihre Tochter die Stute hat, hier die Appalusa-Stute, dass sie zum Lecken bringt. Dabei hat sie mir, war sie eben nochmal da und hat mir gesagt, sie kommt morgen früh. Das ist ein bisschen anstrengend. Also heute ist es nicht anstrengend. Ich glaube, ich habe die Tochter sogar gesehen mit dem Appalusa. Ja, die waren hier. Die Tochter wollte dann hier fragen, ob sie hier Pferde trainieren kann. Da habe ich gesagt, nein, das geht halt nicht. Also dafür müsste sie halt anstellen. Da kann man halt nichts mit anfangen. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach nur auf eine Farm wollen, damit sie, wie du sagst, günstig an Pferde kommen. Und auch bei den Sichtungen vielleicht, ja. Genau, ganz genau. Beispiel, ich habe halt, wenn ich jetzt ein böser Mensch wäre, hätte ich halt den Gypsy für mich behalten. Ja, als Beispiel. Ja. Ja. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich will eigentlich gar nicht, dass mehr Leute kommen, weil wir eigentlich sehr gut miteinander funktionieren alle. Ja, und das Feld, ganz ehrlich. Also man muss jetzt nicht unbedingt morgens um 7 Uhr anpflanzen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also wir haben genug im Lager. Wir können die Aufträge ohne Probleme abwickeln, auch wenn wir noch welche dazu bekommen. Ja, ich werde das auch nicht mehr machen. Ich werde mich morgens um die Tiere kümmern, und dann ist es halt gut. Ja, ich kann nichts dafür, dass Thomas ein geborener Feldarbeiter ist. Dann ist das so. Aber ich werde mich morgens nicht aufs Feld stellen. Tut mir leid, da habe ich keine Lust zu. Bin ich ehrlich. Wir haben auch eigentlich tatsächlich gar nicht die Nötigkeit, das zu machen. Das ist ja extra so, dass es eigentlich klappt. Genau. So, und Tom und Thomas und hier Jansen ist ja auch öfters da. Da kommt er übrigens gerade. Genau. Ich glaube, dass wir auch abends 2, 3, 4 Felder anbauen können und dann gut über die Runde kommen. Ja. Auch von den Abgaben, die private Leute nehmen. Ohne Probleme. Ja. Das stimmt. Deswegen, ja. So, dann mache ich jetzt folgendes, damit wir das gemacht haben. Ich muss auf dem McFarlane Ranch mit denen reden. Äh, Jansen. Ja, ja. Einen wunderschönen guten Abend. Du kriegst da einen Spezialauftrag. Du schnappst dir dein Pferd, wenn du jetzt nichts anderes dringenderes zu tun hast. Nö. Dann schnappst du dir dein Pferd auf dem McFarlane Ranch und frag mal, was die da für einen schwarzen Shire wollen. Sag nicht, dass du von hier wirst, sondern du musst einfach einen Grund, der sich für einen schwarzen Shire interessiert. Ja, ich sag, Leute, ich hab's in Rhodes auf der Straße gehört, dass die da halt einen schwarzen Shire haben und ich interessiere mich wie so ein großes Tier. Wird gerne mal wissen, wie viel mich das so kostet. Ja. Ja, brauchst du die machen. Genau. Okay. Perfekt. McFarlane Ranch. Da ganz unten. Okay. Genau. Ich komme dann nachher irgendwann auch und dann, äh... Wie bitte? Ich komme dann nachher irgendwann auch, weil ich mit dem Besitzern reden muss, aber dann, äh... Kennen wir uns halt für den Moment nicht. Hm. Also sollte ich da so eine halbe Stunde mich so in der... da auffallen, oder wie? Nein, 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 nein. Also schneller du da wegkommst, dass du besser ist. Ach so, okay. Genau. Hey. Sehr gut. Gut. Haben wir unseren Agenten unterwegs. Ach, offensichtlich. Ja, den kennt noch keiner. Ja, eben. Ja, das ist immer gut, so um vielleicht Beise raus. Ich bin nur von den anderen Farmen. Ja. Ja, und ich finde es gut, dass wir mit der Wellenthan-Wrench dann einfach zusammenarbeiten. Der Kontakt war von Anfang an gut und gegenseitig. Mhm. Wir sind hier hochgekommen, wir sind runtergekommen und, äh... Das scheint gut zu funktionieren. Ich glaube, da ist ein gewisses Maß an Vertrauen da, das passt. Ja, das denke ich auch. Okay. Ja, dann möchte ich noch ein bisschen mit dem Kleinen hier üben. Ja. Und guck mal, ob wir noch was an Grunden kriegen. Ja, ich bleib mal hier am Feuer sitzen, falls wer kommt. Mach du ruhig mit dem Kleinen ein bisschen was. So. Komm, kleiner Mann. Ach so, ich wollte das Zuchtbuch noch schreiben. Ah ja, ähm... Verdammt. Mhm. So, die Wellenthan-Farm. Ach so, genau. Du kannst die Wellenthan-Farm auch gerne mit reinschreiben, was das angeht. Mhm. Dass sie ihre Tiere auch zum... Also die haben jetzt vier weiße Scheiers da. Mhm. Eine Stute, drei Hengste. Also sie würden tatsächlich auch einen Hengst für uns zur Verfügung stellen. Dann habe ich auch gesagt, dass wir gerne den schwarzen Kleinen hier zur Verfügung stellen, sobald er groß geworden ist. Ja. Dass wir den für die Wellenthan-Farm immer bereit halten, wenn er den möchte und Lust hat. Ja. Und das machen die mit dem Weißen genauso. Kannst du gerne so ein. Alles klar, trage ich ein. Supi, du bist gleich. So. So, kleiner Mann. Dann gucken wir mal. Ah, die Zeiten werden rauer. Guck mal. Guck mal, das sind eigentlich wilde Tiere. Den muss man hinterherjagen. Aber eigentlich... Naja, die betteln hier immer ein bisschen, weißt du? Mahlzeit. Ja. 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 Hallo, ihr zwei. Hallo, hier kann man so süß sein. Ich muss kurz was trinken. Hallo. Ich habe eine Frage. Denken seien diese Missverständnisse. Du kennst doch Nabuisa. Ja. Sie wurden heute gejagt von Mann mit Sternen. Weil sie diese Sterne sagen, wir verbieten Jagen hier oben euch. Das wurde besser noch so gesagt, dass ihr beschlossen habt, dass im Tal nicht mehr gejagt wird von den Weißen. Wer bin diese Sagen? Herr Kurta. Er hat gefragt, ob wir die Nachricht schon bekommen haben. Verstehen. Und deswegen waren Mann mit Sternen bei uns im Lager? Ja. Vermutlich. Wir sollten den Leuten Bescheid sagen. Wir haben ja eigentlich nur eine Person, die für uns jagt unten. Wir jagen ja selbst eigentlich kaum. Jetzt wissen wir es. Das ist Stevie. Ah, wir sind das? Genau. Und wir haben gesagt, wir sollen den Leuten Bescheid sagen, die hier unten jagen. Damit die eben vorgewarnt sind. Und dann habe ich Stevie gesagt. Und ich vermute, dann ist das weitergegangen. Ich sage ihn so. Diese Stevie. Das sei ein Problem, wenn ihr nur wisst. Hälfte und eine Krieger, irgendeine Krieger kommen her und reden irgendwas. Hm. Sei nicht deine Schuld. Sei eine Schuld von Dakota. Sei nur eine Krieger. Sei nicht diese Laufbursche. Wenn ich euch hätte etwas sagen wollen, wären wir gekommen selber wie diese jetzt. Oh, verstehe. Dann seien diese Wüten nicht auf dich, aber seien Wüten auf diese Dakota. Wir machen irgendwelche Sachen auf eigene Faust. Oh, okay. Wir wissen, dass diese Stevie jagen für euch. Ja. Und warum sollten wir euch hungern lassen? Ja, das habe ich auch gesagt. Das seien diese dumm. Ja, dann haben sie gesagt, dass wir das Fleisch in Zukunft von euch bekommen. Aber das ist schwierig, weil wir ja gar nicht zu euch kommen und nicht wissen immer, wie wir euch bereichen können. Das seien diese unüberlegt. Ja. Und jetzt gibt es eine Menge Ärger. Aber die Scherbes waren auch gestern Abend da. Und ich habe auch gesagt, dass ihr normalerweise sowas, also dass ihr da sehr, sehr vorsichtig seid. Und ich mir das auch nicht so ganz vorstellen kann und dass es gut wäre, wenn ihr nochmal miteinander redet. Hmm. Hmm. Isa sagen, diese Mann mit Stern wollen meinen Kopf. Und wir haben nichts machen. Haben noch keinen einzigen Bleichgesicht irgendwas wegen Jagen. Ja, eben. Haben nicht einmal machen. Und jetzt kommen diese, wollen mich auf, äh, diese Kopfhabe, ne? Okay. Nein. Und wir haben nie irgendwas machen. Wir machen, passen auf. Haben sprechen, auch mit diesem Mann mit Stern. Ja. Und das haben ihm Sagen. Wenn Jagen diese Tiere unnötig. Sagen so, Jagen diese für Papier. Ja. Nehmen. Sagen so. Wo seien deine Tiere? Sehen jetzt keine. Sagen, du Jagen diese, diese Gabelbock, ha? Ja. Töten diese, legen auf Pucko und bringen diese für Fleisch, ha? Ja. Warum sollten diese verbieten, ha? Ihr müssen essen, wir müssen essen. Wir machen gleich, ha? Genau. Wir machen das auch. Warum sollte ein Bleichgesicht das verbieten? Machen diese nicht Sinn? Ja. So. Das seien diese eine Seite. Wenn aber Sehen eine Bleichgesicht, Jagen eine Tier, legen auf Pucko, Jagen nächste Tier, ziehen nur diese Fell ab, ha? Meißen Fell und lass ein Tier liegen. Genau. Das seien diese Verschwendung, dass wir diese nicht wollen. Ja. Sehen, dass wir nicht wollen. Ja. Und du sag ihn selber jetzt gerade, du wolltest diese auch nicht. Ja. Außerdem, diese Bärbel, ha? Aha. Seien gleiche Sache. Eine Bär verteidige nur sein Gebiet. Genau. Verteidigen Höhle, verteidigen diese Baby, ha? Nicht wissen, wie eine Baby im Wasser P heißt. Verteidigen seine Höhle, verteidigen seine Baby. Ja. Bärbel verteidigen euer Zaun, ha? Genau. Deswegen lassen diese Wasser P in Ruhe. Wenn Sehen eine weiße Mann, Jagen Bärbel, wir werden diese Skalp nehmen. Ja, wir auch. Haben euch das schon sagen. Ja. Mal sehen. Und wenn Jagen, ich glaube, wenn hier diese Straße runter sein, auch diese Wasser P sitzen im Wald, ha? Mhm. Er sitzen immer da. Jeder, der hier lebt, wie ist denn das? Genau. Wenn jemand kommen, Jagen diese für Bärfell, werden diese Skype nehmen. Ja. Weil das seien diese unnötig. Das haben Sagen. Richtig. Wenn Jagen unnötig, dann werden Strafen. Oder wenn Sagen, Jagen für Papier, wenn, sagen so, diese Pokus seien diese Stark, ha? Mhm. Du können, wenn du wollen, wirklich machen diese Papier. Du nehmen eine Bock, legen drauf. Nehmen diese drei Leder und schleifen vierte Bock hinterher. Ja. Seien diese fünfte? Seien diese egal. Ja. Dass wir auch nicht wollen. Ja. Dass diese Tierschleifen über Boden. Das haben Sagen. Nicht, dass ihr nicht dürften Jagen. Okay. Nein. Das wären diese dummen, okay, wären, sagen so, wir seien, du waren, wir müssen sprechen weise, ne? Du waren bei uns im Typisch, wir seien nicht diese viele Krieger. Ich war noch nicht bei euch, ich weiß nicht, wo ihr lebt, ich will es doch nicht wissen, damit ich das nicht verraten kann, wenn mich jemand verpresst oder danach fragt. Ah, verstehe. Mhm. Aber du kennst uns langsam, ha? Ja. Seien nicht diese viele, seien diese fünf. Was soll ein fünf Krieger machen, wenn ein Mann mit Sternen kommen aus Erdbeerstadt? Ja. Aha. Ja. Und wenn Leute... Deswegen hat er wahrscheinlich auch gesagt, dass beide Stämme beschlossen haben. Aha, weil es sei in einem Gebiet. Mhm. Und Häuptling Corona sagen gleiche. Deswegen haben wir diese beschlossen, ne? Aber Dakota haben nicht richtig zuhören. Ha, Jagen seien verboten, wenn, ich sage für Papier, wenn schleifen Tier über Boden oder töten Tier unnötig, ne? Ja. Oder wenn Jagen zu viel, können nehmen auch diese, schauen, diese Vapitis, ha? Du wirst denn diese Vapitis sein, diese groß und diese langsam, ha? Ja. Ha, diese können auch Jagen, aber diese bringen nicht diese Fleisch, bringen nur diese Leder. Genau. Warum Jagen diese? Richtig. Ja, wir haben die ja auch ziemlich oft, die stehen hier gerne bei uns auf der Ranch. Ah, sehen. Wenn die hier stehen, werden die nicht gejagt. Sehen, was meinen. Genau. Und deswegen seien diese Wüten, nicht auf dich, aber müssen diese Klären haben, diese nicht verbieten. Ja, ich verstehe. Nur wenn, seien diese unnötig. Und das haben auch Sagenmann mit Stern. Und jetzt machen Dakota diese Sachen und sagen, ihr dürfen gar nicht. Weil das ganz schnell rumgeht. Und dann werden immer alle wütend, anstatt dass sie mal nachdenken. Ja, und das ist das, was meine, ne? Ja. Wir wollen leben hier in Frieden. Wir wollen leben in Frieden. Warum solltet ihr machen diese Ärger? Ja. Warum solltet ihr Jagen, Jagen weiße Mann? Richtig. Okay. Ich habe eine Idee vielleicht. Ich kann ziemlich gut mit dem Schau sprechen. Also er mag mich auf jeden Fall ziemlich gerne und er fragt mich auch nach meiner Meinung. Und ich kann auch ziemlich gut mit euch sprechen. Ich habe mit keinem ein Problem. Und jeder von beiden Seiten weiß, dass das hier neutral ist. Ich kann ihm das nochmal so sagen, dass er vielleicht kommt ohne das her. Er wollte auch nicht hochkommen und irgendwas niederbrennen. Er wollte ja auch eigentlich reden. Er war nur wütend, weil, naja, dann die andere, der andere Stamm noch war. Vielleicht kriegt man das hin. Eine andere Stamme habe ich nicht Treffe, ne? Genau. Aber ich denke, dann kriegt man das ziemlich schnell wieder hin. Na, hoffen diese. Ja. Und wenn brauchen Fleisch, seien immer diese Handel. Du wirst denn das. Ja. Wenn hier mal seien diese knapp. Ja. Und Issa habe ich immer, was heißt immer, habe ich jetzt nicht dabei, aber kennen du diese Kuranto? Nein. Haben sie schon dringend? Kuranto. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, Dakota, du habe ihn nicht gebracht? Ich habe ihn jetzt dabei. Wollte ihn gerade ergeben. Ja. Sehen? So schnell kommen diese Erse, ne? Ja. Aber das seien, das seien, sagen diese Geschenke, wegen diesem Missverständnis. Alles gut. Dann werde ich mit Kallen nochmal reden. Soll der lieber zu euch kommen oder wollt ihr euch irgendwo treffen? Wie wollt ihr das am besten machen? Mach ihn hier? Ja? Ja, dann werde ich mal gucken. Seien diese neutral und seien diese, sagen diese mal, diese Mittelpunkt, ne? Ja. Ja. Er war schon bei uns in Tipis, kamen von hinten mit Schießeißern. Okay. Dann frage dich gleich hin und hole ihn her und sag, dass wir in Ruhe noch mal reden, dass das ein Missverständnis war. Ja. Dann ist das, genau, dann ist das wieder vorbei. Okay. Kriegen wir hin. Ich werde versuchen, bringe ein anderer Häuptling her, dass er höre diese Stimme auch. Häuptling waren gerade hier, sie seien wieder zurückgeritten. Vielleicht erwischt er noch Häuptling. Ah. Tala seien noch oben, aber Tohona seien wieder zurückgeritten. Ich weiß dann, ob gehen weiter wieder zurück zur Stimme oder gar nicht. Hallo. Wo seien Tala? Stehen oben noch. Oh. Okay. Dann rate ich in Richtung Starberry gleich. Oh, Frida. Hallo. Hallo. Ah. Haben wir ein Baby? Können wir noch mal kurz sagen, was haben ein Häuptling gesagt? Ich jetzt nicht gerade ganz verstehen, was sei denn hier das Problem? Ja, ich glaube, dass es ein Missverständnis war. Also, es ist nicht so, dass man hier gar nicht mehr jagen soll, sondern nur nicht unnötig. Dass die toten Tiere hier liegen bleiben und die Leute nur die Fälle abziehen. Aber, also, sein Häuptling hat gesagt, dass man trotzdem, dass wir hier auch leben müssen und das trotzdem auf Stevie und sowas jagen darf. Hm. Hm. Verstehen. Ja. Okay. Dann rate ich schnell los und hol den Sheriff, damit er nicht eure Tippis abbringt. Hm? Äh. Machen das. Aber dann... Hätte er noch was für kleine Frida. Aber wenn das sein jetzt wichtiger, dann lieber hol den Sheriff. Ja, ich hol lieber den Sheriff zurück. Ähm, kleiner Schakal, kannst du das Fohlen gleich nach oben bringen? Ja. Auf die große Koppel? Okay, danke. Dann reite ich los. Ich bin gleich wieder da. Ah, bis gleich. Wieder rette den Weltfrieden. So, wir brauchen heute nix mehr anpflanzen. Sehr gut. Das wird jetzt ein bisschen... Ich hol den Sheriff. Jetzt klären wir das mit den Dings, die wollen... Also, die erlauben uns doch zu jagen, aber das ist falsch angekommen. Hm. Ich hol den Sheriff, damit die hier reden können. Ja. Ich rate los und hol den Sheriff. Ja, mach los. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist viel besser. Ja. Ja, ja. Und dann ist das nämlich aus der Welt. Geht die nie aus jou. Nei. Weext. Ja, ja. Oh. Geht geht aus. Weder hier nach unten. My, I have... Ich bin翻因为 vier Mont書 Bun komp're van. oh Gott es tut mir so leid für Takota die auch so verschwindet was noch nicht mal wieder Häuptling heißt ich hab mir Nabu Issa ich hab mir Takota aber den Häuptling weiß ich gar nicht aber jetzt fällt Frieda gerade ein riesiger Stein vom Herzen weil die will das nämlich auch nicht dass da oben dann Krieg herrscht wegen sowas und das macht auch tatsächlich keinen Sinn also es ist halt doof das andere verstehe ich das wenn die da halt alles immer liegen lassen und sowas alles gut ich auch so aber wir müssen uns halt irgendwie ernähren das geht sonst nicht dass alles sehr gut hallo tut nicht gut nein der schläft okay wer ist der nächst höchste er ich jetzt gerade okay dann musst du mitkommen auf die ranch die indianer sind da das war ein missverständnis mit dem jagen und sie wollen gerne reden wir haben das nicht so gemeint bei uns auf der ranch also nicht schießen leute nein alles gut wir wollen wirklich nur reden das lange die nicht aggressiv sind sind wir nicht überhaupt nicht der häuptling ist selber dann er versucht den anderen häuptling auch herzuholen ja wir sind kurz weg ja wir haben uns ein bisschen verarscht gefühlt die haben nämlich zu uns auch gesagt die verbieten nichts dann wird uns aber gesagt dass die zwei ströme da was verbieten genau das hat aber einer von von den kriegern falsch wohl verstanden und hat uns das auch falsch so mitgeteilt und jetzt war der häuptling hier und das klären und das ist gut wird auch schief ausgehen können ja und das wollen wir auch nicht haben auch gesagt das ist quatsch dass sie das verbieten wir müssen leben die müssen leben aber die wollen halt nicht dass die die ganzen toten tiere da liegen lassen und hat nur die die haut abziehen und sowas aber das ist ja verständlich das wollen wir ja auch nicht und dass die auch nicht bei uns auf der ranch die tiere nehmen die da kommen und ab und zu vielleicht mal die kommen ein fremdes gebiet rein das müssen wir genauso wie bei denen drauf machen sie haben zeit nicht gemacht warum hatte ich eigentlich oben warum ich hatte nie oben kommt heute schon auch gerade sehr verbunden ich bin aufgeregt das tut mir leid ich bin aufgeregt das wird ich bin aufgeregt das ich bin aufgeregt das ich bin aufgeregt das Nice, man. Ja, ich wusste, dass wir nicht mehr so viel haben, habe ich von den Fährten genommen. Wir reden jetzt miteinander. Ja, sehr gut. Ja, und wir gehen mal die Fälle eben zum Fleischer bringen. Ja, mach das. Ich habe Maik ein bisschen Fleisch gegeben, Elli sollte jetzt auch einiges an Fleisch haben. Also wir waren erfolgreich. Okay, alles klar. Heute reicht es auf jeden Fall. Für heute sollte es reichen. Alles gut. Sehr gut. Friedensvermittlerin wieder. Ja, ich bin ja recht bald. Aber das ist ja gut. Der Häuptling ist ziemlich sauer auf den Krieger, weil er das falsch verstanden hat und falsch weitergegeben hat. Ja, gut. Ist vielleicht nicht so eine Aufgabe, wer weiß. Hat er gesagt, ja. Das ist nicht der Laufbursche. Wenn er uns was mitteilen will, dann kommt er zu uns im Satz. Ja, sehr gut. Ja. Ja, dann können wir uns ja die Gesichter, oder was du gesagt hast, das Aussehen merken. Aber das sind die beiden Häuptlinge der beiden Stimme. Okay. Dem einen habe ich gerade drei Eimer gegeben, die ich heute hergestellt habe. Mhm. Ich habe tatsächlich erstmal gegen eine Menge Fleisch getauscht, damit wir wieder zu Kräften kommen. Ja, sehr gut. Ja, ich finde das fair, weil wir haben nur einen Dollar dafür bezahlt. Das sind drei Dollar. Das ist perfekt. Das ist fair. Ja. Der Lady, die gerade eben noch hier war, die wollte zehn Baumwolle. Hier habe ich gesagt... Das war Sascha Kai. Nee, ihr nicht. Der vom anderen stammt. Okay. Der stammt von den Bergen. Zehn Baumwolle und Brandmarken Kentucky, 8,50 Dollar. Ich habe ihr gesagt, wir nehmen 20 Pferdesalbe, also Medizin haben sie das genannt. Mhm. Dann haben wir von beiden Sachen jeweils 20 da. Mhm. Und dann brauchen wir das nicht für teuer Geld kaufen. Das ist ungefähr der Preis für die Sachen, die wir jetzt ausgegeben haben. Perfekt. Noch ein bisschen Gewinn dran gemacht, weil ich glaube Pferdesalbe kostet auch einen Dollar. Ja, das ist auch teuer. Ja, das ist gut. Sehr gut. Oh, da kommt sie schon mit. Hier habe ich gehandelt. Also das waren diesmal sehr gute Geschäfte. Ja. Geht doch. Und Kentucky ist auch nicht so. Mhm. Wo ist Poku? Stirn draußen. Achso. Da sind schon zu viele hier. Aber ich wollte diese Kleine sehen, was du habe gesagt. Diese kleine, große Poku. Ja, ich hole. Oh, deine schwarze Scheier. Wir müssen noch hören, was das für Geräusche macht. Oh. Wie diese Quietschen mit kleiner Stimme. Oh. Oh. Runzelt wie Ferkel. Oh, du sollst diese süß. Wollen eine für Tippi. Sollen niemals wachsen. Ja. Vielleicht haben wir beide auch weiße. Ah, ich wünsche nicht, ich hätte dann auch eine, was niemals wird in Wachs sein. Seine Frau würde dann die ganze Zeit hinterherlaufen wie Hund. Oh. Wir haben schon große Hufe. Seien so groß wie meine Funde. Mhm. Wir sind auch ganz schön wild. Aber du wärst ein riesiger Scheier. Ja. Ah, also wenn Schauern das sein, doch Vater. Ja. Ah, seien? Doch, ja, das ist der Vater da hinten. Oh, das ist der Vater noch riesiger. Oh, du sollst diese so süß. So, du kennst schon diese Wien. Die süßen. Oh. Du seien aber auch diese niedlich. Oh, was haben wir für einen Namen? Er hat im Moment noch keinen Namen. Er hat nur den Zuchtnamen. Und das ist S minus A. Aber der kriegt noch einen richtigen Namen. Da haben wir den Topf. Ja. Er kennt auch diese S. Ah, seien nicht. Nein, das ist nur für das Buch. Damit wir nicht versehentlich das durcheinander bringen, weißt du? Aber irgendwann hat er einen Namen. Soll ich euch mal zeigen? Ich habe noch nicht mal einen Saal, das kurz genug ist, damit ich ihn führen kann. Warte. Guck mal. Oh, diese Seilen wirken so riesig. Ja. Oh. Seilen wirklich niedlich. Ja. Und sie sind sehr gesund. Seilen. Du hab ihn schon gegessen? Oder wie meinet ihr? Oh, sein Mann. Du sein Mann. Ich seh ihn. Ja. Hängen etwas zwischenbein, ne? Zwei hängste. Oh, zwei? Haben es zwei Gebeln? Ja, andere waren diese. Diese ungarische, ha? Ja. Ah, du meinst diese anderen. Ja, zeig ihn diese anderen. Ist er auch so süß? Ja. Dann muss ich ihn aber kurz reinbringen, sonst gehen die Mutter durch. Ja. Wir nennen diese Istou. Bedeutet Zucker. Ja, wenn wir ein weißes haben, dann wird es Zucker auf jeden Fall heißen. Passend zufrieden. Möchtest du schon gebratenes Fleisch haben? Ja, gerne. So, du gehst wieder rein zur Mama. Danke dir. Bitte. Das ist schon ein bisschen größer bis gestern gekommen. Ha, ich sehe ihn, habe ihn eine kleine Schub machen. Wir füttern die auch gut. Die fressen uns die Haare vom. Und kleine Essen mehr. Mama ist auch. Aber das wäre ein großer, starker Hängste. Und den kleinen Schwarzen behalten wir auf jeden Fall. Mit dem züchten wir dann auch weiter. Und diese? Der kann tatsächlich verkauft werden. Von ihm haben wir noch zwei Zuchthängste. Hm. Dann ist das besser. Dann brauchen wir natürlich nicht. Genau, damit wir nicht durchsuchen. Ja. Hm. Sehr gespannt. Und eigentlich sollte da ja eine ganz andere Farbe raus. Eigentlich sollte er ein Feuerfell werden. Aber er hat sich doch anders entschieden. Der Vater war dann Feuerfell? Ja. Ah, und jetzt sei ihn von Mama. Jetzt ist ein Schmiedfell. Oder Sternenfell. Es sieht aus, als hätte er Sterne auf dem Rücken. Wollten gerade diese Sagen sehen aus wie dieser Nachthimmel. Ja. Fangen an zu regnen, oder wie? So wie gestern. Aha. Aber nicht nur so hohe Stimme wie gestern. Oh. Klingen schon wie eine richtige. Ja, die werden schnell groß. Ja, und dann haben wir bald noch ein Vollblut, Baby. Wir haben eine ganz besondere Farbe gefunden. Dieses schwarz mit den Punkten. Und wir haben einen Appaloosa, einen ganz schwarzen mit kleinen weißen Punkten. Ah, die sie kennen. Ja. Wollen Sie sich denn, oder wie? Haben wir schon zwei Hengste. Ah. Ja, brauchen wir nur noch eine Stute. Oh. Oh. Verstehen. Nein, aber das kann auch eine andere Stute sein. Ich beobachte mal, aber was wir im Moment da unten hatten, da will ich gerade nichts aus der Herde rausnehmen. Da brauche ich lieber die Tage nochmal. Ich glaube, die eine Stute ist trächtig und die andere ist schon ein bisschen älter. Die will ich nicht rausnehmen. Hm. Meinen hier, wo seien auch Appaloosa? Ja. Ja. Die Valentine's Ranch hat ein Baby davon, in der, in der, wenn ich den, sondern den Bretonen-Monschel. Ah, meine diese dicke. Ja. Die Valentine's Ranch hat ein Baby davon. Wenn sie noch eins kriegen, dann kriege ich das. Oh. Ja. Ja. Ah, Breton, hä, du wollte? Ja. Ja. Das sieht so, das sieht auch so süß aus, weil es so dick ist. Ja. Oh, wir wären so gespannt, wie aussehen würde ein Baby von Gemani. Ja. Eine dicke Fleck. Hm. 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 Sie sind sehr süß. Sie freuen mich sehr viel für die Damen bekommen, diese. Ja. Und jetzt bin ich froh, wenn das dann geklärt ist, damit es ja einen Streit mehr gibt. Ja, werde ich auch. Hm, Streit werde ich denn immer geben, ne? Wer denn jenseits zufrieden im Gleichgesicht? Das stimmt. Okay, jetzt kommen ja mal viele Leute. Achso, da sind Dale und Tom. Ah, Frieda, wollen wir dir noch was geben? Haben du ein wenig Platz? Ähm, ja. Oh, hatte wir das ein Stück von Pferd weg. So. Geben dir... Wiese. Wiese. Und dann noch mal was. Deine kleine Fläche hängt, ha. Bisschen, glaube ich, noch mal laufen, ne? Was ist das? Warte, ich kann noch was in meiner Tasche machen. Okay. Was ist das? Hm, das sei denn was zum Essen. Oh. Seien immer noch nicht genug. Habe noch diese drei. Okay, ich gehe noch mal zurück. Na, cool. Wir haben anderes Essen als sie hier. Na, cool. Okay. 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 Ich erzähle bis heute ausweichen, wie ich ausweiche. Ah, sein Rest. Dankeschön. Das ist eine blöde Idee. Ein wahre Eintopf, hat meine Schwester gesagt. Ich habe nichts mitgesehen. Ich musste in dem Moment nicht nur hin mit mir. Das sind Pieserlinge drin. Das kann ja machen. Da ist ein Fisch drin, ein wenig von diesen Fleischer und ein wenig von diesen Pieserlingen. Wen, wie nennst du die? Nein, diese Pieserlinge, diese Pilze, wo leben, warum lachen? Die heißen nicht Pieserlinge. Weißt du, was Pieserlinge sind? Das wurde denn gesagt. Seien diese Pieserlinge, Pilze. Sie sagen Schwester dann auch. Seien diese Pieserlinge. Wisst ihr was? Also, man sagt, wenn man auf... Also, ihr wisst schon, wenn ihr... Wenn ihr euch, naja, erleichtern müsst, wenn ihr Pipi machen müsst, das heißt Pissen. Das sind keine Pieserlinge. Sonst wären das kleine Männer, die pissen müssen. Aber sehen doch so aus, drehen nur einmal um, dann haben auch diese Gehänge da. Aber die heißen Pfefferlinge. Da geht doch Pieserlinge, ne? Sag die Pieserlinge, die sind doch Pieserlinge. Ich weiß nicht, warum lachen kleine Friede jetzt, ne? Ich glaube nicht, wie's denn. Keine Piss. Ein bisschen halt aufpassen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man die in den Eintopf machen will. Aber schmecken die sehr gut? Ja, die schmecken auch gut. Ich werde heute Abend sein Essen. Sind wir schon mit der Rappen unterwegs, oder was? Mhm. Dankeschön, auf jeden Fall. Haben doch gesagt, bringen was vorbei, ha? Mike? Ja? Wir haben Eintopf bekommen. Weißt du, was da drin ist? Nein. Da ist Fisch drin, Fleisch und Pieserlinge. Ich glaube, ich werde das nicht essen. Ich bleibe mehr übel für Frieda. Warum du diese nicht wollen essen? Sein ein gute Pilz? Ja, der Pilz ist nicht das Problem. Der Fisch ist das Problem. Ach ja, stimmt. Du kannst kein Fisch essen, ja. Ja, genau. Ich muss dann immer sehr schnell in den Wald und Sachen erledigen. Ja. Okay, dann geben wir dann. Dann nimm doch einen Hacker mit, dann kannst du mit Holz wiederkommen. Kurze Frage zu eurer Medizin, die Feuer salven. Ist es auch gut für Tiere? Woher du diese haben? Getauscht. Man müsste fragen, Schamanen können sagen nur diese. Wie sie seien, dass nicht kommen Fieber. Hm, also auch gut für Tiere. Ha? Mhm, okay. Dann benutzen wir die auch nur für die Tiere. Nur nur. Ich glaube auch für Menschen gut, oder? Ja, es seien eigentlich für unsere Volk Gedenken. Ja. Dürft ihr das gar nicht tauschen? Ha, dürfen diese eigentlich nicht. Ich habe auch gar nichts davon. Oh. Warte. Das ist jetzt unangenehm, wenn keiner mehr was sagt. Aha. Ah, schau in dieses schöne Vers. Schakal, wie fühlst du dich denn wohl bei dir nun? Ja, mehr als wohl. Ja, das müsst ihr unter euch klären. Wer denn immer noch von Pieserlinge? Es ist ein verwirrt, nicht mehr wissen, was sie reden. Ja, Pieserlinge. Ne, genau. Ich dachte, den Reden über Schakal. Hä? Ich seine jetzt nicht separiert. Aber ich seine kein Pieserling. Ja, ich dachte, den Reden über Schakal. Ist alles gut? Ja, ja, es ist alles geklärt. Das ist jetzt, ja. Okay. War alles ein Missverständnis anscheinend. Okay. Das heißt, alle können wieder jagen. Ja, alles ist wieder. Und alles ist gut. Genau. Alles gut. Okay. Dann. Oh, was ist da denn los? Ja, da waren wir welche, ja. Dann, danke, dass ihr gekommen seid. Ja, immer doch, immer doch. Also wir haben auch, das soll ja nur teuer Boden hier sein, ne? So habe ich das mitbekommen. Genau, ja. Ja, wir haben uns abgemacht. Wenn wir uns was zu sagen haben, treffen wir uns hier. Mhm. Also nicht, damit du Bescheid weißt. Das ist okay. Dann machen wir das das nächste Mal vielleicht auch da ein bisschen hinter dem Haus. Dann müssen das ja nicht immer alle sehen. Ja, stimmt auch. Genau. Ja, aber ich wollte jetzt nicht dazwischen gehen. Nee, alles gut. Ja, vielen Dank, dass du uns Bescheid gesagt hast. Kein Problem. Dann bin ich froh, wenn alles wieder gut ist. Und wünsche ich einen schönen Abend. Wünsche ich auch. Okay. Bis dann. Oh, das klang nicht so, als wäre alles gut. Was meinst du, kriegen wir das irgendwie geklärt, dass wir jetzt jagen dürfen? Ja, wir dürfen wieder jagen. Okay. Alles gut. Nur wir oder? Nein. Generell darf gejagt werden, aber die Leute sollen eben nicht, also was keiner will, das wollen wir ja auch nicht, dass sie die Tiere abziehen und da unten liegen lassen, nur weil sie das Fell haben wollen. Howdy. Aber weißt du, zum Essen und sowas ist das alles gar kein Problem. Und das haben die Sheriffs genauso gesagt. Die wollen ja nicht, dass sie gebildert wird. Ich hab sie geschlagen. Ellie, du schreist. Entschuldigung, Moment. Ja, weil ich würde das auch eine sehr fragliche Doppelmoral finden. Tom hat das vorhin auch schon gesagt. Die kommen hier mit 600 Leder zum Tauschen und wir dürfen mit einmal nicht mehr jagen, weil die Natur so wichtig ist. Nein, wie gesagt, das haben die so nie gesagt, deswegen ist der Häuptling selber hierher gekommen. Das hat der Krieger von denen wohl falsch übermittelt und selber falsch verstanden. Deswegen hab ich die Sheriffs jetzt hergeholt, damit das hier ein neutraler Boden ist. Die werden das auch in Zukunft so machen. Wenn die sich was gegenseitig zu sagen haben, dann machen die das hier auf neutralem Boden. Und damit ist alles in Ordnung. Die Sheriffs sind jetzt auch schon wieder weg und das Thema ist geklärt. Weil, ja, sehr gut. Weil wir können nicht warten, bis irgendjemand herkommt und uns Fleisch als Almosen bringt. Nein, die haben uns auch, Entschuldigung, haben sie uns auch Essen gebracht. Ich hab gleich schon sowas. Ach, das war eher Tausch, aber okay. Nee, nee, das war ein Geschenk. Das andere war ein Geschenk tatsächlich. Achso, okay. Das hab ich extra bekommen. Ja, nochmal zu dieser Feuersalbe. Ja. Vielleicht hab ich davon jetzt 20 kleine Näschen bekommen. Gut, dann sagen wir das nicht rum und ich benutze das nur und gucke, dass das, mach da eine andere Verpackung rein, damit das keiner sieht. Genau, wir füllen das am besten um und dann ist alles gut. Und wir haben das nie besessen und wir handeln damit auch nicht weiter oder sonst irgendwas. Nein. Kleiner sagt, klaut uns krass nicht aus. Alles gut. Okay, ja wie gesagt, also wenn die sich in Zukunft was zu sagen haben, die Sherrys und die Indianer, dann machen die das hier auf neutralem Boden. Ja, sehr gut. Dann sollen die hinter das Haus gehen, damit das nicht auch unbedingt jeder sieht und dann ist das in Ordnung. Und ich finde es gut, dass sie das hier auch anerkennen, dann ist das neutralem Boden. Können aber auch gerne dann bei mir im Haus reingehen, dann sind die auch ungestört. Oder so, genau, das wäre auch nicht richtig, ja. Also für mich war jetzt im Endeffekt nur wichtig, dass wir jagen dürfen, ohne irgendwie Ärger zu bekommen. Ja, ganz gut. Alles so wie vorher auch. Aber das war ja auch gut, dass ich mit dabei war, weil ich konnte nämlich immer die nächsten Tiere auf Schau halten. Ja, das stimmt, der so, Kaffee hat wirklich, also der braucht gar kein Fernglas, der hat auch so Adlaugen. Das ist ja perfekt. Ja, wenn ich Hunger habe, sehe ich alles. Gut, ich muss einmal kurz zu Jansen und fragen, was der hat, und dann muss ich tatsächlich zur Ranch gehen. Ja, das wäre auch sehr interessant. Ich komme da kurz mit, ja. Ja, ihr könnt alle mitkommen, wenn ihr wollt. Ich wollte nur sagen, nicht, dass das ist. So, da, Jansen, warst du erfolgreich? Ja, ich war da, ich habe mit dem Dave, also dem Fahnenbesitzer da geredet und mich ein bisschen schlau gemacht. Ja, der hat aktuell kein Chaya dort, also zum Verkauf. Also er hat auf jeden Fall gesagt, die haben aktuell keins. Und ein Chaya dort kostet halt 90 bis 120 Dollar. Okay, dann ist das, was wir erfahren haben, tatsächlich gelogen gewesen. Und ein Bretone kostet so um die 150, so nehmen wir euch. Ja, das ist teurer wie ein Chaya. Ja, der hat sogar, und der hat auch vorhin gesagt, der Bretone, das ist ja die, ja, die Kraft, also das ist die pure Kraft, also was das, dementsprechend hat er auch gesagt, das Tier ist halt, ja, besser als ein Chaya. In Sachen, wenn es um, wenn es um die Stärke geht. Ja, gut, okay, dann haben wir ja ungefähr gleiche Preise und dann passt das. Ja, und für ein ungarisches zum Beispiel untrainiert 35 Dollar und das Trainierte, was er da hatte, das war so, ich meinte, er ist fast komplett fertig mit dem Training. 35? Ja, das voll, total fertig, also so fast ausgebildet, meinte er so, ja, so 40 Dollar, wenn es gerade so gerade da wäre. Dann reite ich jetzt runter, dann rede ich nochmal mit ihm und gucke, dass wir da ein Männer kommen. Ja. Alles klar. Gut. Der in Rot oder wer? Nein, nein, ein Blackwater in McFarlane French. Warte, du? Hallo? Ja, zwischen Blackwater und Amartin Laufze, nie. Körner, mal zum Blackwater. Es hat viel los bei den Grad. Ja, so ist das, bei uns ja auch mal. Schau, wenn du durch den Wald reitest, da, mit den ganz großen Bäumen, dass du am besten wir den Aurora seh da, die Abzweigungen nimmst, weil, weil auf den anderen, wir kamen, mich da gerade zwei Grizzly, der Amts halt begrüßt. Okay, gut. Alles klar. Und über Blackwater reiten, dann begegnest du keinen Grizzlys. Ist zwar der Weg länger, aber sicherer. Gut. Frieda, also ich schätze mal, bis du wieder da bist, liege ich schon im Bett. Ja, wahrscheinlich. Dann sage ich dir auf jeden Fall schon mal, gute Nacht, Kleine. Ja, gute Nacht. Wir haben es schon wieder nicht geschafft heute. Ja, vielleicht schaffen wir es jetzt zum Wochenende mal. Genau. Da, ich möchte dir reiten, Frieda. Kannst du machen, wenn du willst. Ja, aber es ist wichtig, dass dann noch sonst jemand hier auf der Ranch ist, der auch verkaufen kann. Verkauf ja nix. Ja, nee, das nicht alle Düsen. Das wäre ganz gut, wenn noch jemand da ist, bis ich wieder zurück bin. Ich versuche mich zu beeilen. Okay. Okay. Ja, bis 22 bin ich noch hier. Ja, perfekt. Ja, bis 21 bin ich hoffentlich auch wieder zurück. Hoffentlich. Kannst du ja noch, wenn du runterreitest, mal irgendwie in die Sicherung reinschauen? Mach ich auf jeden Fall, ja. Oder Ellie, geh doch mal mit runter. Wir waren eben gerade erst, haben wir den Sichtungen geschaut, wann. Okay. Hat sich noch nichts geändert. Gut. Dann verabschiede ich mich noch da hinten und dann reiten wir los. Dann nehmen wir Rose mit. Ja, die müsste auch, also die ist nahezu ausgebildet. Perfekt. Ja. Danke dir. Vielen Dank, Dale. Ja, kein Problem. Haben die nur. Darf ich kurz stören? Keinem kommen. Ja, du können. Warte, mich nur verabschieden. Ich muss tatsächlich los. Ich habe noch einen Termin unten. Was sei denn, ein Termin? Oh, man trifft sich mit jemandem. Man ist verabredet. Aha. Warum denn du nicht Sacken treffst du? Nee. Nur das sagen wir so Termin, weil es was geschäftliches ist. Kann was sein? Wichtig, genau. Also wenn wir machen Handel, dann du haben diese Termin mit uns, ne? Nein. Das sei nicht wichtig. Doch, aber ihr seid Cola. Wir machen bald auch Termine immer. Ah, machen diese Termine. Nein. Ihr müsst keine Termine machen. Ihr kommt einfach. Ihr seid Cola, das ist in Ordnung. Schreiben einen Brief und machen so einen Termin, ne? Sein Bedürf, das nicht können schreiben. Ich kann gut malen. Willkommen zu der Buista. Ich kann entschreiben. Ah, kommen her und schreibe den Matsch. Kommen wieder in drei Glockenschläge. Haben Termin. Ich habe schon gehört, ich habe es gesagt, es ist alles soweit geklärt. Und wenn ihr euch in Zukunft was zu sagen habt gegenseitig, dann könnt ihr das hier machen. Dann machen wir das auch vielleicht in einer Hütte oder hinter dem Haus. Nein, nein, lass ihn nicht machen, Hütte. Wolle nicht haben, diese komische Holzüberkopf. Okay, dann aber hier hinter dem Haus, damit nicht jeder hier sieht und nicht jemand hier vorbeireitet und was hört, was er nicht hören soll. Also es fallen noch Holz auf meinen Kopf. Ja. Ich habe dann auch immer Angst, dass diese fallen zusammen. Ja. Nein, aber hinter dem Haus. Aber wenn diese Wind ziehen durch, die hören, dieses Krr, 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 Krr. Oh. Dann ich kriege diese Gänsehaut. Ich sah ihn vorbeireiten. Es haben so laut Knacken, ich bin erschrocken und öfter schon schießen auf mich mit diesen Schießereisen. Okay, dann mache ich los und dann bin ich froh, dass alles wieder in Ordnung ist. Okay, dann hat... Pass dann auf. Ja, ich passe auf. Bis später vielleicht. Sehen diese später oder Riechen später. Ja. Aber wir sind schon hin. Also, Rose bräuchte ich noch ein bisschen Feinschlafen. Aber wir holen, ne? Okay. Ganz klein wenig. Also, wenn du sie jetzt mitnimmst, sag ich mal, dann könntest du sie, glaube ich, heute Abend oder, ja, könntest du sie heute Abend eigentlich dem Besitzer zurückführen. Perfekt. Super. Vielen Dank. Aber wofür zu danken? Ja, damit ich das jetzt gerade nicht die ganze Zeit alleine machen musste. Ist gut, dafür bin ich da. So, Ladies, Gentlemen. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Okay, sag das nochmal, weißer Schakei, vielleicht alleine, dass wenn es da irgendwie Unstimmigkeiten gibt, dass wir wissen, dass wir damit nicht handeln, dass wir das umfüllen, damit niemand sieht, dass wir das haben. Ja, genau. Okay, perfekt. Okay, Tom, komm mit. Ja. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Das war's. Aufregender Tag. Ich kann gerade gucken, aber wir müssen ja erst nach... Äh, erst nach Aubamey noch mal. Okay. So, gut. Langt zwar nicht so von den Shows. Ich bin gespannt, ob die das dann auch wieder richtig weitertragen. Aber so ist das erst mal alles, was wir tun konnten. Was das zu Thomas ist, das hatte ich denen aber letzte oder vorletzte Woche gesagt. Dann müssten die halt mal warten, weil er halt gesagt hat, ihm sind alles vertrocknet. Vermutert mich das jetzt, dass du mir das heute sagst. Naja, weil das heute nochmal aufgekommen ist. Weil Elli dann um alleine, wo er am Mike einfach weggeritten ist. Und Thomas möchte eigentlich, dass jeder sich immer austrägt. Aber da habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren. Die muss sich niemand groß abmelden. Klar, immer schön zu wissen, wo die Leute sind. Aber selbst wenn wir wissen, dass jemand, dass ich zur Sichtung bin, dann wisst ihr auch nicht, wo das ist oder so. Ja. Also ich fühle nicht buch, wer hier wann auf die Ranch kommt und wieder geht. Das kann ich eben nicht machen. Und, ähm, genau. Thomas ist eben immer sehr mit dem Herzen dabei. Und, aber wir müssen auch nicht morgens anbauen zwingend. Ich habe es ja, mit den Aufträgen sind wir so, dass wir sehr gut zu Hande kommen, ohne dass man wirklich jeden Tag auf, den ganzen Tag auf dem Feld stehen muss. Das ist ja gar nicht notwendig. Wenn wir abends, mittags... Ich möchte halt nicht, dass du morgens halt alleine reitest, weil wenn dir mal was passiert, weiß keiner, wo du bist. Ja. Was passiert? Wir sind ja alle Anwachsen. Ja, stell mal vor, du fällst mit dem Pferd die Klippe runter oder so. Dann liegst du da und keiner, keiner weiß, wo du bist. Ja. Dann muss ich mir wieder neue Arbeit suchen. Ich pass schon auf. Aber trotzdem muss ich das machen, das ist wichtig. Ja. Deswegen komme ich auch morgens lieber mit. Genau. Aufregender Abend. Leider eigentlich schon, was Toberi massiert heute mit den Fohlen. Ach, wann denn? Keine Zeit im Moment. Ich würde gerne. Aber ich nutze jetzt die Zeit morgens dann, dass ich mich dann auch um die Fohlen kümmere und dass sie trainiert werden und sowas. Hey, alles gut. Alles in Ordnung. Ich habe schon mal schlechtes Gewissen, wenn du dann halt nur so wenig da bist und ich sage so ruhig, wir brauchen das und das. Aber im RP bist du halt mit der einzig Ausgebildete, der halt sonst ein und beiden muss ich halt irgendwie noch mit ausbilden und im Moment ist zeitlich alles nicht ganz so. Aber das kommt. Man kann nicht alles von heute auf morgen haben. Und du machst dir da mal gar keinen Kopf. Also, ich habe das. Gar nichts dabei. Ach, Mist, ich wollte dann noch Mike fragen, ob der Decker zurückgeschrieben hat. Könnte sie noch ein Telekom schreiben? Mike? Ja. Naja, bis 22 Uhr hoffe ich, dass wir es schaffen. Aber ich glaube, wenn er nichts gesagt hat, wird er auch nicht geschrieben. Denk ich auch, sonst hätte der schon was gesagt. Genau. Der Versauerstoff, das hast du gesagt. Ich halte mich da raus. Oh, nein. Oh, nein. Okay, vielen Dank für das verschenkte Abo an Trombels. Hey, es ist übrigens September. Also ihr spart jetzt auf eure Abos tatsächlich. Ihr müsst mal Ausrufzeichen September eingeben. Da seht ihr tatsächlich, wie viel ihr sparen könnt. Als da jemand nachgesucht hat. Im Allgemeinen immer. Ja, kalte Füße. Ja. Genau. Nö. Meine sind eigentlich bis auf Lörtchen. Der ist manchmal ein bisschen, aber der mobbt auch eigentlich nicht. Der macht das dann so hintergründig, dass man es kaum mitbekommt. Aber ansonsten sind die eigentlich sehr handzahm. Gut erzogen. Aber jetzt ja auch schon über ein Jahr gut erzogen. Habt ihr die Frau den Morgen eigentlich abgeholt? Wen? Was? Die war doch eine Dame, die hatte doch einen Morgen bestellt. Ja, die hatte einen Morgen. Ja. Die, äh, ja, das dauert halt seine Zeit. Ich weiß ja. Wie mit den guten Fohlen, ne? Aber die Mods sind jetzt so langsam zugeritten und laufen so, wie man es möchte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hab's gemerkt. Das fällt mir in letzter Zeit, so weit wir in Reddit sind, fällt mir das öfter ein, dass Dinge manchmal ein bisschen merkwürdig klingen. Ja. Ja. Da geht man zu wohnen. Na ja, früher hat er mal der Onkel gewohnt, auch eine Zeit lang. Ja. Sag mal, war das nicht damals der Onkel, der sein Pferd vollgepackt hat mit Eisenbarn und dann aus Versehen das Scherz verkauft hat oder war das ein Angestellter von denen? Ich weiß nicht. Habe ich es nicht mitbekommen. Geht in den Modstreich. Ne, das wäre unfair, Deutschen. Du bist der einzige Modder, der überhaupt was tut hier. Derjenige kann doch nicht zu uns auf der Renten und hat uns das erzählt. Dann sagte der, 3000 Dollar hat er verloren dadurch, weil derjenige ihm die Sache nicht wiedergegeben hat. Oh Mann. Ja, dann dir auch einen wunderschönen Abend. Ruhe dich gut aus. Das war schon nicht so klug auf jeden Fall. Nein. Ja genau, und du könntest mal ein Bild bitte ins Discord schicken von deinem Hund. Da habe ich die Tage schon mal nachgefragt, Monsieur. Wenn du schon mal was Süßes zu zeigen hast, dann zeig das auch. Ah. 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 Ah, das ist sein. Ah. Das klingt immer alles Falsch aus meinem Mund Was soll ich tun? So, mal gucken, ob jemand da ist So, mal gucken, ob jemand da ist Ach, Pyro, Pyro kommt immer zu spät Oh, guck mal, wie viel wir die haben Ja, schon gesehen Kann ich euch beiden helfen? Ja, ich bin Frieda, die Besitzerin oben von der Strawberry Ranch Und ich würde ganz gerne, wenn die gerade da sind, mit den Besitzern hier reden Ich glaube, die waren schon mal oben, aber dann war ich nicht da Und deswegen, wir kommen jetzt einfach nochmal runter Ja, der Dave, der steht da drüben bei der jungen Dame Der ist ein Mitbesitzer hier, der kommt bestimmt gleich zu euch Wundervoll, dann warten wir so lange Okay Ich sag ihm auf jeden Fall Bescheid Dankeschön Kein Problem Ich glaube, der kommt da schon Ja, guck mal Der kommt da, der Dave Hallo Guten Abend Guten Abend Ich glaube, wir haben uns noch nicht Oh Gott, ich wollte gar nicht so nah kommen, aber Alles gut, alles gut Ich glaube, wir haben uns noch nicht kennengelernt Mein Name ist Frieda, ich bin die Besitzerin oben von der Strawberry Ranch Das ist Tom Ja, hallo, Frieda Tom habe ich schon kennengelernt Genau Ja, ich kenne das schon Genau, nur ich war nicht da Nee, das stimmt Deswegen dachte ich, da ich das schon super nett fand, dass ihr hochgekommen seid Komme ich jetzt wenigstens auch runter, damit man auch mal Gesichter zueinander hat Ja Und einfach auch mal miteinander kommuniziert hat Ja Und macht man das ja schließlich Das klingt gut Das ist sehr lieb Haben Sie ein paar Minuten? Ja, klar Okay, dann, ich bräuchte nämlich nochmal so circa drei Minuten Mit den Herrschaften hier hinter mir Und dann bin ich aber sofort bei Ihnen Perfekt, wunderbar Alles klar, gut Ich gehe mal rüber zu dem jungen Herr in der Gartkram Auf geht's, arbeiten Klingt aber sehr nett Ja, waren die auch Mhm Oh, wir sind ja richtig viele Kühe Ja Bei dem Boden werden die bestimmt viel beifüttern müssen Klar nicht, ja Die stehen ja fast nur im Dreck, die Abenteure Naja, aber die können die hinten rüberführen Da ist auf jeden Fall ja so auf die Gewiese und so Ja Aber ich finde auch niedlich, dass der Da ist, da hinten der kleine Esel dabei steht Der passt auf Da ist der Herdenbeschützer Ja Ja Als sie sich vorgestellt haben, haben die sich nur vorgestellt oder wollten die irgendwas Spezielles? Haben die gefragt nach Preisen oder so? Ich habe gesagt, die haben sich mit allen Rentsches zu unterhalten, über die Preise und so. Okay, gut. Also ich habe aber nicht gesagt, dass sowas sowieso nicht funktioniert. Ich dachte mir, das werden die schon selber rausfinden. Ja. Aber was ich jetzt gehört habe, ist ja, dass sie sehr günstig sind auf ihn. Also Ungaren und so, 35 Dollar ist schon ganz günstig. Ja, aber schau dir die Koppel an, dann weißt du, womit die ihr Geld machen. Ja, ja, klar. Ich möchte nicht wissen, wie viel Dollar eine Kuh bringt, aber das sind recht viele. Ja. Wenn du, sie hatten früher fünf Kühe. Das sind bestimmt vier Hündekühe, was die hier haben. Kannst du? Ich weiß nicht, ich kann ja nicht so weit zählen, aber bestimmt so viele. So, da bin ich. Er bestaunt gerade eure Kühe. Und den Aufpasseresel, den ihr da stehen habt. Ja, den mussten wir dort vorhin mal, ich sage jetzt mal, abstellen. Er war hier hinten ein bisschen störrisch und er lässt sich auch einfach nicht wieder wegschicken. Ich weiß nicht so richtig wieso. Ich würde sagen, wir suchen uns mal einen ruhigen Ort auf, weil wenn ich jetzt hier stehen bleibe, ich weiß nicht, ihr dürft das Problem kennen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es riskieren, uns hier hinzusetzen. Dann kannst du mal testen, dann schicken wir einfach alle weg. Perfekt. Ja, so. Sehr gut. Ja, ich habe gehört, ihr wart oben und dass ihr die Ranch übernommen habt, ihr habt ja vorher Miss Zoe gehört, die dann irgendwie verstorben ist, ne? Ja, leider. Habt ihr mit ihr selber Kontakt gehabt, also habt ihr vorher hier gearbeitet, oder? Genau, also ich habe ja vor, ich habe schon davor hier gearbeitet, noch bevor. Da können Sie ein bisschen lauter sprechen. Ja. So, besser? Ja. Perfekt. Ja, ich habe vorher schon hier gearbeitet, noch als Kate Besitzerin war. Mhm. Genau. Kate hat mich hier eingestellt und hat das dann an Zoe übergeben. Mhm. Und ja, Zoe war das aber dann mehr oder minder auch insgesamt alles zu viel und hat es ihrem Mann übergeben. Verstehe. Also Tom, ne? Ja. Genau. So, aber wie gesagt, ich habe die ganze Zeit hier schon zusammengearbeitet mit Arthur. Kennen Sie vielleicht auch so rauchische Stimme? Ah, bestimmt. Einen Namen habe ich es immer nicht so. Und tatsächlich habe ich jetzt von hier auch nur mit Zoe gekannt. Wir haben uns zwei, dreimal, ich war zwei, dreimal unten, da haben wir miteinander gesprochen. Und ich glaube ansonsten, ja, der Weg ist immer sehr weit, ne? Das stimmt, das stimmt. Also das war ja auch tatsächlich ein Ritt zu euch hoch. Ja, eben. Genau. Habt ihr ein Problem, wenn ich du sage? Überhaupt nicht. Okay, gut. Ja, ich bin Dave, weil ich mag das mit dem Sie irgendwie immer nicht. Perfekt. Super. Genau. Ich bin ja zu euch hochgekommen, um einfach euch mal kennenzulernen und mich mal vorzustellen, so als, sag ich mal, Kollege. Ja. Und aber grundsätzlich wollte ich gerne mal, das wollte ich eigentlich, oder habe ich eigentlich mitgemacht, wollte ich mal über die, sag ich mal, Preisstruktur der Pferde mal reden. Und zwar ging es mir nicht, das will ich auch hier gleich mal von vornherein sagen, mir geht es nicht darum, mit den Farmen irgendeine Preisabsprache zu treffen. Ja. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist einfach folgendes, ich habe gemerkt, es gibt bei den ganzen, es gibt ja nur wirklich sehr viele Pferdearten, Pferderassen und selbst innerhalb der Pferderassen Unterschiede. Ja. Und ich habe gemerkt, dass wir, das habe ich die ganze Zeit ja schon gemerkt, wo ich gearbeitet habe, dass es im Grunde genommen keine, wie sagt man mal, Preisstruktur gibt, sondern es gibt das preiswerteste Pferd und danach gibt es das teuerste Pferd. Und alles, was dazwischen kommt, ist irgendwie, finde ich, völlig uninteressant geworden bei den Leuten. Hm. Ja, das kann ich tatsächlich so gar nicht bestätigen. Okay. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich rede mal frei auf und raus, ja? Ja, ja. Also ich habe, als ich die Ranch bekommen habe, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, drei Wochen, glaube ich. Ja. Also das ist ja meine Eltern-Ranch, ich habe hier früher schon gelebt und habe die dann jetzt ganz offiziell übernommen, baue die wieder auf und so weiter und so fort. Lange Geschichte. Ja. Dann war ich bei allen Ranches und habe mich auch vorgestellt und habe ihm auch gesagt, was wir hier da oben machen, weil wir sind ja eigentlich, also das heißt nicht eigentlich, sondern wir sind da oben vorrangig eben eine Ranch, die sich um verletzte Tiere kümmert. Ja, das heißt, egal ob das Kuh, Hund, Pferd ist, was man, wo man uns Bescheid sagt, wo wir gebraucht werden. Ich bin ein Tierheilkunde, kunde ich eigentlich ausgebildete Pferdetrainerin, ich war lange auf dem Gestüt, aber ich habe mich immer für Tierheilkunde interessiert. Ja. Und habe das dann eben mitgelernt. Und genau, das ist das, was wir da oben eigentlich machen. Aufgrund der Lage da oben bin ich das natürlich trotzdem eingegangen. Es ist aber nicht möglich, dass wir dort oben Viehtrieb haben. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, ihr seid wirklich, ja, ihr seid echt ab vom Schuss. Das muss man wirklich sagen. Ganz genau. Deswegen haben wir keinen Viehtrieb. Unser Farmmann da oben nimmt uns das auch nicht ab. Das heißt, wir haben andere Voraussetzungen von Anfang an gehabt. Also wir können uns halt nicht über den Viehtrieb, ich sag mal, mitfinanzieren. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Deswegen war es mir wichtig, dass ich eben, und weil ich eben auch keine Ahnung hatte von den Preisen, dass ich mit allen einmal rede und sage, hey, wie sieht das aus? Ich will nicht in diesen Konkurrenzkampf, ich habe keine Lust, dass wir uns hier gegenseitig die Köpfe einschlagen oder dass der eine schlecht über den anderen redet. Wenn ich weiß, ihr habt da unten eine Rasse, wo ihr spezialisiert drin seid oder sowas, dann kann ich immer noch sagen, hey, guckt da unten. Wenn ich weiß, die suchen was, wo ich weiß, ihr habt das und ich habe es gerade nicht, dann schicke ich die Leute runter. So habe ich das mit der Valentine Ranch gemacht und so haben wir das auch vorher gemacht. Aber Reisabsprachen an sich funktionieren nie, weil immer irgendjemand dazwischen grätscht. Und dann war es so, dass ich mich mit Missouri und auch mit der Valentine Ranch geeinigt hatte, zu Anfang auch mit der Rhodes Ranch, dass wir gesagt haben, okay, bei den Brandmarken 5 Dollar drauf und beim Verkauf plus 10. Also das, was die Brandmarkungskosten eben kosten, plus 10. Das waren am Anfang die Preise. Bei allen Tieren. Ja. Also quasi die Brandmarkskosten, die der Staat nimmt und plus 10 Dollar habt ihr immer drauf geschlagen. Genau, für den Verkauf. Okay. Ja. Dann hat sich das offensichtlich irgendwann geändert. Alle wussten Bescheid nicht, weil zu uns keiner gekommen ist. Das heißt, wir haben natürlich dann trotzdem für den Preis verkauft, obwohl das auch teilweise weh getan hat. Ja. Die einzige Einnahmekquelle war dann tatsächlich über die Pferde. Bis wir die Aufträge hatten, dann ist es natürlich auch so gewesen, dass wir weniger, ich sag mal, Baumwolle oder sowas erst hatten, weil wir nicht 10 Pens geben konnten. Und wir mussten ja irgendwie an Geld kommen. Wir konnten halt nicht für 10 Pens verkaufen. Ja. Und wir sind dann irgendwann hochgegangen auf 15 Pens. Ja. Und Gott sei Dank haben wir das mit Strawberry soweit geregelt, dass die uns da hauptsächlich abnehmen, bis auf die Brauerin. Der ist aus ihm zu teuer, aber das kann ich auch verstehen. Alles gut, aber uns geht's gut. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm. Wir haben das Gott sei Dank jetzt mittlerweile so hinbekommen und ich hab natürlich da oben auch noch zwei Stämme, teilweise drei Stämme, die dann immer tauschen. Ja, das kenn ich. Ja, das kenn ich. Ja, das kenn ich. Genau. Richtig. Ähm. So. Dann hab ich irgendwann, ja, ja, die Leute reden natürlich, wenn sie kommen, ne? Kennt ihr auch? Und dann haben die irgendwann angefangen zu erzählen, naja, die, ich nehme jetzt keine Namen in den Mund, aber die Ranch würde die Preise machen und die verkaufen die Pferde sogar unter Brandmarkungskosten, dann nehmen die wieder aber die anderen Preise und so weiter und so fort. Ja, okay. Da bin ich noch mal losgeritten, ne? Und hab noch mal mit allen gesprochen. Ja. Außer mit Miss Zoe, die hab ich da nicht angetroffen. Ähm, da war ich abends hier, da war tatsächlich keiner mehr da gewesen. Ja. Hab aber mit der entsprechenden Ranch auf jeden Fall gesprochen. Er sagte, nee, wir machen das so und so und wir nehmen da schon mehr und überhaupt und es waren hin und her. Also ich hab mit keiner Ranch irgendwie Stress, überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Aber ich hab gemerkt, dass dieses, was man ursprünglich mal gesagt hatte, dass das eben nicht mehr der Fall war. Und jetzt kam die Zucht hinzu. Mhm. Und jetzt explodieren die Preise. Verständlicherweise, weil wir können im Moment, das wird euch nicht anders gehen, von Rassen, die ihr wenig bis gar nicht habt, wenn ihr da was findet, behaltet ihr das, um zu zischten. Zum Beispiel, genau. Genau, machen wir auch. Also macht jede Ranch im Moment. Das wissen die Leute auch. Macht ja auch Sinn. Genau. Damit eben die Leute schneller an ihre Tiere rankommen. Genau. Heißt aber auch, dass der Preis natürlich entsprechend gestiegen ist. Natürlich. Weil wir uns zum Beispiel auf der Auktion, haben wir uns einen Zuchtscheier geholt, also den Hengst, den Schwarzen. Ja. Wir haben alles zusammengelegt, was irgendwie geht, mit allem Mann und haben für das Tier 180 Dollar bezahlt. Ja, das hat man tatsächlich gehört. Ja. Aber ganz ehrlich, muss ich mal, sorry, wenn ich da jetzt so reingrätsche, aber ich finde das ist, dafür, dass der so selten ist, finde ich, ist das ein ordentlicher Preis. Ganz genau. Haben wir auch gedacht. Weil es wird sich wieder, natürlich ist das dann jetzt erstmal ein heftiger Preis, aber das wird sich wieder tragen. Wir haben gesagt, bis 200 gehen wir. Das ist es uns wert. Wir haben keinen Schein in der Sichtung gehabt. Genau. Wir haben es ziemlich weit bis zur Sichtung. Mal haben wir Glück, mal nicht. Und ich will mich da auch nicht mit den Leuten drüber streiten. Da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Also haben wir gesagt, wir trommeln zusammen, was wir haben und legen das rein. Gehört noch nicht mal jetzt der Ranch, dann gehört jemand anderem, aber mit dem können wir halt zischten. Ja, genau. Und so steigen die Preise natürlich an, beziehungsweise sind die natürlich unterschiedlich. Ich bin mit den Leuten sehr offen, was die Preise angeht. Ja. Und ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, aber jetzt kommt ja noch dazu, dass einige Ranges nicht mehr brandmarken. Gehören wir auch dazu. Okay, gut. Das heißt, das sind die letzte Ranch, die noch brandmarkt. Genau. Genau. So wie ich es verstanden habe. Ich weiß es ganz genau. Also was heißt ganz genau? Mir wurde es direkt von der Valentine Ranch gesagt, dass diese es eben auch nicht machen. Genau. Und vom höheren Sagen weiß ich es auch von der Rhodes Ranch. Ja. Ihr seid die Einzigen, die das machen. Aber ganz ehrlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das finde ich in Ordnung, weil ich habe mir ja gerade eure Lage auch angeguckt, wie ihr da oben so sitzt und habe mir dann dort auch überlegt, ich wusste noch nicht mal, dass ihr gar kein Vieh treiben könnt. Wir haben weder Vieh zum Treiben noch Hühner noch sonst irgendwas. Wir haben nichts. Genau. Aber das weiß ich nicht. Ich meinte, dass ihr es gar nicht könnt, aber ich habe mir den Weg einfach angeguckt und habe mir gedacht, wow. Also ja, wow. Also den Weg, also ihr braucht quasi andere Einnahmequellen. Genau. Richtig. Und von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Und so wie mir, jetzt waren letztens auch Kunden bei mir, die haben mir gesagt, dass du dich zum Beispiel sehr gut auch mit der Pferdepflege, mit Pferdeheilen auskennst. Und ganz ehrlich, dann sind die Pferde tatsächlich bei dir bestimmt auch richtig am Platz. Und dann finde ich, ist das auch in Ordnung. Da habe ich nämlich zum Beispiel, das muss ich einfach mal so sagen, vom Pferdheilen, keine Ahnung. Also da bin ich nicht ausgebildet drin. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich hier keine fremdgezähmten Tiere mehr nehme, weil mir ist es in letzter Zeit einfach so oft passiert, dass die Leute hierher kommen, die Pferde wurden angeschossen, damit die langsamer sind, damit sie sie zähmen können, dann stehen die Pferde verletzt hier bei mir mit Kopf hängen und ich soll die Brandmarken auch noch. Da habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Du kannst bei mir ein Pferd kaufen. Das ist auch nicht so teuer, dass du verarmst an der Sache. Aber dann weiß ich, das wurde ordentlich gezähmt. Es wurde ordentlich von uns gebrandmarkt und du kriegst ein gepflegtes Tier, ein gesundes Tier. Aber das nehme ich nicht. Da läuft einer mit dem Revolver rum. Ja, der ist immer mal da. Ja, tatsächlich ist das der Punkt. Also ich habe das auch schon gehört, die Valentine Ranch hat die Leute auch schon hochgeschickt, deswegen wusste ich, ich habe mit denen heute auch nochmal gesprochen. Ich habe auch gehört, dass das die Rhodes Ranch nicht mehr macht. Die haben jetzt noch nicht mit uns gesprochen, aber dann habe ich überlegt. Also ich weiß, dass jetzt seit drei Tagen, glaube ich, oder zwei, drei Tage, glaube ich, weiß ich es. Also haben wir überlegt. Zu dem, wie wir da oben leben und wie wir mit den Tieren auch in der Natur drumherum umgehen. Ich meine, wir haben einen Ranchbären da oben. Also wir sind sehr in der Natur verbunden oder sehr tierlieb. Kannst du dir vorstellen, wenn die Tiere da hochkommen. Also ich habe gestern erst jemand vom Hof gejagt, wo ich gesagt habe, das kann halt nicht wahr sein. Aber natürlich kann ich mich um die Tiere dann kümmern. Also habe ich überlegt, was mache ich? Eigentlich finde ich das total gut und ich würde das gerne unterstützen, wenn du das auch so machen. Auf der anderen Seite ist das eine Einnahmequelle, die wegfliegt. Ja. Das muss ich auch bedenken. Das heißt, dann kann ich das da oben nicht mehr machen. Und, das ist auch noch ein Punkt, wenn jetzt die letzte Ranch aufhört zu Brandmarken, dann habe ich ein bisschen Sorge, dass das Government sich einmischt und dann sagt, so, wenn ihr nicht das macht, was wir euch sagen, nehmen wir euch die Ranches weg. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Frage nur. Haben Sie zufälligerweise noch zehn Baumwolle auf Lagerde? Reiten Sie mal runter, da müsste Mary noch rumlaufen. Die kann Ihnen bestimmt was geben. Ne, ich wollte erst mal wissen, ob Sie es noch haben. Ich müsste erst mal Geld holen. Ja, habe ich. Gut. Okay. Ne, ich würde so in einer halben bis Stunde noch mal vorbeikommen. Alles klar. Ich muss erst mal schauen. Ich habe da ein Set sehr wertvoll in Edelstein gefunden und mal gucken, wer ihn mir abkauft. Jo, machen Sie das. Ja. Gut, alles klar. Danke. Schönen Abend. Das gleiche. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Genau. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass das Government sich dann irgendwann einmischt und sagt, wir nehmen euch die Ranches weg. Aber dann müssten, ja, das würde ich sehr, 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 wie soll ich das mal ausdrücken? Schwach ist der falsche Ausdruck. Aber das würde ich für merkwürdig finden, ohne mit uns zu reden. Das meinte ich. Genau, ja. Das denke ich auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich finde das Konzept, dass wir drei hier unten das nicht machen, weil wir darin nicht ausgebildet sind, ihr das da oben aber noch macht, weil ihr darin ausgebildet seid, das Konzept ist doch gut. Ja. Also von daher, ich habe da überhaupt gar kein Problem damit, wenn ihr das weitermacht. Also quasi, wenn ihr dann die Einzigen seid, die das machen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Womit ich nur, sage ich mal, und deswegen war ich grundsätzlich quasi und wollte mit den ganzen Farm reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kommen Leute, die sind so, ich sage mal, drei Tage hier im County und kommen mit einem Muli geritten. Mhm. Und informieren sich bei mir im Pferd, wollen ein Pferd kaufen und wollen direkt den Turkmeni kaufen. Ja. Die wollen aber eben auch direkt den Turkmeni kaufen, weil die ja gefragt haben, was kostet der so? Und da haben wir die Preise gesagt, die mir quasi mit Übernahme der Farm vorlagen. Ja. Und da haben die gesagt, ist in Ordnung, mach mich mal auf die Bestellliste, weil das war bezahlbar. Das hieß nämlich ein Turkmeni irgendwo bei, weiß ich nicht. 90. Ach, das war noch weniger, weit weniger war das noch. Okay. So. Und da habe ich gesagt, Leute, das geht so nicht. Die Leute kommen, weil der Punkt ist ja der, der kauft sich einmal den Turkmeni und da wird sich nie wieder ein anderes Pferd kaufen. Ah. Na, na, na. Na, 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 na. Ha. Du weißt, dass die Leute die Pferde versuchen, bei den Ranches am günstigsten zu bekommen und sie dann weiterverkaufen teuer? Das kommt noch dazu. Genau. Das kommt noch dazu. A, möchte ich diesen Markt nicht eröffnen. Ja. Also ich möchte einfach Preise für die Pferde, oder ich hätte gerne Preise für die Pferde, dass sich der Markt nicht eröffnet, also dass sich das nicht rentiert für die Leute, die wieder zu verkaufen. Ja. Und B, hätte ich es gern, dass die Leute tatsächlich, die mit einem Muli oder mit einem Esel zu mir kommen, dass die eben dann als dazwischen erstmal ein ungarisches Halbblut, ein Nokota, ein American Standard Bread oder ein American Paint nehmen, weil das eine Verbesserung ist, sage ich mal. Genau. Und dann, sage ich mal, durch ihre Arbeit weiter sich einen, was sie eben dann wollen, Bretone, Shire, Turkmene, sich ersparen. Aber ich habe das Gefühl, die Pferde dazwischen, gerade die, die ich jetzt genannt habe, die fallen einfach in der Regel weg. Und das finde ich halt schade. Deswegen wollte ich, ob wir nicht die Möglichkeit haben, alle irgendwie eine Preisstruktur zu machen, dass alle Pferde beim Käufer einen Platz haben. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, pass auf, ich kann dir das ganz offen sagen. Ähm, wir verkaufen die, ähm, Standard Breads, Kentuckys, ne, wir sagen das andersrum. Ähm, Kentuckys morgens 20 Dollar. Mhm. Ne, wenn die die nicht brandmarken, wenn die die direkt bei uns kaufen, bin ich beim Kentucky auch nochmal. Aber das sind eher die nervöseren Tiere, die verkaufe ich eher seltener. Ähm, sondern wenn dann eher an morgen. Ja. Die sind recht robust. Gerade auch für Reitanfänger. Ähm, und die Standard Breads werden sowieso sehr gerne genommen. Die sind halt jetzt schwarz immer wunderhübsch, ne. Das sind schon mal große Tiere, da, äh, nehmen die Leute gerne. Äh, so, wenn ich jetzt wirklich Leute haben, die, die frisch aus dem Zug kommen, nämlich da 20, wenn ich Leute habe, wo ich merke, die waren schon mal da oder, ne, die haben das Geld, dann gehe ich auch 25 hoch. Ja. Dann dürfen die auch gerne nochmal 5 Dollar drauflegen, ne. Ja. Oder ich handel mit denen so, dann ist das ja möglich. Ähm, dann kommen als nächstes, haben wir dann, äh, die Pains und die, was haben wir noch dazwischen. Oh, lass mich nicht lügen. Warte mal, die Pains, die Mustangs sind dann schon wieder eine andere Kategorie. Ähm, aber die Pains so für, die verkaufen wir, glaube ich, für 35 bis 40, glaube ich, ist da der Preis aktuell. Das ist jetzt, ich hab's, ich hab die Liste nicht dabei, aber ja. So, aber Pains sind tatsächlich auch nicht so oft, außer in dieser einen speziellen Farbe, ähm, das ist dieses Weiß mit diesem Schwarz oben drauf, das aussieht, als würde eine Decke drauf liegen. Mhm. Genau. Ich wollt grad mal bei mir nachschauen. Moment, ich guck mal, ich hab hier jetzt einen Notizblock dabei. Mhm. Ähm, 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 ähm. Ja, was sagst du beim American Paint? Ich glaube, der war um die 40, aber jetzt schlimm. Ja, da liegen wir, äh, so ziemlich gleich. Genau. American Standard haben wir auch so bei 25, ähm, bis 30 haben wir da gemacht. Genau, und wenn jemand ganz frisch kommt, dann kriegt er den auch, wenn wir noch einen da haben, für 20. Das ist auch okay. Genau. Aber, aber da sehen wir es ja schon, ähm, 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 gerade wenn wir jetzt, ähm, das ist das, ähm, ein sehr gutes Beispiel der American Standard. Ja. Weil da kann man nämlich, wenn man eben normalerweise den Preis von 25 bis 30 hat, kann man eben, da kann man individuell auf die Person, die zu einem kommt, reagieren. dem man entgegenkommt, weil die Brandmarktgebühren halt günstig sind bei denen. Genau, richtig. So, und das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich hatte alle Brandmarktpreise plus 5, äh, Dollar fürs Brandmarken. Ja. Und da denke ich mir, äh, sorry Leute, das ist ja absoluter Schwachsinn. Ich kann ja überhaupt nicht mit Leuten, man kann ja gar nicht auf die individuellen Situationen eingehen. Naja, ähm, das, das ist, das ist tatsächlich Quatsch. Das macht halt, das macht halt gar keinen Sinn, weil du hast ja dann, kannst nicht mehr handeln, ähm, dann, dann kommt es immer auf die Farben drauf an. Bei den Ungarn zum Beispiel, weißt du es auch, da ist der Rote sehr, sehr beliebt, ne? So, und wenn die Leute das haben wollen und darauf sparen, dann ist das in Ordnung. Ähm, ich kann Ihnen sagen, den roten Ungarn verkaufen wir im Moment für 45, die anderen so für 40. So, das ist unser Preis dafür. Der, äh, der Ungarische. Genau, und die gehen weg für den Preis. Ja, genau, genau. Die gehen weg für den Preis. Der, 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 der Rote, du meinst jetzt der Rote, den, den ganz Rote, du meinst nicht den Chestnut, ne? Ne, den Libat, Libat Chestnut heißt der, glaube ich, oder der ganz Rote, der Feuerrote. Genau, genau, nicht den Flexen Chestnut, genau. Genau, richtig, genau. So, den wollen, den wollen natürlich viele haben. Wir haben tatsächlich auch einen Zuchthengst dafür. Ähm, unser erstes Fohlen war ein Ungare, war ein roter Hengst und eine schwarz-weiße Stute, kam ein grauer Ungare raus. Oh. Genau. So, den wollen viele, das heißt, wenn du weißt, den wollen viele, Angebot und Nachfrage. So sehe ich es genauso. Richtig. Das ist ja, müssen wir ja auch nicht drüber reden, das ist ja auch beim Shire genauso. Ganz genauso. Beim Shire. Angebot und Nachfrage. Die Leute fragen nach dem Shire. Ich habe jetzt Fohlen gerade eben gehört, der hat bei mir einen Shire bestellt. Ich habe gesagt, ja du, ich kann es mit auf die Liste nehmen, aber noch habe ich keinen. Und die ersten, die ich kriege, wären Zuchttiere. Und so sagt er, naja, ist immer noch besser als auf der Rhodes Farm. Die haben schon 32 Bestellungen. Ja, wir haben dafür auch eine Menge Bestellungen. Mag sein, ja. Aber wenn ich mir jetzt den Shire dann anschaue, auch mal so generell das Pferd und dann einfach mal einen Bretone nehmen, also gut, das ist natürlich eine persönliche Sache, aber dann würde ich tatsächlich eher den Bretone nehmen. Ich auch. Ich liebe Bretone über alles, aber du kannst, Bretonen können auch nicht alle reiten, weil die reiten die tot. Die reiten die tot. Das ist möglich, ja. Ja, das ist halt der Punkt. Und die sind auch tatsächlich, eigentlich finde ich, dass die Bretonen sogar noch seltener sind. Das stimmt. Und jetzt sage ich dir auch was und da bin ich ganz offen. Wir haben heute jetzt das Öfteren gehört, dass in Blackwater zumindestens wird erzählt, ich weiß nicht, ob sich da ein Mitarbeiter Spaß gemacht hat oder ob es überhaupt ein Mitarbeiter war. Das ist alles immer nur hörend sagen, dass ihr die Shire für 300 verkaufen würdet. Wir. Das habe ich vorhin tatsächlich, kam einer hier hoch zu uns geritten. Ja. Ähm. Wie ist das? Darf ich euch ganz kurz stören? Ja. Und zwar war der junge Mann eben nochmal da wegen der Adena-Stute oder der ist noch da und der hat gefragt, ob wir vielleicht kurz mitkommen können, weil der Herr sich mit seiner Adena-Stute nicht hertraut. Der ist doch mit seiner Adena-Stute tot. Ja, aber das ist nicht der, um den es eigentlich wohl geht. Ach so. Und ob einer von uns mitkommen kann? Ja. Ich würde einmal kurz mit ihm mitreiten, wenn das okay ist. Ja, natürlich ist das okay. Mach das. Na klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Ja, okay. Bis gleich. Ähm. Ja, nochmal zu unserem fiktiven Preis von 300 Dollar. Ja. Ähm. Das ist echt süß, weil ich hab kein... Pass auf. Ich hab mir das schon gedacht, dass das gequatscht ist. Und ich hab's jetzt... Na natürlich. Ich hab's jetzt gedacht, okay, pass auf, wir probieren das aus. Ich kannte euch ja jetzt noch nicht. Ja. Wir probieren das jetzt aus. Ähm. Und eben war tatsächlich jemand da, der nach dem Scheier gefragt hat, das war ein Mitarbeiter von mir. Ah, okay. Der hat gesagt, was das kostet. Ja. Und da war ich sehr beruhigt, als ich zurückkam und sagte, ne, er sagte so um die 120 und muss man nochmal gucken, aber dass ihr auch keinen habt. Das heißt... Ja, genau. Ne, Gerüchte. So, wie ich's mir schon gedacht hab. Ähm. Wir haben heute mit, ähm, mit einem anderen Ranch. Ich kann... Ach so. Ganz stopp. Ja. Das heißt, den jungen Mann kann ich von meiner Liste wieder runternehmen? Ne, ne, der hat den nicht bestellt. Der wollte nur fragen. Der hat keinen Scheier bestellt. Ach so, das war quasi nicht der, der gesagt hat, ich will trotzdem auf die Liste. Alles klar, gut. Er wollte nur nach dem Preis fragen. Ähm. Der, ähm, also, ich erklär dir auch gleich, warum wir das gemacht haben. Ich weiß, das ist nicht die nette Englische, aber ich erklär dir gleich, warum wir das gemacht haben. Alles gut. Ähm, jedenfalls haben wir, wir haben Scheier auch zur Zucht da, wir haben auch das erste Scheier-Baby, äh, das ist ein schwarzer Hengst, den werden wir aber auch zur Zucht weiter behalten. Ja. Ähm, wir tauschen aber tatsächlich mit, äh, der Valentine Ranch uns aus. Wir haben den Weißen, das heißt, äh, dass die die Möglichkeit haben, den Schwarzen zu bekommen. Und, ähm, wir haben dann die Möglichkeit, den Weißen zu bekommen, ähm, und tauschen die einfach entsprechend untereinander aus. Dann ist das geklärt, muss sich keiner den Kopf machen. Wir leben da nämlich auch so, oder wir sind da auch so, dass wir sagen, ey, ist doch gut, wenn, wenn dann jeder hat, ja, wir werden trotzdem alle einen Preis dafür bekommen. Und, äh, wir haben auch gesagt, wir würden bei 150 ansetzen und vielleicht noch 20 Dollar für Handlungsbasis runtergehen. Und dann sind wir ja genau bei dem, was ihr auch sagt. Ja, guck mal, schau mal. Ja, also so unterschiedlich scheinen wir ja dann tatsächlich nicht zu sein, ne? Also das ist ja... Ich sag dir das, weil wir das Problem mit, äh, mit, äh, ja, mit der Road-Srange hatten. Ich kann... Ja, das hab ich schon mal gehört, ja. Ja, das hab ich schon mal gehört, ja. ... nichts Böses über die Road-Srange sagen. Wir waren dort. Ja. Der Mann redet zwar ein bisschen langsam, aber er ist zumindest auskunftfreudig. Da war es nämlich auch so, dass wir viele Preise bekommen haben, ähm, es wurde teilweise auch relativ schlecht über uns geredet, ähm, was mich ein bisschen geärgert hat, weil ich schon zweimal dort war, ähm, und ich dann dachte, Mensch, das kann doch nicht sein, wenn man sich schon unterhält, warum kommt dann mal nicht zurück, ne, und redet dann. Ja. Die haben sehr, sehr viel Kundschaft da unten und ich gönne denen das auch. Das sollen die haben, die haben nämlich genauso viele Probleme, die werden ständig überfallen, ne, also sollen die auch Kundschaft haben, das ist überhaupt kein, gar kein Problem. Ja. Ähm, aber, ähm, erst wurde erzählt, dass die komplett unter Preis sind, was er dann gesagt hat, nee, das stimmt nicht. Das wäre natürlich für alle anderen Register tot gewesen, wenn die 20 Dollar günstiger verkaufen. Ja. Keine Ahnung, wie die das hätten anstellen sollen, aber ne? Das wäre jetzt gleich mein nächstes gewesen, das kann man ja, also bei dem, was ich hatte, kann ich keine 20 Dollar runtergehen, weil dann lege ich jedes, bei jedem Pferd drauf. Genau, richtig. So, ähm, dass dann, wenn dann neue Leute kommen, dass sie dann die Settler auch für 5 Dollar rausgeben und so. Das kann ich halt nicht machen, das können wir alle nicht machen. Ne, das kann ich auch nicht machen. Ich meine, was er mir, ich war ja auch dort, was er mir ganz klar gesagt hat, äh, die, die, die Startup-Pferde, ähm, gehen bei ihm sehr günstig raus. Ja. Weil die der Meinung sind, ähm, was ich ja vielleicht auch noch sogar nachvollziehen kann, dass Bürger, die hier ins Land kommen, also ein Pferd sollte man haben, um ordentlich arbeiten zu können. Bin ich komplett bei denen, aber ein Pferd kann man eben auch kaufen, wenn man mit 25 Dollar anfängt. Ja. Also, deswegen, er hat nicht gesagt, was die verlangen. Das weiß ich nicht, aber gut. Es ist ja auch deren Sache. Richtig. Also, wie gesagt, die müssen das ja auch nicht irgendwie absprechen. Die müssen niemandem Rechenschaft schuldig geben. Schwierig wird es dann eben, wenn, ähm, wenn natürlich, ich sag mal, böses Blut geschürt wird. Ich weiß noch nicht mal, ob das von denen persönlich kommt oder nicht. Das sind dann immer die Kunden, die dann hin und her, ne. Ja. Weil ich sag auch zu den Leuten, ey, gerade beim Shire, als wir noch nicht, oder als es mit der Zucht noch nicht raus war, dass wir es dürfen, hab ich auch gesagt, hey, geh zu den anderen Wrenches, lasst euch mit auf die Liste schreiben. Der, wer zuerst hat, der wird verkaufen. So, wenn ihr das wollt, das macht keinen Sinn, dass, äh, ich hab hier, weiß ich nicht, neun Leute auf der Liste, ähm, dann kann ich dir das offen sagen, versuch dich bei den anderen Wrenches auch reinzutragen, dann wird's wahrscheinlich genauso aussehen, aber dann habt ihr eben ne Chance darauf wenigstens. Genau. Und die meisten Leute melden sich ja auch nicht wieder ab, wenn sie, wenn sie ihr Pferd haben. Das kommt noch dazu, genau. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, mit der Rollsbench gibt es, gab es, jetzt nicht von meiner Seite aus immer wieder irgendwelche Probleme, ähm, ich weiß nicht, wie die sich dran halten oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich hab's versucht, da jetzt mehrfach mitzusprechen, ähm, wenn die ihr Ding machen wollen, alles gut, ich hab überhaupt gar kein Problem mit denen, ähm, es wird eben nur viel erzählt, ab und zu muss man da dann eben mal nachgucken. Und da hatten wir es dann nämlich so, dass wir das selber nachgeguckt haben, als sie gesagt haben, die verkaufen für 5 Dollar. Ja. Ähm, und Mitarbeiter, die dann nachher bei mir angefangen haben, die waren vorher nämlich immer dort und haben dort auch gekauft, haben gesagt, das können sie sich nicht vorstellen, sind da dorthin und dann stellt sich raus, ist alles nur gequatscht. Ja, ja. Und deswegen haben wir das jetzt so genau gemacht, ne, weil du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Ja. Ähm, deswegen alles gut. Wir sind da eben so, dass wir sagen, okay, die, ähm, 120 bis 150 für den Shire, das ist definitiv gerechtfertigt, die Nachfrage ist sehr hoch. Richtig, genau. Wenn ich höre, dass Shire, äh, gekauft werden von den Ranges für 80, 70 Dollar und dann für 200 Dollar wiederverkauft werden, dann wird mir halt schlecht. Genau. Genau, das, genau, richtig. Da wird mir tatsächlich richtig schlecht, weil ich das irgendwie, ne. Genau. Ja, und so, so handhaben wir das so. Beim, beim Mustang zum Beispiel. Da mach ich so, da sind ja die Brandbankungskosten 50 Dollar. Gibt nicht so viele Leute, die Mustangs wollen, ne. Das ist, zumindest bei uns hier oben, also weniger. Ja. Ähm, wenn die einen Mustang haben wollen, dann, ähm, kriege ich da die 10 Dollar drauf, dann sind die bei 60. Wenn es eine ganz super seltene Farbe ist, wie der Tiger Straight Bay oder sowas, dann sind es vielleicht bei 65. Aber nicht höher. Okay. Weil ich finde, das ist in Ordnung. Ne, also es sind Tiere... Also beim Mustang liegen wir tatsächlich höher, weil er bei uns schon doch das eine oder andere Mal nachgefragt wird. Ihr seid näher dran wahrscheinlich dann, ne. Genau. Okay. Aber auch bei den verschiedenen Farben. Der Silbernetz zum Beispiel, der ist bei uns auch preiswert. Ähm, und... Hat mich das letztens jemand gefragt, äh, der sagte ja, der hat gesagt, der Silbernetz so selten, äh, der würde 65 Dollar finden, das ist ein guter Preis. Ja, das ist ein guter Preis. Würde ich auch nehmen. Also, ja. Aber das sind ja so Dinge, wo man dann nochmal sagen kann, ey, okay, wenn ich weiß, bei euch sind die Mustangs gefragt, aber bei uns halt nicht. Ähm, ihr verkauft die für den Preis. Ja gut, dann gehen wir auf den gleichen Preis und dann ist das fertig. Dann kommen die Leute immer noch und können sich die Ranch dann halt aussuchen. Logisch sind die bei euch schneller, weil die halt im Westen da unten eben auch sind. ne, weil die Leute... Genau, genau. Die kommen, das sind tatsächlich die Leute eher, die von da unten kommen. Das muss man tatsächlich sagen. Genau. Ja, so sehe ich das auch. Aber das, das sind eben die Dinge, die wird es ja immer geben. Ja. Ne, also bin ich, denke ich zumindest so. Und es wird auch immer, sage ich mal, so preisliche Unterschiede zwischen den Farmen gehen. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein Markt und so soll es ja auch sein. Genau. Mir war, wie gesagt, einfach nur wichtig, dass wir irgendwie von dem Punkt wegkommen, wir nehmen einen Appel und ein Ei plus der Staatsgebühren. Ja. Das war mir wichtig, weil wir können, wie gesagt, und wichtig war mir, dass wir auf die verschiedenen Leute individuell reagieren können. Ja. Und das konnte ich nicht und deswegen habe ich die Farmen aufgesucht und war im Grunde genommen, war meine Bitte irgendwie tatsächlich die Preise insgesamt anzuziehen, damit wir einen Handlungsspielraum haben. Und wir haben es auch erst dann jetzt gemerkt, dadurch, dass die Leute eben kamen und sagten, noch viel billiger. Und dann haben wir gehört, die werden dann weiterverkaufen und haben gesagt, okay, das machen wir nicht, wir ziehen an. Das geht nicht anders. Ja. Ja, genau. Ja, dann denke ich mal, dann sind wir ja schon, zumindest mal, wenn ich jetzt die Valentine Farm, eure Farm nehme und wir, sind wir ja schon auf einer Wellenlänge irgendwo. Ja, denke ich auch. Mit Rhodes habe ich, wie gesagt, auch gesprochen. Der Mitarbeiter oder der Vorarbeiter, der das war, die Chefs waren da gerade nicht da, hat mir gesagt, er gibt es weiter, ob sie sich melden, wusste er nicht. Und ich sage mal so, er war jetzt auch nicht sonderlich zugänglich. Ja, das habe ich auch. Aber das muss nichts heißen. Genau. Das muss tatsächlich nichts heißen. Ich meine, ich kann mir ja auch vorstellen, dass die von ihrer Arbeit sehr überzeugt sind und dass die auch sehr gut mit ihrer Handlungs- oder Firmenstrategie fahren, dann ist ja auch alles gut. Genau. Das müssen sie ja auch nicht. Bloß, weil jetzt der Dev daherkommt, irgendwie muss ja nicht jeder dieselbe Meinung haben. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich finde das auch okay, wenn die, also solange sie nicht so günstig sind, dass wir merken, okay, es kommt halt keiner mehr, weil die halt für, keine Ahnung, 40, 30 Dollar günstiger verkaufen, dann müssen wir uns vielleicht nochmal zusammensetzen und sagen, hey, ist das denn Sinn und Zweck der Sache? Also ich meine, ne? Genau. Dann ist natürlich immer noch die Frage, ob sie sich dann bereit erklären, sich hinzusetzen. So, gut. Ganz genau. Oder wir müssen dann halt reagieren. Genau. Aber ich fände es halt wirklich schade, wenn wir dann wirklich so komplett weit runter gehen müssen, weil dann macht der Pferdemarkt auch keinen Spaß mehr. Ich will nicht jeden Tag nur... Die meisten Renters haben halt den Vorteil, dass sie halt noch den Nebeneinkommen durch das Vieh haben. Und die sind da ja noch, die sitzen ja sehr nah dran, sie haben sehr kurze. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja wirklich ein Katzensprung, was die haben. Und dadurch kann man ja auch, ich sag jetzt mal, wenn man beim Pferd halt ein bisschen weniger verdient, das holt man halt mit den Kühen oder so schnell wieder raus. Richtig. Ja. Und manchmal ist ja auch weniger mehr. Ich hab dem halt auch gesagt, so ey, vielleicht wusstet ihr das nicht, aber wir haben halt die Möglichkeit nicht. Deswegen wäre es halt gut, wenn wir irgendwo wenigstens bei den Preisen auf einer Wellenlänge sind. Wenn ihr eure Kräuter oder eure Baumwolle für 10 Pens verkauft, dann go for it. Wenn ihr das machen wollt, dann ist das okay. Ich kann es halt für 15 Pens. Ja. Und dann sind wir damit ja fein. Kann ja jeder machen, wie er das will. Nur sollten wir halt an den Pferden gucken, dass das halt mindestens ein gleichwertiger Markt ist, dass wir uns halt jetzt nicht die Haare gegenseitig ausreißen, weil das macht keinen Sinn. Genau. Ja, das will ich auch gar nicht. Also wie gesagt. Ich hab auch keine Lust auf Hackereien. Ne, genau. Also da hab ich überhaupt keine Lust drauf irgendwie. Wie gesagt, dass es immer mal Unterschiede gibt irgendwie und dass es immer wieder Situationen geben wird, wo der eine Kunde zur nächsten Range rennt und über die Range, wo er gerade eben war, erstmal vielleicht keine guten Töne verliert, weil ihm das Angebot vielleicht zu schlecht war. Aber das wird es immer geben. So. Damit müssen wir einfach leben irgendwie. Und ich denke, das können wir auch. Also ich meine, da muss man unterscheiden. Aber wie gesagt, wenn ihr wieder mal sowas hört von von wegen hier 300 Dollar irgendwas gibt, meldet, sagt einfach Bescheid oder fragt einfach nach. Ihr werdet von mir immer eine ordentliche Antwort bekommen. Ja. Also mir geht das überhaupt gar nicht darum, irgendwelchen anderen Farmen hier irgendwie vor dem Koffer zu, ja, will ich nicht sagen. Ich sag den Leuten dann auch so, ja, das ist gut und dann erkläre ich den Leuten, was wir da oben machen. Dann sage ich, deswegen nehmen wir vielleicht dann keine Ahnung, die fünf oder zehn Dollar mehr. Ja. Weil zum Beispiel ich für das Behandeln von den Pferden, oder ich gebe ja auch die Reitstunden zum Beispiel. Ja. Das ist auch was, was ich oben mache. Wenn ich jetzt Leute habe, du glaubst nicht, wie viele Leute mit ihren Moody's kommen, die verletzt sind. Ja. Dann habe ich natürlich auch die Kosten, die Sachen von den Ärzten zu kaufen, die Bandagen herzustellen, fertig zu machen, damit die Tiere versorgt werden. Dann sage ich, ja, wenn ihr irgendwann was habt, dann kommt er nochmal vorbei und bringt irgendwas. Oder bringt uns Pflaumen oder Zeug für Pferdefutter und dann ist halt auch okay. Aber bringt die Tiere hoch, anstatt dass ihr sie irgendwie dann irgendwo erschießt oder sowas. Ja, ja, genau. Und dadurch rechnet sich das eben wieder zurück und nur dadurch kann ich das halt auch machen. Dann ist das auch okay. Ja. Du musst den Leuten halt nur die Wahrheit sagen und dann ist das auch kein Problem. So. Ja. Und, äh... Ja, nee. Vollkommen richtig. Genau. Sehr gut. Dann haben wir das. Gut. Ja, ich denke, ja, ich denke, da haben wir das. Wie gesagt, ich versuche da wirklich offen jetzt auch mit allen Farmen umzugehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn euch irgendwas Blöde vorkommt oder so. Manchmal macht man ja vielleicht auch dumme Aktionen. Ja. Gehört bestimmt auch dazu. Meldet euch einfach. Hört ne irgendwie auf irgendwelche, sag ich mal, Gequatsche von irgendwelchen Leuten. Dann fragt lieber direkt an der Quelle nach. Ja, na. Andersrum genauso. Weil, wie gesagt, mach ich auch. Genau. Dann komme ich wieder hochgeritten und, äh... Ja. Genau. Und dann frage ich einfach nach, weil das ist mir einfach sicherer als so wirklich zum Teil richtig dummes Gerede. Weil, wie gesagt, also 300, da komme ich gar nicht drüber weg, wie gesagt. Da kann ich nur lachen, weil, wie gesagt, ich habe noch nicht mal einen gesehen. Also, ne, in der Sichtung oder sonst irgendwas. Und das sage ich auch immer wieder. Also, ja, egal. Es ist, wie es ist. Ja, ja, eben. Ähm, so, andere Frage ganz kurz. Ja. Ihr habt Bretonen da, mit denen ihr züchtet? Ja. Hätte ich gern. Schade. Ja. Ich habe heute... Ja, ich habe wieder einen Scheier, ich habe keinen Bretone. Und heute haben wir unseren ersten, äh, Northern Roadster, äh, bekommen. Okay. So. Die sind ja auch selben. Wir haben einen Norfolk Hengst. Habt ihr eine Stute? Ah, da müsste ich tatsächlich nachgucken. Ja, wir haben einen Norfolk Hengst und wir haben einen Gypsy Hengst. Und wir haben noch keine Stute dazu. Und vielleicht können wir ja tauschen. Wir können euch dann vielleicht auch mal den Scheier mit zur Verfügung stellen. Ja. Ja. Ach, das können wir auf alle Fälle machen. Ähm, warte mal. Ich notiere mir das mal. Was du jetzt gesagt hast, wo ihr quasi einen Hengst habt. Gypsy war das? Genau. Gypsy in schwarz-weiß. Ja. Und in Norfolk, das ist so dieses weiß-grau. Äh, genau. Und auch ein Hengst, ne? Genau. Und auch ein Hengst. Dann haben wir, ähm, den, äh, den Vollgluthengst in dem, äh, Double Black. Der seltenere. Hm. Hallo. 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 Hey. Ich störe so ungern schon wieder. Ja. Komm mir langsam so vor. Ähm, der Herr fragt, ob wir einen Turkmen im Verkauf haben. Süß. Gib ihm die Antwort. Süß. 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 Ja. Nee, haben wir nicht. Okay. Ähm, 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 dann sag ich ihm das so. Ja, sag ihm das so. Wenn er auf die Warteliste möchte, kann er das gern tun. Ähm, schreib dir einfach seinen Namen und seine Postfachnummer auf. Okay. Sag ich ihm. Okay. Bin wieder weg. Jo. Ich sag's doch. Ich verstehe auch gar nicht. Also ich hab auch Deputies, die Turkmen wollen, ne? Ich hab denen das gesagt, so, ey, das sind keine Pferde, die für einen Deputies-Dienst eigentlich gemacht sind. Wirklich nicht. So wie ich das jetzt verstanden habe, wir haben ja einen Turkmen Fohlen, ne? Ja. Das sind aber ja Privatpferde. Ja. Von Leuten. Und das sind Deputies. Und so. Ich will da jetzt kein Gerücht in die Welt setzen. Aber ich glaube, ich hab das heute so aufgeschnappt, dass die Polizisten damit ausgestattet werden. Ja, die haben bei uns auch angefragt. Ähm, ey, die, ne, wenn die reiten können. Aber ich hab denen das gesagt. So, das ist, setzt da keine Leute drauf, die nicht reiten können. Dokumente sind da echt nicht einfach drinnen. Ja. Aber ich mein, gut, wir können es denen halt auch nicht vorschreiben, ne? Ne, genau, das müssen sie, das sollen sie selber wissen. Nein. Ähm, okay, den Vollbluthengst auch, äh, 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 Hengst. Ja, genau. Hengst. Okay. Dann haben wir, ähm, na klar, den Scheierhengst, den schwarz. Also wir haben dann zwei, wenn der andere groß ist. Ja. Ähm, den zweiten geben wir dann, leiden wir dann auch gerne aus, das ist kein Problem. Den leiden wir dann ja auch schon in die Valentine Ranch mit aus. Ja. Warte, warte du mal bitte ganz kurz, ich muss was trinken gehen, sonst fall ich ja nämlich um, sehe ich gerade. Ja, mach das, kein Problem. Ja, siehst du, man muss noch mit dem Lacken reden. Die Bumpe macht dasselbe Geräusch, was unsere Bumpe macht. Ja, das stimmt. Puh, das war allerhöchste Eisenbahn. Äh, genau, lass ich mal kurz überlegen. Also Gypsy haben wir, Norfolk haben wir. Den niederländischen. Genau, niederländisches Warmblut haben wir auch, und Sea Brown haben wir auch einen Hengst. Ah. Ne, Gott, war der doch, war der doch, oder? Ich merke schon, ihr steht auf Hengste, oder? Wir kriegen, also wenn wir im Moment was kriegen, dann Hengste. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hätte gerne mal eine Stute zwischendurch. Ähm. Ja. 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 Ja, und ansonsten haben wir halt noch die Ungarn, ne? Da haben wir halt auch, weil die sind nicht wirklich der Mensch, aber die Menschmitarbeiter, also da kann man auch immer was hin. Ähm. Okay. Genau, das sind so die, wo wir jetzt sagen, okay, da wäre es schön, wenn dann irgendwann eine Stute mit dazukommt, damit man da weitermacht, weil ich weiß selber, wie das mit den Sichtungen ist. Ja, ja, genau, das weiß ich. Was wir gar nicht haben, ist Missouris. Die sind ja auch gefragt. Ja. Ja, ich muss eigentlich bei den ganzen sagen, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht. Ja, genau. Weil die sind wirklich, ähm, ja. Missouris und sowas haben wir alles nicht. Was wir immer noch zwischendurch haben, sind Araber, aber die verkaufe ich auch meistens direkt. Ja, genau. Also dann kann ich jetzt nicht an, mit zu züchten. Ne, ich ehrlich gesagt auch nicht. Und, ähm, was wir jetzt die Tage gemacht haben, ist, ähm, uns, ähm, tatsächlich auch mal so ein paar Pferde, äh, geholt, um eben zu züchten, aber das ging halt dann auch, äh, dann direkt, ähm, ja, sichtbar aufs, ähm, Firmenkonto, ne? Genau, weil bei uns auch, ja. Und deswegen, da muss man eben jetzt dann auch erst einmal schauen, dass man auch mal wieder ein bisschen was an den Mann bringt. Richtig. Genau. Also wenn ihr da irgendwas habt, dann sagt Bescheid. Ich wollt grad sagen, mach ich und ich, ähm, ähm, sagst du mir nochmal deine, deine Postfachnummer? Drei, sieben, eins. Drei, sieben, eins. Genau. Warte, schreib mir deine auch mit auf. Wir haben sie bestimmt oben stehen, aber nur damit... Ja, das, das war die drei, äh, äh, Quike, zwei, drei, sieben. Safe, ne? Genau. Perfekt. Und, ähm, ich schau nämlich dann bei uns nochmal in den Stall und dann kann ich dir nämlich auch mal schreiben, was wir so haben, weil das hab ich jetzt nicht im Kopf. Ich verliere den Überblick langsam. Perfekt. Dann müssen die nicht, ich sag mal, rumstehen und wir können dann einfach schon mal, ähm, uns hin und her gucken, dass wir, dass wir weiterkommen. Genau. Genau. So können wir das machen. Schön. Sehr gut. Dann war es schön, dass wir ja das Gespräch geführt haben. Ich glaub, das war wichtig. Ja, ich glaub auch. Ich glaub auch. Sehr gut. Hat mir sehr gefallen, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Sehr gerne. Immer wieder. Wenn irgendwas ist, wir kommen runter. Oder ihr kommt... Ja, wir wollten ja schon früher kommen, aber wir haben das nie geschafft. Alles gut, alles gut. Ich wollt grad sagen, ich wollte vorhin eigentlich mal, ich weiß es gar nicht, äh, runter in die Stadt, äh, einer Kundin Geld bringen. Ähm, nach einer Stunde bin ich einfach immer noch nicht hier weggekommen und musste sie dann verdrösten. Aber, wie gesagt, das werdet ihr erkennen. Wenn ihr ein dickes Scheuerbaby sehen wollt, dann kommt er hoch. Das mach ich. Das mach ich. Guck ich mir an. Das hat sogar mittlerweile zwei Namen. Oh, ist das süß. Ja. Die meisten nennen das Dreck. Oh, ist das süß und wie teuer ist das? Ja. Ja. Okay. Dann bekommt's, wenn ich oben bin, den Namen, kann ich das mitnehmen. Ja. Das hat man auch schon. Kann ich mit ihm spazieren gehen? Ja, ja, genau. Sehr gut. Alles klar. Dann halten wir dich nicht länger von der Arbeit ab. Ja, alles gut. Vielen Dank für das Gespräch. Und du schreibst mir einfach ein Telegram und dann gucken wir, wie wir zusammenkommen. So, machen wir das. Okay? Perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch ein frohes Schaffen und wir hören voneinander. Jawohl. Alles klar. Tschüss. 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 Ich glaube, wenn die Leute wissen, dass man halt nichts Böses will. Also ich trinke noch mal schnell was, bevor wir hochreiten. Ja. Gute Idee. Sondern dass man halt, dass alle das gleiche Ziel haben und alle halt am Ende überleben müssen. Wir können jetzt auch sagen, ey wir behalten die Schei ja nur für uns. Darf kein anderer. Könnten wir machen. Und uns da so ein Monopol aufbauen. Aber was haben wir davon am Ende? Nix. Das ist viel wichtiger, wenn du langfristig gute Beziehungen hast. Und das ist auch nicht so, wie Frieda agiert. Klar, sie merkt jetzt, dass sie langsam ein bisschen mehr gucken muss und ein bisschen die Zügel anziehen muss. Aber war ja ein gutes Gespräch. Ein sehr gutes Gespräch. Gut, dass die eben auch so denken wie wir. Und dass man sich da eben dann entsprechend auch zusammensetzen kann. Aber das ist ja eigentlich, was wir alle nicht wollten. Diese, diese hohe Konkurrenz. Ja. Finde ich sehr gut. Weißt du, es ist echt lange her. Ja, guck mal. Früher bin ich den Tag hier, äh, den Weg jeden Tag geritten, ne? Kennst du den Weg nicht mehr? Jetzt muss ich echt nochmal gucken zwischendurch. Eventuell, ähm, wird der Besitzer von Rosie da vielleicht, ähm. Oh dee. Oh dee. Oh dee. Ah, eventuell wird der Besitzer von Rose, ähm, eventuell anbieten, dass wir sie, äh, zur Zucht haben können. Einmal. Ah, sie ist ja auch in Norfolk. Ja, wär dann toll, wenn da eine Stute rauskommen würde. Ja, das wär wirklich gut. Oder es ja dann auch nicht geht, weil wir dann einen anderen Hengst brauchen. Ja, aber dann kann man ja tauschen, ne? Also dann kann man sich ja gegenseitig... Ja. Ja, ich muss nachher auch das Zuchtbuch fertig schreiben, damit da nichts durcheinander gerät. Die Ostersüße zum Beispiel, der darf ja nicht mit Melk. Genau. Aber der darf eben mit dem weißen von, wenn er dann groß ist, dann tauschen wir die, also nur kurz, ne? Dann leihen wir den quasi aus und die leihen uns ihren weißen Hengst aus. Ihren weißen Shia-Hengst. Ja. Na, den Besitzer von Rose kann ich auch anschreiben, dass er sich holen kommen kann. Sie hat, äh, sehr viel Training genossen und die hat das sehr gut gemacht. hier, rett mal schneller ein bisschen weit hier. Hier, rett mal schneller ein bisschen weit hier. Ja. 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 Ja, war ein gutes Gespräch. Ich wäre halt echt froh, wenn die Rose-Firm sich da auch mal ein bisschen zeigen würde, aber... Oh, ich weiß auch nicht. Ich... 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 Es tut mir leid, das war eben grade mitten im Gespräch. Ähm... Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und auch vielen nehmen Dank für die Folos die zwischendurch kamen. Ägh... King'wan, Dark Lion, vielen Dank. Und hallo. Tut mir leid. Wirklich, wenn ich das mal vergessen sollte. Ich meine das nicht böse. Darf ich Milka nicht wieder reiten? Wenn das Fohlen groß ist, kannst du sie wieder reiten. Hoffentlich bleibt das für immer klein. Ja, weil sonst sie muss ja noch säugen, weißt du? Ja. Sie hat heute auch sehr lange gelegen. Du hast nichts gesehen. Vielen Dank für dein Follower, KingCoin. Dankeschön. Habt ihr denn zwischendurch raus auf die Wiese? Ja, na klar. Du kannst sie immer rausnehmen. Wäre auch gut, wenn sie immer mit dem Fohlen rausgeht. Wenn man zu zweit ist, dann kann man das ganz gut machen. Machen wir morgen früh. Da können wir uns morgen früh auf jeden Fall mit tun. Genau, dass ihr wieder was Grüne fressen kann. Was Grüne. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich mehr dafür bin, dass wir mit den Ranches untereinander tauschen, anstatt dass wir private Sachen annehmen. So viele. Warum? Nee, wir wollen dann doch immer was. Nix. Nicht hier. Nein. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 dass man nochmal so 20, 30 vielleicht Maximum Spielraum hat, ist das genauso. Und die ärgert das auch, dass Leute die Pferde hier günstig kaufen und dann wird das Dreifache wiederverkauft. Dem wollen wir ja alle entgegen gehen. Da war er auch direkt sehr offen. Er hat auch alle Preise genannt. Ich habe ihm jetzt nochmal gesagt, bei den Ungarn sind wir bei 40. Bei dem Roten immer ein bisschen mehr, je nachdem, aber Angebot und Nachfrage. Wir müssen uns natürlich nicht komplett absprechen. Jeder kann da auch nochmal, je nachdem, was bei ihm gerade am meisten gefragt ist, dann geht man halt höher. Das ist ja kein Problem. Es ist halt nur wichtig, dass es nicht eine Ranch gibt, die, sage ich mal, alles für 5 Dollar plus Brandmarken verkauft. Davon kann keiner leben am Ende. Das sieht er auch so. Die Brandmarken übrigens auch nicht mehr. Die finden einfach gut, dass wir weiter Brandmarken, weil sie eben gesagt haben, die sehen das so. Wir haben gesehen, wie die Tiere ankommen bei denen unten. Er sagt, er kennt sich zwar mit Pferden aus, aber er hat keine Ahnung von Pferdepflege, von Pferdeheilung oder sonst irgendwas. Dann sind die Leute bei uns hier oben ziemlich gut aufgehoben. Wenn die dann kommen mit ihren eigentlichen Tieren, dass wir auch entscheiden können, das macht es oder das macht es nicht. Und die Leute dann zusammenstauchen oder wie auch immer. Und außerdem sagte er, er war ja bei Omi uns und hat gesehen, er wusste nicht, dass wir gar keinen Viehtrieb haben. Er hat nur den Weg gesehen und dachte, okay, mit Viehtrieb werden die kein Geld verdienen. Deswegen finden die das völlig in Ordnung, dass wir das weitermachen und haben sich da mit den anderen drei Ranchers da unten geeinigt, dass sie das nicht mehr machen, dass das nur noch wir machen. Finde ich aber gut. Ja, finde ich auch gut. Ansonsten war der sehr offen, war sehr, sehr nett. War ein sehr schönes Gespräch in der Tat. Wir sind mit den Preisen uns alle soweit einig. Wenn jemand irgendwas hat, was natürlich besonders gefragt ist, dann kann er seinen eigenen Preis machen. Da ist gar kein Problem. Er wird mir nochmal ein Telegramm zukommen lassen, weil er sagt, die Dokumenten, Bretonen, ein bisschen die Foxtrotte hat er alles auch nicht. Aber er schickt mir nochmal ein Telegramm, weil er jetzt gerade gar nicht wusste, was er alles im Stall hat, mit den Pferden, die er im Stall hat. Und dann können wir das, wenn wir wollen, das genauso machen, wie das die Valentine Ranch auch macht. Dann tauscht man halt hin und her. Und ich glaube, auf lange Sicht sind wir damit besser bedient, als wenn wir das mit Privatpersonen machen, die dann dafür das holen wollen oder halt nur einen kleinen Preis bezahlen wollen an uns, dass wir das halt dann hier aufziehen. Ja, da bin ich halt von Anfang an dagegen. Also, wenn sie nur züchten wollen, dass sie das voll mitnehmen oder dafür 30 Dollar da lassen, dann können die das tatsächlich vergessen, weil sie sich dadurch dann bereichern. So was wie mit dem ist ja völlig in Ordnung. Da war das von Anfang an klar. Das ist okay. Auch mit Miss Evans, die weiß, die würde die gerne zur Verfügung stellen. Da weiß ich auch, das wird kein Problem werden. aber ansonsten tausche ich lieber mit den Ranchers hin und her und dann guckt man, dass jeder da eben seinen Gewinn von hat, dass jeder eben entsprechend was davon bekommt und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann können alle weiterleben, haben ihr Einkommen, brauchen sich nicht irgendwie aus die Köppe einzuschlagen und sonst was. Er sagt auch, er hat sehr guten Kontakt auch mit der Valentine Ranch. Die haben wohl auch schon gesagt, dass auch mit uns sehr guter Kontakt entstehen wird. Mit der Rhodes Ranch, mit denen hat er gesprochen, aber er sagt, da war der Besitzer direkt nicht da und die waren auch jetzt nicht so, die waren eher abgeneigt und eher so ein bisschen verhalten und der Besitzer hat sich da auch bis heute noch nicht bei ihm gemeldet. Ja, ich glaube es ist besser, wenn der Westen zusammenarbeitet und wir den Osten einfach mal in Ruhe lassen. Also wie meinst du mit Osten? Also meinst du dann die Rhodes Ranch oder was? Ich bin das die Einzige, ich bin da unsicher, glaube ich, wie viele da sind. Ja, das ist die Einzige. Ja, ich werde da jetzt auch nicht mehr hin. Also wie gesagt, wenn die Leute reden wollen, dann sollen sie reden. Ich werde darauf nichts geben. Wir haben mit denen gesprochen. Wenn die irgendwas haben, oder weiß ich nicht, dann sollen sie hochkommen. Können nicht mehr machen, als immer versuchen. Und ich war zweimal unten in meiner Rhodes Ranch. Ich werde auch nicht schlecht über die reden. Auch nicht vor anderen Kunden so, keine Ahnung. Letztendlich, wir profitieren von natürlich am meisten, dass die Leute eben sagen, okay, wir schicken es hoch und wir finden gut, dass ihr das weitermacht. Also Mike hatte der Wecker sich gemeldet. Ja, das wollte ich nicht erzählen, wenn ich wieder. Ach so. Ja, genau. Also das ist so, wir sind mit denen sehr guten Kontakt geblieben. Wir können dann untereinander tauschen, der lässt uns nachher in Telegram zukommen. Da ist alles in Ordnung, wenn wir irgendwas hören, wenn irgendwas ist, dann sollen wir runterkommen oder sollen Telegram schreiben. Und andersrum genauso, die kommen nach oben, klingt alles erstmal sehr gut. Ja, als die hier waren, waren die schon sehr, sehr, sehr freundlich, muss ich sagen. Fertig. Ja, ich bin eben nochmal in das Vorbild geritten, weil ich gedacht habe, okay, er hat nicht geantwortet, vielleicht fände ich ihn persönlich an. Habe ich tatsächlich nicht, ich habe aber Mistol getroffen, die habe ich mir dann beiseite geschoben, weil ich einfach mal wissen will, warum hat sie dort gekündigt. Sie hat doch gekündigt, weil sie einen Park im Vorbild aufmacht. Ja. Und zwar über der Arztpraxis. Und sie hat auch gesagt, dass sie dann gerne mit uns das Geschäft fortführen möchte, weil das immer so gut geklappt hat. Es geht da um Kartoffeln, um Mais und um Zuckerrüben. Und da haben wir auf jeden Fall schon für die Zukunft, sobald der Papp aufmacht, ein weiteres Geschäftsfeld. Sollte der Bäcker nicht sagen, okay, ist nicht mehr, dann haben wir auf jeden Fall noch Mistol, die an unserer Seite steht. Perfekt. Ja, dann brauchen wir da auch nicht mehr hinterher. Kein Bäcker, würde ich sagen. Ich habe ihm ein Telegramm hinterlassen. Ich habe da drin reingeschrieben, wenn er dieses Telegramm liest, soll er mir bitte eine Uhrzeit nennen, wann das Gespräch stattfinden kann. Weil ich doch gerne darüber reden würde, weil er das ja auch abgeschlossen hat. Das kann ja nicht Mistol alleine gemacht haben. Ja. Und dann möchte ich halt von ihm wissen, ob er das fortführen möchte. Und wenn ja, ist das cool, ist das so schön. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir tatsächlich mit Mistol einen weiteren Geschäftspartner für den Papp. Perfekt. Dann bleibt es wahrscheinlich auch bei den 15 Dollar, aber das ist ja egal. Oder hast du mit dir was anderes? Dafür wird es, glaube ich, ich habe überhaupt keine Zahlen geredet. Das habe ich alles offen gelassen. Und auch keine allgemein, was sie alles braucht oder wie viel davon. Sie weiß das ja selber noch nicht. Okay, gut. Deswegen, aber ich denke mal, da es halt kein Papp ist, wird es Nahrungsmittel sein. Ja. Und zu trinken, Whisky und sowas. Oder Kaffee sogar. Ja, dass sie Kaffeebohnen braucht. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, gut. Das war doch jetzt zum Ende auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Tag. Ja. Das war der McLaren-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein-Plein. Nee, das ist richtig. Besonders, wenn die Person nicht anwesend ist. Ivy hat sich gemeldet. Gute Nacht, Native. Aha. Die wollte ja mal den weißen Araber haben. Mhm. Und ich habe ja schon vor längerer Zeit hatte ich ihr ein Telegramm hinterlassen und heute habe ich eine Antwort bekommen, dass sie schon längst ein neues Pferd hat und nur vergessen hat, sich zu melden. Ja, wir alle. Okay, gut. Also, na ja. Ähm, genau. Nachher kommt vielleicht noch mal einher mit seinem verletzten Muli von gestern. Mhm. Er sagt, dass es dem Gyni schon besser geht. Er ist sich nur unsicher, ob er... Das ist der mit dem Pail, glaube ich. Ja. Genau, er ist sich nur unsicher, ob er das mit dem Verband richtig gemacht hat und wird das halt gerne noch mal von dir untersuchen lassen. Perfekt. Der kam aber auch wirklich hier hochgelaufen. Der ist nicht geritten. Kannst du mal sehen. Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn wir beim... Wenn die Pferde bestellen eine Anzahlung nehmen würden, würden die Leute das auch machen, dass sie das abmelden, um das Geld wieder zu kriegen. Ja. Also, ich meine, ich finde das System mit den Bestellungen ja an sich nicht schlecht. Ähm, aber ich werde nicht mehr ewig auf die Leute warten. Ich schicke ein Telegramm los und wer dann zuerst kommt, mal zuerst fertig. Ja, es geht nicht, dass wir wochenlang, ähm... Also vor allem bei Leuten, die ich nicht kenne, so. Da warte ich nicht. Bei Leuten, die ich kenne, wo ich weiß, ja, kann sein, dass der jetzt heute Abend, weiß ich nicht, ne? Dann ist das okay. Ich sag mal was anderes bei Mr. Young, zum Beispiel, wüsste ich, wenn ich den Telegramm schreibe, der antwortet heute Abend nicht, dann steht der aber morgen früh auf der Ranch. Äh, ich glaube, trotzdem 24 Stunden Zeit geben. Ja. Und reagieren. Machen wir bis jetzt, ja. Wenn ich zehn Leuten Telegramm schicke und wer jetzt erst vorantwortet, dann stehen hier gleich zehn Leute auf der Matte und dann haben wir ganz viel Stress. Ja, aber das ist natürlich echt ein bisschen schwierig, dass die Leute sich nicht zurückmelden. Vielleicht müssen wir das deutlicher sagen. Ja, so. Gut ist ja, dass du manche Pferde auch erst recht spät Brandmarkst. Ja. Ich glaube, du würdest jedes Pferd Brandmarken und hältst du nachher die ganzen Pferde hier im Stall. Ja, die beliebten Pferde können wir suchen. Also, apropos Brandmark. Ja. Der zweite, Appaloosa, der Schwarze, durch den Brandmarken. Der Hengst. Meinst du, den kriegen wir los? Ja, doch, Brandmargin. Ja, ich denke schon, dass wir den loskriegen. Ja, ja. Ja, Thomas, habe ich heute auch noch mal gesagt, der soll jetzt heute nichts mehr anpflanzen, weil wir knapp 400 Baumwolle hatten. Ja, der ist jetzt mit mit dem anderen Herren, genau, ist dann noch mal Rhodes, Valentine und Saint-Denis da ein bisschen was machen. Genau, ja. Das klingt alles sehr gut. Also, das Feld ist auch jetzt leer. Genau. Genau. Also, ich denke, wenn wir, im Moment ist es so, wenn wir drei, vier Felder am Tag machen, dann ist das vollkommen ausreichend. Mehr als ausreichend. Ja, finde ich auch. Und wenn wirklich was fehlt, ich baue ja nachts auch noch mal ein bisschen was an. Dann muss ich das morgens nicht machen, dann kann ich dann halt morgens nicht hier. Ja, finde ich auch, dass wir, ich bin ja meistens nachts da, dann kann ich das auch einfach, das, was wir morgens gemacht hätten, mache ich dann einfach nachts. Das ist ja kein Problem. Ja. Da habe ich ja meine Ruhe. Rida hat eben auch schon gesagt, dass wir morgen früh halt nichts anpflanzen werden, weil wir uns halt um Milch und um die Fohlen kümmern, dass die auch mal rauskommen aus dem Stall. Ja. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, morgens, da kommen die meisten Leute gefühlt hier hin. Da macht das auch schon Sinn, dass ihr euch dann besser um die Fohlen kümmern könnt, um die Pferde, die hier sind. Vielleicht, wenn verletzte Tiere da sind, dass ihr da euch erstmal drum kümmern könnt, dann habt ihr da schon mal gar keinen Stress mit dem Feld. Genau, wir können die Sichtungen machen und dann ist das schon mal alles weniger stressig. Ja, und Thomas fühlt sich ja auch wohl, wenn er den ganzen Tag was auf dem Feld zu tun hat. Ja, ich habe nur immer Sorge, dass er mir sonst wegbricht irgendwann. Nee, der, ja, da müssen wir vielleicht zu zweit nochmal sprechen. Okay. Ja, aber der ist froh, wenn er da was zu tun hat. Okay. Bist du jetzt noch ein bisschen da? Ja, ich mache kurz zehn Minuten Pause und dann bin ich da. Gut, weil danach hätte ich dich gerne einmal hier. Dann können wir gerne auch nochmal gleich nach der Sichtung gucken und in der Zwischenzeit arbeite ich dich dann einmal richtig ein, weil das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Wir sind irgendwie noch nicht dazu gekommen. Aber wir haben ja auch gesagt, am Anfang erstmal wichtig, dass du auch den Feld damit aushilfst. Aber ich brauche dich jetzt hier mit oben bei den Tieren. Deswegen will ich, dass du ordentlich eingearbeitet bist. Okay. Okay. Dann mach du Pause erstmal. Okay. Gut. Achso, Rose können wir, achso, Rose ist fertig trainiert. Da werde ich jetzt gleich ein Telegramm schicken, dass er sie abholen kann. Kann aber durchaus sein, dass er uns anbietet, dass wir mit ihr zischen. Ich habe den Appalooza jetzt erstmal für 80 reingesperrt ins Buch. Kannst gerne die zwei noch ändern. Ich habe nur geschätzt jetzt. Alles gut. Das finde ich ist ein guter Preis zum Verhandeln auf jeden Fall. Ja, kann man noch 75 runter und dann passt das. Will ich das wissen, was du da mit Puketo abgemacht hast? Also ich gehe meiner meiner Arbeit nach, für die ich hier hingekommen bin, Tagelöhnerarbeit und dann tausche ich das, was ich erarbeitet habe, gegen Waffe und lege noch ein bisschen Geld oben drauf. Okay. Aber das wird nicht passieren, dass Onkel mir deswegen hier aufs Dach steigt und die Pferde für 30 Dollar will. Nee. Gut. Das war das Wichtigste an der Sache. Hat er nicht drüber geredet, weil er ist sein Neffe, okay, aber... Ja, ja, aber du kannst ja Onkel, ne? Ja, das mag sein, aber er kennt auch mich. Und ich lasse mit mir, was Geld angeht, nicht reden. Perfekt. Der Rast ist mega. Gerade eben, der, ich wollte eine Brandmarken, das ist jetzt auch besonders tatsächlich, ähm, der hat gesagt, ja, hat er gefragt, wie viel? Ich 20. Er so, ja, geht da. Nein, wir verhandeln. Die war erledigt. Also er kann entweder gehen oder das machen, lassen wir jetzt machen das. Ja, du kannst, du kannst mit dem verhandeln, du kannst sagen, wenn wir verhandeln, dann geht der Preis nur hoch. Ja, wir sind die einzige Ranch, die hat noch verhandeln. Und dann wollen die nicht mehr handeln. Also ich meine, das war in Kentucky, deswegen habe ich 20 genommen statt 25. Also ich habe kein Problem damit, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt beim Brandmarken reingeschrieben, plus 15. wenn wir sehen, wenn wir sehen, dass es jemanden, der gerade neu raus ist, ich will den nicht den letzten Dollar aus der Tasche ziehen, ne, aber dann haben wir noch zwei, alles gut. Ja, aber dann haben wir halt einfach da den Spielraum auch zu verhandeln. Wenn aber hier Leute kommen, wo ich weiß, die waren schon hier, die sind schon länger da, dann zahlen sie halt mehr. Dann erkläre ich denen das auch. Wartig. Kein Problem. Ja, er kommt nochmal wieder und holt sich später nur eine Bürste und Pferdefutter. Perfekt. Also ich habe ihn jetzt nicht verschreckt, keine Sorge. Ich habe jetzt nicht gesagt, ah, ich habe gesagt, 20, wir haben unsere Kosten leider und dementsprechend geht es auch nicht weiter runter. Ja. Da eingesehen, fertig. Sehr gut. Sehr gut, guter Tag. Aber ich gehe jetzt schlafen, ich bin müde, ich bin seit 10 Stunden wach, glaube ich. Mach das, schlaf gut, erhol dich gut. Bis morgen. Schlaf morgen mal länger aus. Also ich würde dich nicht zwingen, aber alles gut. Also wenn ich ab und zu einfach mal von der Range weg bin oder so, ne, wundert euch nicht. Ich bin immer für die Range unterwegs. Ich habe mich da auch nicht gewundert. Ich glaube, Thomas oder Andy hatte gesagt, du warst dann aber weg. Thomas hat das eben kurz angesprochen, als er mich auf Seite gezogen hat und ich habe ihm gesagt, dass ich, wenn ich nicht hier bin, auch wenn ich spontan mal weg bin, tatsächlich habe ich ihm gesagt, dass ich nach Valentine reite, aber ist egal. Ja. Dann war ich trotzdem drei Stunden unterwegs und nicht nur nach Valentine und wieder zurück. Ich habe ihm auch gesagt, ich werde nicht anfangen, dass ich die Leute hier ein- und austragen. Klar, wenn jetzt irgendwie was dringendes ist, bei mir ist das dann wahrscheinlich auch wichtig, wenn ich sage so, ey, ich habe jetzt irgendwie einen Termin, es ist niemand hier auf der Range, dann schreibe ich das ins Buch. Dann kommt ihr, könnt lesen und fertig. Aber das muss sich hier nicht jeder an- und abmelden. mit Quatsch. Ja, besonders bei Melissa und mir weißt du ja, dass wir eigentlich für die Range eben unterwegs sind. Wir sind hier zusammen und seid eben unterwegs. Und wenn ich weiß, Ellie ist hier, dann, oder Jack später noch und Dale, dann weiß ich auch, dass jemand verkaufen kann, dann kann ich auch so los. Richtig. Alles gut. Ich habe mir da keinen Kopf gemacht. Oh, sehr gut. und die gute Nacht. Gute Nacht. Mach gut. So, dann suche ich mal von Mr. Hart links raus, die Telekommnummer. Ich werde auch wieder schlafen gehen. Mach das, Tom. Schlaf schön. Ja, du auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube 194. Ich bin mir fast sicher 104. Ich bin mir fast sicher. 104. Ich habe es hier stehen. Ich habe es hier auch im Zettel neben mir. Laufi, komm her. Komm her, Baby. Komm. Was war der andere? Ist das der? Ich bin mir fast sicher. Ich bin mir fast sicher. Eine Sache müssen wir doch mal gucken, Rose. Wie ist das jetzt mit den Hufen? Aha, na, das sieht doch schon viel besser aus. Sehr gut. Ah, Rose. Das hast du gut. Guck mal, das Bad wieder deinen Besitzer nicht holen. Vielleicht darfst du noch ein bisschen hierbleiben und dein Baby kriegen. Wäre auch schön. Okay. 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 37 13 71 3 7 1 3 7 1 ne scheiße wo ich das hier hinschreiben 3 37 ohne kopierfunktion wäre ich einfach verloren Erstens von mittags bis zwölf. Erstens von mittags bis zwölf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott. Entschuldigung, kleiner. Er ist echt hübsch. Genau. Genau. Okay. 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 Ah, vielen Dank. Ich fasse mir dann nochmal an und packe die mit auf die Liste. Vielleicht können wir ja eins auf dem Rückweg hören. Vielen Dank. 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 Hallo. Hallo. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und in diesem Baum haben eine Schlange hängen, was seien so lang, wie dieses Haus was vorstehen. Oh Gott. Und waren dick wie meine Körper. Ja. Hätten mich fressen können. Erzähl deine Geschichte später. Du wolltest nicht hören über Schlange? Okay. Was seien so groß, dass wir dann fressen drei Mann hintereinander? Okay, die wollen nicht. Ich könnte dir diese zeigen. Nein. Holt den Baum. Okay, machen diese nicht. Wollen diese nicht sehen, wollen diese nicht wissen, wollen davon nichts mehr hören. Ich sag an diese nur. Gut, also haben wir alles geklärt. Keine Haufen in Leder hier hinlegen und keine Schlangen mehr. Das seien wir diese neu jetzt. Du wolltest nicht zeigen deine Haufen. Ich werde nichts tun. Damit sie können schauen, ob sie seien diese gesund. Wozu haben wir einen Schamane, ne? Ja. Ich werde diese nicht machen. Sollten jetzt aufhören, reden wir über braune Bären, ne? Ja. Braune Haufen, nicht braune Bären. Du nennen diese so, ich nenne diese so. Nein, nein, braune Haufen. Das seien so. Schau. Er schimpfen auch. Wir schimpfen. Aber nicht hören. Was haben hören? Mu. Mu. Sonst geht's aber gut soweit? Oh, ich denke schon. Sehr gut. Gehen auch diese gut? Ja. Ja, wir haben zwei. Zwei gesunde Babyfohren. Wir haben gute Gespräche, hat er gehabt. Alles ist gut geworden. Dann seien die so gut. Ja. Das stimmt. Und wenn wir Glück haben, finden wir jetzt noch was Gutes. Und ansonsten bringe ich alle jetzt noch ganz viel über die verschiedenen Pferde bei. Ja. Ja. Und diese Schäle seien eine Appaloosa? Diese dahinter? Ja. Ja, ein sehr seltener. Ich verstehe. So selten, dass wir heute zwei gefunden haben. Aber dann seid ihr sie nicht selten. Doch, der ist wirklich selten. Den haben wir noch nie gehabt. Der war so selten, dass... Ihr wisst nicht, was eine Auktion ist. Eine was? Eine Auktion. Seid das auch in einem Markt? So in der Art, ja. Nur, dass man das direkt sieht. Und da waren ganz tolle Pferde, die ganz, ganz selten sind. Und dort ist der verkauft worden für über 100 Papier. Ist das viel? Ja, das ist sehr viel. Das ist umgerechnet in Leder. Ich glaube, es ist so viel, wie ihr gebracht habt. Sehr viel mehr, als ich verdiene. Ich nicht wissen, wie viel haben wir ihn gebracht. Sehr viel. Kitzel gut. Alles gut. Ja. Also, 100 Papier seien 600 Leder? Ja, so ungefähr. Also, naja, zumindest war es das, als wir noch einen guten Lederpreis hatten. Jetzt werden das noch mal viel mehr. Sehen. Ich glaube, er müsste man schon das halbe... Was macht ihr da? Der hat ihn aufgemacht, als hat er ihm gesagt, wie viel Brandmarken für Appaloosa. Warum er... Wirst du ihm zeigen, wo er runterspringen kann, was nicht so weh tut? Er könnte uns klettern auf das Dach und fallen lassen von da. Nein, hier. Wir tun auch weh. Von meinem Schlafplatz, da geht es gut. Komm, ich zeige dir, wo du gut runterspringen kannst. Du schlaffelst hier oben? Ja, ganz oft. Oh. Ist gemütlich und ich sehe alles. Kann man sich auch gut verstecken hier, hm? Ja. Hallen du hier immer runter? Ah, ah, aua. Kannst du mal legen wir Heubein hin? Das war ein Aufschnutze, ja. Das haben ein kleiner Schakal natürlich immer gemacht, als wir noch klein waren. Aber da haben wir hier Heuhaufen gehabt. Da wollte er sagen, sei dort nicht gewesen, Heuhaufen. Ja. Aber jetzt bin ich ja groß und ich weiß ja, wie man da runterspringt. Aber ein Kopfgestoß im Binden, zu groß für diese, hm? Du hättest kurz warten können, ich hättest dir erklärt. Oh. Hm. Passieren. Ja. Aufs Dach würde ich nicht raten. Da schickt Apple oft ihre Babys hoch. Die stehen dann da oben auf dem Dach, auf dem Stall. Und dann machen wir dann die ganzen Pferde verrückt. Und dann müssen wir erst alle von der Ranch runtergehen, damit Bärbel ihr Baby wiederholt. Da stand heute ein Pferd drauf. Jetzt kann ich verraten. Seien sicher. Und ich dachte immer nur, dieser große, graue Mann da mit seiner komischen Poncho machen, hier immer diese Ärger. Nein. Du meinst Onkel. Ich wissen, wir meinen, habe nur einmal beobachtet, wie sein Hinten zu Bärbel gerannt, wo haben einen Hasen gesehen, aber wollte ihn dann nicht so gehen zu Bärbel, hm? Habe nur gebrüllt. Und dann habe ich gehört, von hier vorne war dann auch jemand, wo haben nur gebrüllt, weil haben ihn immer rumgeheult wegen dieser Papier. Habe gesehen, das war eine sehr große, war doppelt so groß wie schwarze Wolfe. Ja, das ist der Onkel. Wie nennt er? Onkel. Ahanu? Ja. Ah, wisst ihr denn, das ist dein Onkel Ahanu, ha? Ja, aber das ist nicht, also mein richtiger Onkel, aber der heißt schon so, seit ich Kind bin. Ich weiß nicht, warum er so heißt. Aber das ist ein Schlitzohr. Aber er ist nett zu uns. Er versucht immer, gute Preise zu machen. Heute habe ich mit ihm gehandelt und dann hat er mich um einen Dollar runtergehandelt. Und dann habe ich gesagt, dass ich dafür aber was zu essen haben will. Dann hat er mir einen gebratenen Fisch gegeben und ich habe trotzdem den normalen Preis abgezogen. und er hat es erst später gemerkt. Mich kann er nicht immer so haben. Du seien eine dieser, diese, ich sage im Blechgesicht, der Schlitzohr, ha? Nein, er ist eins, aber ich zeige ihm, dass ich das besser kann als ich. Dann habe du zwei Schlitzohren, ha? Ja, aber nur bei ihm. Ja. Das hören sich gut an. Aber, ja. Man muss ihn mit Vorsicht genießen. Besser, ihr habt nichts mit ihm zu tun. Ich kenne ihn nicht, ich habe nur gesehen, dass ein großer Mann mit dieser großen Poncho stand und vor kleine Friede dachte und jetzt können Stapeln Friede zweimal auf ihn. Meistens hört man ihn, bevor man ihn sieht und das will schon was heißen. Oh, saßen da hinten in Gebursch und haben gedacht, was seien diese, seien lauter als Bärbel, ha? Ja. Diese seien möglich? Ja. Oh, seien, seien. Heißt du ein Onkel? Ja. Er heißt ein Onkel? Mhm. Er heißt ein Onkel. Ihr wisst dann, was Onkel bedeuten für uns? Ja. Nein. Seien diese Bär. Ah, er ist seien so groß wie Bär, ha? Ja, das stimmt. Er ist so groß wie Jan. Ja. Wahrscheinlich war er auch mal so stark, aber mittlerweile ist er alt. Der ist nur noch so laut wie ein Bär. Ja. Ah, seien so laut, aber ohne Zähne, ja, verstehen. Mhm. Und ohne Krallen. Oh. Wenn er seien so laut, vielleicht hören wir ihn mal in Tipis. Dann kommen wir her. Das kann gut sein. Wollen sehen diese. Wird es denn, wenn er da unten mal langreitet und der Puma ist hinter ihm her, dann würden wir ihn hören. Oh, das wollen sehen. Aber ich fand es übrigens gut, dass wir da oben jetzt irgendwo lebt. Ich weiß nicht genau, wo. Aber auf jeden Fall hilft es, weil seitdem habe ich den Puma nicht mehr gesehen. Aber ihr seht ihn uns auch. Haben, 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 Häuptling jetzt. Da, ich habe ihn. Jetzt haben du Salz nehmen und tief in seine Wunde drücken. Ja. Er jage meine Pfirsich seit vielen Monaten. Mhm. Aber noch hast du gewonnen. Noch. Ja. Wie? Naja, ich würde ja sagen, irgendwann wird er halt, aber der macht ganz schön viele Jungen, weil, ja, die war schon da, als ich klein war. Also, dann wirst du irgendwann halt und dann wird er deinen Pfirsich bekommen. Das hoffe ich nicht. Ich auch nicht. Doch, wenn auch nicht da. Ich auch nicht. Aber der ist hübsch. Wenn er nicht immer so wehtun würde beim Kuscheln. Ich weiß, als ich klein war, das kann ich euch noch erzählen. Als ich klein war, haben wir hier Schafe gehabt oder sowas. Und Schafe und Kühe. Und mir warnt ich, also die Schafe haben mir gehört. Die habe ich von meinem Dad geschenkt bekommen. Also musste ich sie immer nicht abtreiben, wenn sie, ähm, wenn wir Fleisch davon haben wollten. Die konnte man nicht, da konnte man nicht mit Pferden gehen, da musste man laufen. Und ich bin immer mit den Schafen gelaufen. Und dann bin ich da runter um die Kurve gelaufen und habe hinter mich geguckt. Und habe mich gewundert, warum ein schwarzes Schaf mitläuft. Weil wir hatten eigentlich nur weiße Schafe. Aber das war gar kein Schaf. Das war ein Wildschwein, das ist mit der Herde. Und als ich herausgefunden habe, dass es kein Schaf war und es entdeckt war, hat es Sonnenlauf genommen und hat uns alle umgekegelt. Aber in alle Schafe umgekegelt? Ja, und mich. Weißt du das noch, kleine Schakal? Warst du da dabei? Na, war ich nicht dabei. Das war lustig. Ich kann mir gerade vorstellen, wie kleine Frise sitzen auf eine solche Wildschweine. Ich habe es versucht. Ich glaube, als ich klein war, habe ich versucht, alles zu reiten, das ging, aber es hat nicht immer so gut funktioniert. Ich habe ihn auch probiert bei Bärbe. Ich habe ihn auch als Kind machen. Bruder habe empfangen, eine Wildschwein, lebendig. Ich habe ihn drauf sitzen und er habe diese loslassen. Ja. So lernen als Kind, wie können halt dann auf Puku, wenn es ein, diese Wildschweine gibt. Und ich habe versucht, auf denen immer zu reiten. Das hat nicht gut. Das hat ziemlich wehgetan. Vor allem, wenn man mit dem Kopf dann auf den Kleinen aufrückt. Die wollten sich nicht reiten lassen. Aber ich habe auch schon einen Gabelbock versucht zu reiten. Wildschwein wollten sich auch nicht reiten lassen. Und ich glaube, Warren, dass du, der Inietu, der haben seine spitze Zehen, was stehen aus dem Mund, haben in der Seite und reißen einen halben Bauch raus. Ja, der war Gott sei Dank noch klein und ist dann einfach wieder weitergelaufen. Aber, ja, ich habe vieles probiert. Es war nicht so gut. Als ich klein war, habe ich auch mal Alkohol getrunken. Obwohl ich es nicht, also Feuerwasser, obwohl ich es nicht durfte. Und dann bin ich da hinten gegenüber am Fluss hoch auf das Dach geklettert und habe gedacht, weil ich Feuerwasser in mir hatte, dass ich jetzt fliegen kann und ein Vogel bin. Danach durfte ich ganz viele Wochen nicht reiten. Ich habe mir das Bein gebrochen. Aber man lernt ja dazu. Jetzt bin ich ja groß und weiß sowas. Zumindest älter. Hey, du bist kleiner als ich. Ja, also schweig still. Ich habe nie gesagt, dass ich groß bin. Und wir sind gleich groß. Das mache nur der Hut, ha? Ja. Richtig. So, wir müssen langsam los. Nochmal gucken, ob wir noch was finden. Mhm. Ja, habe ich noch was, für kleine Frieda. Noch was? Wir bringen so viele Geschenke. Ich kann das immer nicht wieder gut machen. Sei noch ein wenig von diesem Fleisch, ha? Dankeschön. Das ist sehr nett. Wollt ihr, freut ihr mal. Wartet kurz. Ich bin gleich wieder da. Pilo, danke für dein Follow. Ich würde doch schön, wenn man sich Geschichten erzählen kann. Hallo, die. Jetzt kann ich es gerade nicht. Wir versuchen, den zu finden. Mhm. Ja. Ich habe was Gutes. Deiner Schakal kennt das schon. Die hat das vor kurzem probiert. So, ich habe zwei Stück davon. Dann müsst ihr euch teilen. Das nennt sich Kuchen. Diese Süße schmecken wie Honig. Aber das ist ganz süß. Schmecken wie Honig. Mhm. Wie Honig und Brot. Mhm. Du könntest machen diese Honig auf Brot. Dann sind diese? Seien diese gut? Ja. Ach. Sehr gut. Und weil sie ein Essen später haben. Danke, Frieda. Gerne. Ich würde es nicht vorm Schlafen gehen lassen. Wenn man es gegessen hat, dann muss man erst mal fünfmal um die Ranch laufen, weil man so viel Energie hat. Ah, wir brauchen Energie für heute Abend, ha? Mond stehen günstig. Sehr gut. Aber nicht nochmal vom Heuboden springen. Was wolle du denn machen, dass Mond stehen günstig? Gehen jagen. Ah, gehen jagen wieder. Aber die letzten beiden Nächte haben nur geregnet. Waren immer diese Pitsche Patsche Nasser. Ja. Waren nicht so schön. Haben immer nur schwere Klamotten tragen müssen. Na, diese seien hier jetzt besser. Seien nur diese Nebel, was ein wenig stören. Ich finde die Nebel schön. Wir wollen auch gerade sagen, seien zwar stören, aber seien diese schön. Und man kann ein wenig besser schleichen, ha? Lass den Puku einfach irgendwo stehen und dann binden einfach Cela an. Und dann laufen los. Ja. Das klingt. Oh. Dann wird euch viel Glück bei der Jagd. Seid vorsichtig. Oder go. Okay. Und euch viel Glück bei dieser Dineb-Pferd. Oko, wenn sie. Ja. Hm. Hopfen finden diese richtige, hm? Ja. Das wäre gut. Dann haben wir bald noch mehr Babys. Aha. Oh. Weil die ganze Farm voll sein, diese Babys. Ja. Ja. Wir werden irgendwann demnächst mit den Babys und mit den Müttern zu Fuß nach Strawberry. Dann zeigen wir denen unsere Babys. Aber ihr diese, diese Babys noch nicht mit heißem Eisen, oder? Machen sie nicht? Nein. Nein. Müsst ihr nicht machen, oder? Ich weiß nicht genau. Ähm. Müssen wir fragen, wenn sie groß sind, ob sie dann nochmal einen Brand von uns bekommen oder ob das dann mit den Papieren schon gut ist. Ja. Müssen, müssen dann sagen, wenn eine seien ausgewachsen. Ja. Wäre dann interessant zu wissen. Ja. Wäre wirklich gut. Hm. Ja. Aber ich kann sagen, dass die Preise gerade sehr, sehr, sehr hoch gehen. Ja, das habe ich mitbekommen. Mhm. Und das seien wieder, seien noch. Von, na, von den Pferden, weil im Moment verkaufen die Ranchers wenige Pferde, also von den ganz seltenen. So was wie Schneier oder Foxtrotter oder sowas. Weil wir die natürlich alle wollen zum Züchten und damit wir dann eben schneller die Nachzuchten haben und dann die besser verkaufen können als mit den Sichtungen. Aber wenn wir mehr haben, dann müsst ihr doch, wie sie sagen, günstiger, oder? Könnte man, könnte man denken. Aber wir müssen den Preis höher machen, weil, wie überall gibt es Idioten und die kaufen, die haben das schon vorher gemacht, die kaufen die Pferde hier bei uns günstig. Sagen wir mal für, also normalerweise haben wir immer 10 Dollar mehr gemacht, als das Brandmarken gekostet hat. Und dann kaufen die die günstig bei uns. Dann lassen die die noch nicht mal von uns trainieren, sondern bringen denen selber irgendwas bei. Und dann verkaufen die die für das 3- oder 5-fache. Das heißt, ich muss empfinden, eine Idiot, der gebe mir Mustang für zwei Muscheln, ne? Ja. Und dann machen die sie selber. Seien die so kompliziert? Ja, das ist alles kompliziert. Das ist kompliziert. Aber ich werde jetzt gehen in Bett, ich werde diese müde. Ja, wir müssen auch los, sonst wird es zu spät. Dann machen diese. Dann sind diese Morgen. Ja, und wir sehen uns morgen. So, wie viel später. Tschüss, wie viel später. Wie viel später. So, Anja, wir reiten los. Okay, du reitest dich jetzt in Bett. Gehen wir noch kurz zu dieser Stamm zurück, und dann machen die Tasche leer. Frieda, sei noch später da. Ich weiß nicht genau, wie lange noch. Da gehen eine große Kiesel noch ungefähr? Ja, ungefähr. Kommen wir eventuell dann nochmal. Okay. Ja, viel Glück. Gute Nacht. Euch auch. Das war lustig. Die sind echt nett. Ja, und ich bin froh, dass das jetzt... Ja, es wäre schlimm gewesen, wenn da so ein großer Streit gewesen wäre. Ja. Okay, Elli. Ja. Mit welcher Pferderasse denkst du, kennst du dich am besten ab? Schwierig. Okay, dann nehmen wir das, was du reitest. Ein Paint. Mhm. Erzähl mir was über den Paint. Der Paint ist sehr, wenn er trainiert ist, wie sage ich das? Also er hat manchmal, also ich rede jetzt, mein Pferd ist zum Beispiel sehr vorsichtig, schreckt aber auch schon mal von dem Stein zurück, aber bleibt ansonsten zum Beispiel bei Wölfen und Bären relativ ruhig. Okay. Würdest du sagen, das sind eher starke Pferde oder eher nicht so starke Pferde? Die haben eine gute Ausdauer, aber... Nicht dieses Wort benutzen? Die können lange laufen, meinst du? Genau. Okay. Die können lange laufen. Ja. Und sind die sehr schnell? Oder nicht so schnell? Nicht so... Es gibt schnellere Pferde. Okay. Was würdest du sagen, ist ein schnelleres Pferd? Der Andalusier, würde ich sagen. Ich kann beginnen. Der ist ein bisschen schneller. Ja. Das ist richtig. Okay. Okay, dann erzähle ich dir noch was zum... Also, Pains sind tatsächlich eigentlich für, wie sagt man das, allrounder heißt das Wort, glaube ich. Das heißt, die sind so ziemlich für alles gut zu haben. Normalerweise sind die nicht ganz so schreckhaft. Aber es kommt da eben immer auch drauf an. Es gibt Tiere, die sind schreckhafter und welche nicht. Und du hast offensichtlich jemanden, der auch sich nicht so gut mit Steinen kann. Ja, er hat ein bisschen Angst, wenn da plötzlich ein Stein liegt. Ja, das kommt dann auch immer drauf an, wo du herst. Aus der Wüste, da kennen die Steine nicht so. Da kann es sein, dass sie sich erschrecken, weil sie denken, das ist vielleicht ein anderes Tier. Das stimmt. Aber das sind eigentlich eher ruhigere Tiere. Und die sind tatsächlich auch sehr loyal. Also, wenn man die gut trainiert hat, dann passen die auch auf dem Reiter auf. Und die sind nicht ganz so empfindlich, wenn man jetzt, sage ich mal, sich noch nicht so gut auskennt. Die reagieren sehr von selbst. Also, wenn jetzt ein Wolf kommen würde, dann laufen die los. Und die wissen schon, dass sie aufpassen, nicht unbedingt gegen Bäume zu rennen. Genau. Aber würde ich es sowohl an jemanden verkaufen, der vielleicht noch nicht ganz so gut reiten kann. Dann kann man das auf jeden Fall gut lernen. Für Kinder sind Pains eigentlich auch ganz gut. Wenn sie gut trainiert werden. Also, so ziemlich für alles ziemlich gut. Okay. Aber sind nicht die schnellsten und haben jetzt auch nicht den längsten Atem, wenn man so sagen will. Genau, okay. Okay, dann gehen wir gleich rüber zu den, naja, zu den Verwandten mehr oder minder. Zu den Mustangs. Was weißt du über Mustangs? Ich finde, Mustangs sind relativ stark. Mhm. Und die sind sehr robust. Ja. Ja. Und ich finde auch, dass sie so ein bisschen wie die American Pains sind beim Aufpassen. Also, die gucken schon auch auf den Reiter. Mhm. Und, ja. Okay. Lass, und dann möchte ich mal weiter. Ja, guck, Papa. Warte. Na, nix dabei. Ich auch. Schade. Ich glaube, es gibt nur den richtigen Bartschuss. Ja, wäre das gut. Dann kann ich... Okay. Mustangs sind zum Beispiel optimal für die Jagd. Wissen viele gar nicht. Mhm. Ähm. Aber Mustangs wurden noch viel benutzt, um früher Herden zu treiben. Ach, okay. Genau, das können sie sehr gut. Wie gesagt, das sind tatsächlich sehr starke Pferde. Ähm. Die können sich auch mal mit einem Bullen anlegen. Ähm. Zumindest, dass sie ihn eben treiben können und dass sie dagegen halten können. Mhm. Ähm. Ich sag mal, äh, gerade die Ranchers, die, äh, unten sind, da sind Mustangs schon, ähm, ähm, sehr gute Tiere, wenn man, wenn man die mit zum Vietrieb nimmt. Das würde ich, ähm, so auf jeden Fall, wenn wir welche hätten, wenn wir vier hätten, dann würde ich auf jeden Fall, äh, immer einen Mustang mit dabei haben. Okay. Genau. Mustangs sind aber auch, das können sie sein, sehr stur. Ja. Also, wenn die den Reiter nicht mögen, dann mögen die den nicht. Und dann machen die eine Menge Unsinn. Dann bocken die auch gerne mal. Ach. Das heißt, Mustangs sind Tiere, da würde ich nicht unbedingt Reitanfänger draufsetzen. Mhm. Die müssen, die müssen gut geritten werden, die müssen, mit denen muss gut gearbeitet werden. Die wollen auch arbeiten. Ähm. Die sind in der Regel nicht so schreckhaft, aber was Schlangen oder auch kleinere Tiere angeht, da sind sie ein bisschen schreckhafter, weil die das eben können, dass sie vor Schlangen einfach, ja, sich in Acht nehmen müssen. Das heißt, die springen dann auch mal auf Seite und die springen auch mit einem Rück auf Seite. Das muss man schon wissen und muss sich gut festhalten. Da sind die Pains nicht ganz so lecker. Ja, das stimmt. Genau. Ähm. Loyal sind die zwei. Oh Gott. Oh mein Gott. Ähm. Tut mir leid, Hase. Gott. Ich glaube, das bringt ihm nichts mehr. Gott, der ist weggelaufen. Echt? Ja. Glückhaft. Wenn du einen Mustang aber lange hast und der immer nur einen Besitzer hat und gut mit den umgehen, dann sind die wie Hunde. Die können werden wie Hunde. Sind sehr anhänglich. Mhm. Und fordern das auch. Ähm. Das heißt, Mustangs sind so Tiere, wenn ich einen hätte, dann würde ich denen nicht wieder abgeben, weil ich das weiß, dass denen das sehr weh tut. Das sind Herdentiere. Die wollen in ihrer Herde bleiben und die erkennen das dann eben auch an. Okay. Genau. Das sind so, was du über Mustangs auf jeden Fall eben auch sagen kannst. Was immer ganz gut ist, wenn noch jemand einen Mustang hat, dann fühlen wir sich auf jeden Fall wohler. Ähm. Apalosa. Wir haben hier einen. Was würdest du zu denen sagen? Ja, ich würde schon sagen, dass die, ähm, nicht ganz so, vielleicht doch schreckhaft sind. Na, das war mein Fehler, der Langsteiner auf dem Weg. Ähm, die ja nicht ganz so schreckhaft sind, weil, ähm, ja, ich bisher immer sehr viele Indianer mit denen gesehen habe. Mhm. Das heißt, sie müssen ja auch einiges aushalten. Mhm. Das sind vielleicht nicht die schnellsten Tiere. Mhm. Ach, Apalosa sind sehr schnell. Okay. Halt dich mal fest. Ui. Oh, oh. Oh, er hat, hat nichts gesagt. Mhm. Apalosa sind schnell. Okay. Ja, ansonsten weiß ich tatsächlich nicht so viel darüber. Okay. Ähm, Apalosa sind keine einfachen Pferde zum Reiten. Ähm, nicht ohne Grund. Es ist ganz viele Indianer, die die reiten, weil die sehr, sehr gut mit denen sind. Mhm. Ähm, die müssen gut zugerätet bekommen, die müssen von Anfang an auch an jemanden gewöhnt werden. Ähm, wir sind, das sind sehr, sehr eigensinnige Pferde. Okay. Die lachen sich sehr, sehr schlecht, ähm, gewöhnen und trainieren. Die wollen ihren eigenen Kopf haben, ähm, und wollen eben machen, was sie, was sie wollen. Man kann die trainieren, das ist gar keine Frage. Ähm, er macht das ja jetzt auch ganz gut. Aber die haben ihren eigenen Kopf und sind deswegen nicht einfach zu reiten. Also, ähm, Apalosa sind auch Pferde. Jemand, der nicht reiten kann, will ich keinen Apalosa lieben. Mhm. Das macht keinen Sinn. Das hast du gesehen, ne? Er will jetzt nicht, er will weiter reiten. Und dann zickt er mal ein bisschen rum. Ähm, es sind aber auch sehr sanftmütige Tiere. Wenn die gut trainiert sind, ähm, und man diesen Sturkopf vielleicht ein bisschen rausbekommt, dann, ähm, kann man mit denen sehr, sehr viel Spaß haben. Weil die eben schnell sind, die sind sehr wendig, die können gut ausweichen, mit denen kann man auch gut jagen gehen. Ähm, aber man muss wissen, dass die eben ihren eigenen Kopf haben. Ja. Genau. Ähm, ich weiß, dass du das jetzt nicht alles merken wirst. Aber, wenn du die Tiere dann mal nach und nach reitest, dann wirst du feststellen, dass so, so, das ein oder andere wieder zurückkommt, was ich dir jetzt erzähle. Ja, ist halt schwierig. Ich bin, ähm, tatsächlich, äh, noch nicht so viele Pferde geritten. Ja, ist ja kein Problem. Deswegen haben wir ja viele Pferde hier und du kannst dir da ein Bild machen. Ich weiß auch nicht von allen Pferden alles. Also... Aber von vielen. Von vielen, ja. Aber ich bin auch viel, schon viele Pferde geritten immer. Okay, kommen wir zu den Scheiern. Sehr robuste Tiere, würde ich sagen. Ähm, ich finde sie sehr sensibel, dass die sehr vorsichtig sind. Ähm, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass sie so schreckhaft sind. Äh, ja. Ja, im Ganzen, ja, können die auch schon so ziemlich alles. Ja, ähm, Scheier im Speziellen, genau, du hast ganz recht, das sind sehr, sehr sensible Tiere. Und die werden sehr unterschätzt oder vielleicht eher sogar überschätzt, weil die Leute sehen nur die Größe und dass sie so stark sind. Aber Scheier haben ein sehr, sehr, sehr zartes Gemüt. Das heißt, dass, ähm, die Tiere gerne überritten werden. Ähm, dass man die vollpackt, dass man denkt, dann ist klar, der ist groß, der kann das, der, der schafft das schon. Daran muss ein Scheier aber auch erst gewöhnt werden. Scheier sind Arbeitstiere. Man muss sie daran gewöhnen. Aber Scheier powern sich auch aus, wenn man sie nicht stoppt. Das heißt, die laufen, bis sie umfallen irgendwann. Wie sind Sie? Ähm, und aufgrund ihrer Größe haben die sehr oft das Problem, dass sie einfach umfallen und ihr Herz nicht mehr schlägt. Okay. Wenn sie zu dolle geritten werden. Deswegen, ähm, ist das so, man hat Scheier zum Beispiel auch gerne auch für die Kurzschärbenfahrten genutzt. Eine lange Zeit auf jeden Fall. Ähm, aber dann müssen die daran auch gewöhnt sein, weil die wirklich, die sind jetzt nicht nervös oder sowas, aber sind halt sensibel und die merken, wenn, wenn das nicht so ganz stimmt. Und die merken auch, wenn du mit denen reitest und da ist irgendwo eine Gefahr, dann stoppen die vorher schon. Mhm. Die merken das. Die reiten mit dir ungern oder durch. Aber viele wollen natürlich einfach durchreiten. Aber wenn man das Tier ein bisschen kennt, ähm, zum Beispiel damals bei Coffee, der hatte ja Milch, also seinen Scheier, seinen ersten. Ähm. Und der hatte ja Angst vor allem. Und wenn der wo nicht lang wollte, dann wollte der da nicht lang. Und wenn Tommy da durchgetrieben hätte, dann wäre er komplett durchgegangen. Also man muss ein bisschen das Pferd lesen. Ansonsten, wenn die gut eingeritten sind und sich an den Retter gewöhnt haben, dann sind das tatsächlich sehr starke Tiere, die auch, ähm, sehr, sehr lange laufen können und auch schnell laufen können. Aber die wissen gar nicht, wie groß die sind. Das muss man eben wissen. Okay. Genau. Das heißt, wenn jemand einen Scheier kauft, sagt denen auch. Ne, die sollen jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, also die können nicht noch drei Baumstämme hinter sich herziehen, während man drauf reitet. Das muss man langsam mit denen üben. Mhm. Und stärker aufbauen. Mhm. Was haben wir noch? Aber. Ui, sehr nervöse Pferde. Ja, die können schon relativ weit laufen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, sind, ja, können schon ziemlich schreckhaft sein. Und, ähm, ja, ich würde sie jetzt nicht für die Jagd oder für, ähm, vor die Kutsche nehmen, sondern eher für kleinere Strecken. Ja. Und, ähm, sind auch sehr, sehr sensibel, wenn man drauf sitzt. Also die reagieren sehr schnell und, ähm, sehr sensibel. Und, ähm, ja, können nicht so viel tragen, aufgrund der Körpergröße. Genau. Ähm. Ähm, ähm, Araber sind sehr robuster, als man jetzt erstmal annehmen könnte, aber das auch erst auf einem gewissen Alter. Wenn die noch sehr jung sind, sind die sehr schwer zu handeln. Ähm, und ich würde sie vielleicht gar nicht so sehr nervös, ich weiß nicht, ob es nervös trifft. Aber Shaya sind, ähm, Tiere, die wollen, äh, Araber, meine ich, ja. Ja, die sind so, ähm, ich glaube, das war Melissa, die da weggerüttet ist. Achso, okay. Ähm. Ich glaube, also nicht nervös, sondern die sind so, ähm, so wie als würden die die ganze Zeit laufen wollen. Genau, richtig. Die wollen arbeiten, die ganze Zeit. Und die wollen, dass man mit ihnen auch arbeitet. Ich glaube, Melissa sieht uns nicht. Bitte. Gott, Hilfe. Da steht was. Wir sind da. Ist er wach, warum? Wir sitzen da am Nagerfeuer. Ich bring, bring, Ali ein bisschen was über verschiedene Pferderassen bei. Achso, hab ich gar nicht gesehen. Ja, deswegen bin ich aufgestanden und hab die gerufen. Okay, dann viel Spaß. Was? Okay. Du reitest weiter? Nö, keine Ahnung, was ich mache, ich bin ein bisschen langweilig. Dann komm her. Das hätte ich mit dir sowieso auch gemacht. So, ich hab übrigens den Araber noch geholt. Den weißen? Nee, den schwarzen? Nee, den roten mit den weißen Streifen. Ah, sehr gut. Au. Muss ich nach mir treten. Hallo. Hallo. Hallo, Ali. Ich hab euch gar nicht gesehen. Haben wir gemerkt. Okay. Also genau, Araber sind Tiere, die müssen, ähm, mit denen muss man arbeiten. Die müssen beschäftigt werden. Die wollen was für einen Kopf zu tun haben. Das sind Tiere, denen kannst du ein Parcours aufbauen und kannst sie da durchführen. Dann musst du jeden Tag den neu aufbauen, damit ihnen nicht langweilig wird. Die sind sehr schnell gelangweilt und dann haben sie ganz viele Flausen im Kopf. Und stellen Dinge an. Also ist ein Lissab wie ein Araber? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wenn man es vergleichen will, dann bin ich so ein bisschen wie ein Araber. Oh ja. Immer hin und her und immer was zu tun und immer hüppelig. Ja, das sind Araber. Eigentlich auch keine einfachen Tiere. Natürlich wollen viele Kinder, die haben, weil die eben so schön klein sind. Ähm, aber, ja, die werfen auch gerne mal ab. Und die buckeln auch gerne. Und vor allem treten die gerne in den Städten. Die sind unheimlich schreckhaft, wenn so viele Menschen auf einmal sind. Städte mögen die nicht so gerne. Okay. Morgens sind da auch ein bisschen empfindlicher. Die mögen auch lieber reiten und machen. Obwohl die sehr robust sind. Aber die mögen das auch nicht so gerne in den Städten. Genau. Melissa. Ja. Erzähl mal was über die Ufengaren. Fette, aber treue Tiere. Vor allen Dingen sehr unausdauernd. Ja. Ja, wohl kommt drauf an. Ich habe das Gefühl, die männlichen sind etwas ausdauernder als die weiblichen. Die weiblichen fressen ihnen viel lieber und sind einfach nur voll in der Ecke. Genau. Also die haben sehr, sehr großes Volumen. Die können sehr, die haben sehr langen Arten. Die können sehr lange laufen, wenn sie wollen. Die meisten wollen nicht, weil die auch so schwer sind. Richtig. Die wissen tatsächlich, wie schwer sie sind. Im Gegensatz zu den Scheier. Die Scheier laufen und irgendwann fallen sie um, weil sie sich komplett überrannt haben. Ungaren wissen, dass sie schwer sind und dass sie nicht immer so viel Lust haben. Aber wenn man... Wie große Esel. Ja, wenn man mich nach den... Also fragt, das Erste, was mir anfällt zu einem Ungaren, würde ich auch sagen, treu. Die sind unfassbar treu. Können viel arbeiten, wenn man sie dazu bekommt. Aber die sind mit einem Leckerchen auf jeden Fall immer dazu zu bekommen, dass sie was zu eins machen. Sehr leicht bestechbar. Richtig. Ansonsten sehr robuste Tiere, sehr gesunde Tiere. Und die verzeiht ein Anfänger sehr viel. Was, wir sind bald? Wartet, ich bin sofort wieder da. Hallo? Ja. Ist das alles in Ordnung? Ja, warum? Weil sie hier alleine im Dunkeln durch den Wald laufen, wo Wölfe sind. Auf dem Weg. Ja, aber da kommen ja trotzdem Wölfe. Ich bin ein Reisender. Zervrieren Sie nicht? Ein bisschen. Können Sie sich vielleicht mal aufwärmen und was essen und was trinken? Ich habe Fleisch, falls Sie das wollen, wenn Sie mir dafür was zu essen machen können. Ja, kommen Sie nach Metzzi. Ich kann das auch selbst breiten, aber wir können Ihnen noch was geben. Okay. Und wenn Sie wohin müssen, dann können wir Sie auch bringen. Ich laufe sehr gerne. Aber hier ist gefährlich, vor allem um die Uhrzeit. Bären, Pumas, Wölfe. Vor allem auf dieser Strecke hier. Ja, aber das wusste ich nicht. Wenn Sie da ein Stück weiter gehen, sehen Sie da hinten sind die Kojoten und hinter den Kojoten kommen die Wölfe. Und dann kommt der Puma und zwischendurch ein Bär. Ja gut, der Bär ist meistens auf jeder Seite rechts im Wald. Ja. Ich würde mein Einer geben Ihnen was zu essen und dann können Sie was zu trinken. Und Sie können sich aufwärmen. Was zu trinken habe ich. Okay. Aber aufwärmen. Aber für Essen haben die Taschen, die mir gereicht. Hm, verstehe. Ich kann hier drüber springen oder wir gehen vorne durch. Können Sie mir vielleicht helfen, da rüber zu kommen? Kommen Sie mit, hier vorne ist ein Loch im Zahn. Dann gehen wir lieber da durch. Ich danke Ihnen, dass Sie mich gewarnt haben. Gerne, wie ist Ihr Name, Sir? Otis. Was ist der Otis? Mein Name ist Frieda, mir gehört die Ranch hier. Freut mich, Sie kennen zu Lern, Frieda. Das freut mich auch. Ich heiße Otis. Haben Sie zuvor den aber seinen Bruder, der Bob heißt? Nein. Okay. Aber ich kenne einen Bob. Der hat, also ich kenne ihn nicht, aber ich habe von ihm gehört. Bob aus dem Wald? Nee, wer ist das? Na, das ist den Bob, den wir kennen. Ich heiße nicht, Bob. Gucken Sie mal, da können Sie Ihr Fleisch auf einen Stock spießen und hier am Feuerbraten. Okay. Verbrennen Sie sich bitte nicht die Füße. Ah, das heißt? Ja, oh Gott. Das hat Feuer so an sich, Sir. Ja. Das glaube ich Ihnen. Wenn Sie noch was brauchen, zuerst sagen Sie, wir haben da... Ich habe kein Salz. Dann braten Sie es ohne Salz. Dann Sie auch. Schmeckt zwar nicht so intensiv, aber es ist trotzdem lecker. Ja. Ich habe es sogar schon roh gegessen. Ah. Das ist aber ungesund. Habe ich auch bemerkt. Mussten Sie schnell in den Bosch rein. Lachen Sie sich nicht in den Seeber geben. In mehreren musste ich ja. Das ist wie mit Jack und dem Schild, dass du dir dein Leben lang noch anhören müssen. Okay. Dann darfst du dir dein Leben lang anhören, dass du mich angeschossen hast. Das habe ich nicht. Ja, über dich hier drüber. Das ist nicht mal mit Absicht. Wo warten Sie denn hinreisen? Wie bitte? Wo warten Sie denn hinreisen, Mr. Otis? Durch verschiedene Orte. Zu Fuß? Ja. Haben Sie sich aber was vorgenommen? Also das Ziel wäre ja wahrscheinlich Tambourine gewesen. Oh Gott. Haben Sie kein Pferd oder ein Maultier oder sowas? Ich habe ein Pferd, aber das hört nicht mehr auf mich. Oh. Dann sind Sie in der richtigen Stelle, denn Frieda, die in dem gelben Oberteil, kann Ihnen reiten und den Umgang mit Pferden beibringen. So, dass das Pferd auch auf Sie hört. Ja, ich glaube, wir reiten gleich erst mal zum Stall und gucken, ob der Stallbusch das eingesammelt hat. Das auch. Damit Sie wieder reiten können. Ich glaube, das ist noch unterwegs irgendwo. Ja, dann rufen wir es zum Stall zurück. Da kann der Stallbusch das Tier ausruhen gehen. Aber Sie haben das gleich nicht, danke. Wollen Sie auch mein Fleisch? Nein, danke, wir haben genug. Ich wollte ja nur nett sein. Aber, das ist sehr nett, danke. Aber das Angebot ist hier gleich sehr nett. Und ist nicht jeder so nett wie Sie. Das stimmt. Weiß ich nicht. Und die meisten Leute, denen nicht begegnet sind, sind auch nett zu mir. Oh, in Valentine gibt es nicht so nette Leute. In Rhodes wurde ich auch rausgeworfen. Oh, warum wurden Sie da rausgeworfen? Weil ich mein Pferd gerufen habe. Und dann hat es einmal auf mich gehört und der Sheriff wollte ihm das Bein abhaken. Ja, das sollte man da auch nicht tun. Das wäre nicht so gut auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, ja, lecken Sie mich doch am Arsch und dann wurde ich rausgeworfen. Okay, das würde ich auch nicht gerne machen, weil Sie sind nicht aus der Z10-Latzer-Zeitenfluss gesehen. Ich bin frisch geduscht. Das sieht man zwar. Wann hat es denn das letzte Mal geregnet? Weiß ich gar nicht mehr. Und was waren Sie in Tamil Nadu? Zurücklaufen. Wohin zurücklaufen? An der Anfang. Wo ist denn der Anfang? Annisburg. Und das machen Sie einfach so? Warum gehen Sie da nicht direkt nach Annisburg? Wie bitte? Du zuerst, Frieda. Das machen Sie einfach so oder hat das einen bestimmten Grund? Suchen Sie jemanden oder wollen Sie was verkaufen? Naja, ich weiß ja nicht, was ich für Leute auf den Weg drücke. Ein bisschen Leute kennenlernen. Ich kenne doch nicht so viele. Vielleicht finde ich auch Arbeit oder weiß ich nicht. Was suchen Sie denn für Arbeit? Arbeiter, dass ich über die Runden komme. Da oben gibt es ja viel Tee und viel Fleisch. Also bezahlte Arbeit? Nein, nicht unbedingt. Einfach nur essen und trinken. Und dann darüber im Kopf vielleicht. Oder ein Reibeln. Und bis jetzt bin ich immer auf irgendwo in irgendwelchen abgelegenen Hütten geschlafen, habe ich jetzt. Hm. Meinen Sie, Sie können noch stark arbeiten? Sie sehen ziemlich alt aus. Natürlich kann ich das. Was haben Sie denn mal gearbeitet? Ich war mal Schlachter. Oh, schon der Zweite. Ja, okay. Wie der Zweite? Wir sagen das hin. Oh, wir hatten hier gestern jemanden, Fleischert. Der war so dick, dass sein Esel neben ihm wie ein Babyesel gewirkt hat. Der war sein bester Kündig. Nein, sieh nicht, aber der andere. Und da hätte ich ein bisschen Angst gehabt, dass er uns die Tiere hier schlachtet, damit er genug Essen hat. Ich schlachte keine Tiere. Was haben Sie denn sonst geschlachtet? Ich finde, also, Holz. Ja, genau. Holz. Und Tiere vielleicht, aber das ja... Aber das machen Sie jetzt nicht mehr. Habe ich nicht sehr gern gemacht. Nein. Ich kann Blut nicht so sehen und muss sie überspucken. Dann nennen Sie sich selber Schlachter? Ja, weil ich ja früher war. Dankeschön. Ich bin ja keiner mehr. Ich würde das auch nicht mehr machen. Also sind Sie jetzt Holzfäller? Das habe ich bis jetzt gemacht. Also nachdem ich Schlachter war und nicht gemerkt habe, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also sind Sie Holzfäller, kein Schlachter? Ja, aber das ist ja... Naja, ich bin kein Holzfäller. Ein schlachtender Holzfäller? Na, also... Der schlacht auf das Holz. Ja, genau. Sie haben recht. Eins machen wir. Okay. Machen Sie sich nur lustig über mich. Nein, wir machen uns nicht lustig. Nein, wir lachen mit Ihnen, nicht über Sie. Wir lachen auch immer über uns selbst. Am meisten über Frieda. Oh, ich finde das toll, wenn Leute über mich lachen. Eigentlich am meisten über Melissa. Ich meine, wenn man über mich lacht, dann zauber ich denen ja ein Lächeln ins Gesicht. Genau, das ist eine gute Eigenschaft. Sind Sie eigentlich ein Frühaufsteher oder gehen Sie mal spät schlafen? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Also... Ich bin ein Frühaufsteher und ein Spät schlafen. Also sind Sie schon in den Morgen standen wach? Das meinte ich. Das, was Frieda sagt. Steht Sie früh auf und gehen Sie spät schlafen? Darauf komme ich nicht zurecht gerade. Das ist auch Ellie. Oder sind Sie lieber um die frühe Abendzeit wach? Ja. Nacht ist es auch hinter uns draus, oder? Und ein bisschen noch früher. Oh Gott. Sehr schön. Mach das. Mittags. Mittags, okay. Wieso lachen wir denn jetzt? Ich lache über Ellie's... Früher aufstehen oder spät schlafen. Ich kann davon nicht. Ich kann es nicht mehr. Und ich lache nur über Melissa, weil sie lustig ist. Können Sie gut mit anderen Menschen umgehen, oder mögen Sie Menschen nicht so gerne? Ich habe nichts gegen Menschen. Ich bin ja selber einer. Macht ja gar keinen Sinn. Da haben Sie vollkommen recht. Und mit Tieren können Sie gut umgehen? Oder mögen Tieren? Kommt drauf an, wie Sie das jetzt machen. Naja, was... Wie... Was denken Sie über Pferde zum Beispiel? Ich finde Pferde blöd, sobald sie mich treten. Aber davor behandle ich sie sehr gut. Das ist gut. Ähm, ich habe eine Idee. Ich stelle Ihnen mal ein besonderes Tier vor. Und dann sagen Sie mir, was Sie von dem halten. Oh ja, ich will mitkommen. Ja, alle kommen mit. Kommen Sie mit, das ist nicht weit. Es ist aber nicht um ein Esel. Nein, kommen Sie mit. Viel besser. Pass nur auf, dass du nicht zu früh aufstehst. Mir wurde oft gesagt, zu mir passen ein Esel. Ich weiß gar nicht warum. Ich schlag, ich kann es nicht machen. Esel sind sehr kluge und loyale Tiere. Sie brauchen mich nicht gleich schubsen. Haben Sie eine Waffe dabei? Ein Messer. Okay, lassen Sie das Messer, wo es ist. Es würde nichts passieren, vertrauen Sie uns. Auch wenn Sie uns nicht kennen. Ansonsten bin ich da. Ja, immer aufmündig sein. Ich werfe mich dazwischen. Weil es dir geht nicht wird. Bärbel. Bärbel, guck mal, wir haben Besuch. Das ist Bärbel. Bärbel, komm. Nur nicht über den Zaun, bitte. Über den Zaun. Über den Zaun. Nicht über den Zaun. Nein, nein, nein. Ich will hierbleiben. Nein, nicht über den Zaun. Hallo Bärbel. Den Zaun nicht anfassen, nicht mal nachdenken. Oh Gott. Ein Tschüss. Ja. Ja, oder? Super schön. Ich glaube, er ist umgefallen. Sie brauchen keine Angst haben. Bärbel kommt nicht über den Zaun. Ich mag die Bärbel. Sie mögen sie oder sie mögen sie nicht? Sie sagt nur an nur auf ihrer Sprache. Das hört sich an, wie sie sich wegvollziehen. So hört sich mit langem Angst an. Sie sagt halt, guten Abend. Sie geht es, hast du was zu essen. Na, wir gehen lieber wieder. Wenn sie nicht gehen, dann scheiße ich ihnen den Hof voll. Nein, Bärbel lebt hier schon ganz lange schon, als sie ein kleines Kind war. Und sie passt hier mit auf. Na, Bärbel ist ja. Deswegen darf niemand dabei was tun, ne, Elli? Bärbel. Da hörst du dich mal an, ne? Ja, okay. Das hört sich doch gut an. Was ist das? Bärbel ist ein schöner Name. Ja. Find ich ja. Ich heiße Otis. Ich weiß. Ich heiße Frieda. Wie? Frieda. Frieda. Ja. Toll. Oder? Find ich ja auch. Oh Gott. Hast du... Los. Hast du... Hab ich nicht. Elli? Sie lebt noch. Nein. Also ja. Doch, sie lebt noch. Aber... Sie lebt noch. Alles gut, sie lebt noch. Nur nicht anfassen. Ui. Nicht anfassen. Gut, wir bringen sie jetzt nicht. Oh Gott, das ist nicht mein Hut. Ach so, ich wollte dich umwerfen. Au. Hey, benehmt euch mal. Ihr macht jemandem ja Angst. Das heißt, dass du aushält. Hab ich verdient. Ich muss das mit dem Umschubsen noch üben. Bitte schlagen Sie mich. Nein, besser nicht. Bitte tun Sie mir nichts. Ich geh auch wieder. Nein. Das leichte Verlag ich, glaube ich, irgendwann umzubringen, glaube ich. Wenn es hier zu viel wird, dann schubsen wir uns immer nachgegend rum. Ja, okay. Also, Mr. Otis, ich sag es mal so. Wenn Sie Ihre Wanderung oder Ihre Reise abgeschlossen haben und Sie denken, dass Sie vielleicht ganz gut da drin sind, wir bräuchten noch jemanden fürs Feld, der mit auf dem Feld arbeitet zwischendurch. Oder auch die Stelle sauber macht und sowas. Vielleicht hätten wir noch was für Sie, aber wir können leider nicht viel Geld bezahlen. Im Moment leben wir alle so, dass wir eben hier alle Essen haben und ein Zuhause und Wasser. Hört sich doch gut an. Ja. Nur halten Sie sich immer Fan von Melissa. Sie wissen ja jetzt auch warum. Von Elli. Wer ist das? Jede Dings von mir. Über dem roten Hut. Ah. Mit dem Patronen drin. Ja. Und Melissa recht. Ist gemeingefährlich. Okay. Also, ihr beide. Okay, gut. Würde ich dich jetzt wirken, hättest du direkt auf mich geschossen. Und ja, wir haben auch noch andere Männer hier. Wir sind die einzigen Frauen auf der Ranch. Was habt ihr? Wir haben auch noch andere Männer hier. Aber die sind schon schlafen. Eigentlich habe ich dir das nicht gefragt. Was? Das habe ich mich nicht gefragt. Okay. Das wäre mir egal. Also, ich kann auch mit Männern arbeiten. Das ist gut. Und wer mein Hund? Solange die mich nicht schlagen. Das sind eher die Frauen. Nein, nein, nur wenn sie es wollen. Wie viele denn? Also, wie viele arbeiten hier schon? Ich glaube, so circa zehn. Und dann bauen sie noch Leute fürs Feld. Na ja, wenn sie Arbeit suchen, wir können immer noch eine Helfe in der Hand gebracht. Aber wir können eben kein Gehalt zahlen. Ach, das ist doch... Wir kümmern uns hier oben hauptsächlich um verletzte Tiere, Sir. Und um Pferdezucht. Ja. Wir haben Babypferde hier. Fohlen. Polen. Polen, ja. Babypferde. Fohlen. Fohlen. Okay. Gut, die Begestung ist nicht so groß. Aber wir haben auch... Also, ja, wir haben ein tolles Feld. Und wir bauen... Bauen Kartoffeln und Baumwolle und Mais und sowas an. Okay. Dafür könnten wir noch jemand brauchen, vielleicht. Also, würde ich sagen, wir bringen sie jetzt erst mal runter zum Stall. Dann gucken wir mal, ob sie ihr Pferd wieder bekommen. Können wir mal. Haben sie dann 50 Pens dabei, dass sie dem Stallion geben können zum Widerrufen? Gerade so, aber dann bin ich pleite. Mädels, habt ihr noch was? Ich habe nur 10 Pens einstecken. Ja, ich habe doch. Ich habe 50 Pens. Ich habe das nicht. Wir wurden aber... Ich wurde ausgehauptet, deswegen. Das passiert ja hier oben zum Beispiel nicht. Haben Sie ein Problem mit den Jahren? Wer ist das? Greifen die mich an? Nein. Ich denke doch nicht. Okay. Hier oben greift niemand jemanden an. Wie gesagt, ich hatte 50 Pens. Nicht schlimm, dann können sie die anderen 50 Pens sparen. Oder für was zu essen. Kann man sich davon Kleidung kaufen. 50 Pens wahrscheinlich nicht. Aber wenn sie hier arbeiten wollen, dann kriegen wir das hin. Ich habe ja noch einen Mantel. Oh. Aber ich weiß nicht, wo. Aber das kriegen wir bestimmt hin, wenn sie andere Kleidung wollen. Der ist noch auf meinem Pferd, glaube ich. Das Pferd zumindest nicht. Und dann würde ich sagen, wir bringen sie mal nach Starbiby zum Stall. Sie lassen sich das mal durch den Kopf gehen. Und dann kommen sie morgen noch mal ein bisschen früher vielleicht. Was soll ich den Kopf gehen? Na, ob sie denken, dass sie hier arbeiten wollen oder nicht. Es kann ja sein, dass sie auch noch woanders ankommen. Und dass sie ihnen da viel besser gefällt. Ich finde sie schön, aber wir können ja auch mal schauen. Genau. Na gut, dann gehen wir los. Wir reiten sie. Wir reiten. Ach so. Wir können mit hinten drauf. Ja, ist ein sehr stabiler Stock, Melissa. Das hat dein Mann auch schon festgestellt. Ja, das schon. Darf ich bei dir mit aussteigen? Komm, Mann. Aber nicht schießen. Nein, ich soll auch. Komm, Mann. Moment. Die ist nur auf Wölf und nicht auf dich. Oder auf Bären. Was war das da letztes Mal? Hallo. Ich soll es da nicht aufwiegen wollen. Frieda, Dakota denken, dieses Gespräch können wir machen morgen. Seien ein wenig spät. Wir wollen gehen jagen. Und ich denke, ein kleiner Frieda wollen gehen schlafen. Ja, wir gehen gleich schlafen. Wir bringen noch den Mann hier zum Stall, damit er nicht zu Fuß laufen muss. Wer sei denn das? Mr. Otis. Ihr kennen? Nein. Der ist hier lang gelaufen. Und wir haben ihn hier hochgeholt, damit er nicht in die Wölfe reinläuft. Ist er gelaufen? Er laufen? Ja, sein Pferd ist ihm weggelaufen. Aber vielleicht will er hier arbeiten, mal gucken. Verstehen. Ich kann nicht anders. Ja, sei denn auch in Ordnung, Frieda. Musst du ja nicht sagen, wie ich sage, im Gleichgesicht Rechtfertigung. Ja. Mr. Otis, ihr könnt ruhig herkommen. Es beißt hier niemand. Ich wüsste ein Knurrensch vielleicht. Das ist schön. Ich bin hier für 60, Frieda. Die beißen mich nicht. Ich glaube, er hat euch das Bein an. Okay, dann reden wir morgen in Ruhe. Wir machen diese morgen, hm? Gut. Schlafen gut, kleine Frieda. Ja, ja. Hatten wir auch Erfolg mit Puku? Nein, noch nicht. Wir gucken, wir haben es nach Hause. Ich habe nicht gefunden. Nein. Wir gucken auch mal, wenn wir jetzt im Starry sind. Ja. Dann machen wir so. Dann sehen wir morgen, Frieda. Gehe morgen. Sehen morgen. Fertig steh. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Kommen Sie mit, Herr. Ja. Ja. Rückwärts. Hoch aussichtlich. Hoppa. So, ich gebe Ihnen meinen Arm. Und dann ziehe ich Sie mit drauf. Sie können hinten mit drauf. Ich schaue da jetzt drauf. Ja. Ja. Aber was, wenn das mich tritt? Das tritt Sie nicht. Oder was, wenn das mich beißt? Was weiß ich nicht. Dahinten kann es die sind nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lauf. Das kann sie höchstens ankacken. Aber das hat es gerade schon gemacht. Dann ist die Gefahr gebannt. Machen Sie es einfach wie Ellie. Ich stand doch gar nicht hin und wer. Ich stand doch gar nicht hin und wer. Ich einfach festhalten. Da passiert gar nichts. Ich gebe Ihnen meinen Arm. Vertrauen Sie mir. möchte aber nicht angekackt werden ich habe doch gar nicht aufgeben geben sie sich nehmen sie sich den mut und steigen sie auf ich stehe so weit dran jetzt einmal platz jetzt halten sie sich gut an mir fest okay aber nicht so schnell okay und die uhrzeit sind wir alle ein bisschen albern ich glaube sie ist rossig oder so was die fängt an komische sachen zu sagen ja das ist grenze wenn wölfe kommen müssen wir mal schnell reiten dann halten sie sich einfach gut an mir fest ja ich falle immer runter wenn wölfe oder wir werfen den wölfen endlich zum fressen ich spring dann immer auf stein ich kann ich dich schlagen die sind größer wie ich das weißt oder du kannst aber reinweisen oh ja klar bist du die die mit den wölfen beißt mit den wölfen ich dachte ich soll in einen reinbeißen ja oder so das wird nicht so gesund ausgehen ne das habe ich schon mal versucht war nicht so naja ich schicke die einfach zu melissa warum immer ich was hast du gegen mich was hast du gegen mich ich gebe doch nur zurück was du gibst was gebe ich denn ja immer gegen mich so wenn ihr weiter so macht dann gibt das ein sehr gutes bild ab dann hat ja man bestimmt lust bei uns zu arbeiten ja was bei uns immer witzig ist bei uns ist viel humor ach ist nicht schlimm ich hab bis jetzt gar nichts verstanden die reden immer durch bei melissa kommt man auch echt nicht zu wort der sieht nicht im wald aus wie hat mich das dann gesagt ich geh jetzt zu meinen bären ins haus ok der kriegt nachher noch prügel wenn ein schluss aus dem haus kommt wüsste bescheid ne das hören wir dann nicht melissa hat wieder ihren revolver geholt hier an der ecke müssen sie mal aufpassen hier ist ein puma wo naja hier am fluss wenn er unten am fluss ist also ist der puma hinten mit drauf das wasser hier ich möchte einen anderen halter nein nicht das wasser aber hinter dem wasser lebt oft ein puma und der welche seite naja der kommt auch rüber auf die seite hier da wo ist ein bär sag ich dir mal was ich hab mich so schnell wasser frida hat nach dem haus angeritten aua oh gott frida die ziel mal daran geht's dir gut sir ich wollte nur ein bisschen schneller bringen den puma weil der naja der springt dann auch aufs pferd und nimmt sich das was hinten sitzt toll ach an mir ist doch nicht so viel dran schnell am melissa bitte ach ja so ein bisschen schritt reiten so ja weil mich schnell aufgefuttert hat bist du dran ist dir klar oder ne bis dahin bin ich wieder weg oh das ist echt ungünstig ich muss kurz stehen bleiben oh meine oma okay wir müssen frida verteidigen du willst mich doch nur opfern oh meine oma ich lege mich doch ein extra dahin damit du hinter mir bist und weit von weg vom puma der von da kommt ja weil ich hinter dir bin auch fast ich denke mal du hast den regentanz gemacht wo willst du hin bist du gefressen komm ran nein hör auf zu tanzen du willst dir aufhörigen tanz werden tanz mit oder was ist doch schlimmer das ist doch ne super naturdusche da werden die füße sauber nicht nur die füße mach das mit dem pferd oh wir drehen das mit dem pferd so möchtest du dass ich die schlaufe übergebe ouch äh nein okay ist raus hör ich wieder hallo hallo das ist der regen das ist der regen ja jetzt jetzt ist der rote sauber das ist doch gut wer hat die fliegers seit morgens gespielt ne das war schon ganz allein was für eine fliege ein bisschen eklig ich meinte der regen hat dir raus gespielt ich hab manchmal fliegen beim ohr das kommt von den pferden aber ich bin nicht so sicher und wenn äh frieda lieber sich rausgepolt hat kommt die meistens zu mir ins ohr mhm mhm die arme fliege ja ich hab dich nicht eingeladen das hier rechts ist der der super zum baden aber nicht zu trinken wieso denn nicht nicht schmerzen von elli hat da reingekotzt danke schmerzen habe ich eh genug warum spüre ich gar nicht mehr aber nicht so gut dann sind sie krank und sterben bald dann überlege ich das aber nochmal mit der Arbeit ich bin fit okay auf frieda sterb nicht bald das ist gut aber wenn ich bald sterbe wir können uns keinen bestatter leisten wer schießt sich selber oder du frisst mich ich hab auch schon ein bisschen Hunger muss ich zugeben ja nicht an mir knabbern ich bin sehr zäh ich äh muss erst gucken ob du überhaupt schmeckst ne tu ich nicht sehr salzig ja merke ich brrr brrr bitte nach hinten kotzt nicht nach vorne ne ich kann leider nur nach vorne gucken nein ich rede nicht bei unten merkst du schon was ich möchte das nicht merken bring mich nicht in Versuchung kannst du jetzt einen Zucker drin lassen mhm ich muss das gleich den Sheriff's melden glaube ich mach doch wir haben hier ne wild rumzünglerin was haben wir jetzt was haben sie denn eigentlich für ein Pferd das dauert entweder ein Tennessee oder ein Kentucky Settler haben sie den selber gefangen den hab ich gekauft okay für 11 Dollar hey das ist doch gut hier das war ein guter Preis und nachdem ich 11 Dollar ausgegeben hab wurden wir nochmal 11 Dollar ausgehauen ich glaub ich möchte können wir tauschen nein ich möchte ich kannst du 11 Dollar das ist ziemlich viel wo wurden sie denn ausgeraubt du hast aber große Ohren in Valentine unten am Stall Super Sheriffs wow ich will ja deswegen halte ich auch nix von denen ja einfach nie mehr solch heißen ja das verstehe ich zu mir sind die nie nett nur zu den Frauen und zu den Männern die gut aussehen also ich seh nicht gut aus aber die sind trotzdem zu mir nett okay ich mach das an ja sie sind ja auch ne Frau ja wahrscheinlich ich hab das schon bemerkt das ist so ich will nicht mehr ausgeraubt ich will nicht mehr ausgeraubt das sind die Männer die gut angezogen sind die werden auch in fort ja die wollen ja das Geld in die Stadt kommt deswegen wahrscheinlich und weil die wissen dass ich eine Mensch besitze dann wissen die auch das Geld in die Stadt kommt oder dass sie sich Pferde kaufen können bei uns müssen sie denn Steuern zahlen eine Pacht muss ich zahlen was? eine Pacht führt naja Geld damit damit ich die Ranch bezahle eine was? das nennt sich Pacht das heißt dass ich solange ich bezahle darf gehört die Ranch mir oh Gott oh je wo war ja ja alles gut? ja das war nicht mit Absicht okay das Pferd war so rutschig okay ich merk schon sie sind ein super Reiter ich geb übrigens auch Reiter für mich da leuchtet schon umsonst ey jetzt ist es aber pui aus ich würd sagen bei ihm drücken wir mal ein Auge zu ja weil mein Pferd hört gar nicht auf mich das mag Bäume und hier sind ziemlich viele deswegen reite ich nicht so gerne im Wald verstehe vielleicht müssen wir mehr mit ihm reden ja im Arme wollen wir ganz gerne ich streichel den auch und ich putz den und trotzdem mag es ja nichts ich putz den überall 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 ja ich weiß nicht mehr was ich da zu sagen auch unterm unterm Schweifeister glaube ich ich glaub da mögen die das nicht so gerne wenn man sie putzt da einfach nur mit ein bisschen Wasser abspülen ja das ist ja putzen okay ich dachte wir gehen da mit der Bürste hin dann würde ich sagen nein 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 okay da geh ich dann in den Fluss oder so rein ja das ist gut aber dann kümmern sie sich doch gut wir haben wartet los ab ich könnte ich mal eine Minute auf dem Pferd zu ziehen und dann hast du das von außen dann fahre ich runter ja guck mir das mal an wenn sie erfährt wenn es jetzt hier ist vielleicht haben wir ja Glück schönes Stall ja so dann gucken wir mal ja bis nix zu den Sichtungen ja brave Melissa ganz liebe Ellie ich wollte dein Pferd loben aber ich komm nicht ran also lobe ich dich doch lieber Frida ich möchte eine Beschwerde einreichen Banhardt komm her ja wie heißt das Pferd dann ich bin's ich bin's ich bin's das ist Arbeit für dich Schüter mhm wenn wenn schmerzen am Rücken deswegen ja immer abwirft dann hat ganz ruhig ich bin's mhm 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 das müssen wir nicht wir kriegen das wieder hin wir kriegen das wieder hin hallo na ah wo ist das Bruch okay mhm 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 ja mhm klar wenn bei mir ja klar kommen sie mal her ich zeig ihnen was mhm 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 auf der seite 1 linkedin das ruhte doch ja genau ja ist nicht von mir mhm würden sie mir mal einen gefallen tun ja setzen sie sich mal hin und strecken die beide mal ganz breit aus auf dem pferd sondern muyukt wieso das denn wegen der vermutung habe dass sich die wunderab n Machen Sie mal, bitte. Ich glaube, ich weiß das Problem. Jetzt bin ich gespannt. Das reicht schon. Das ist auch in Ordnung. Ja. Ellie, komm mal runter. Guck es dir mal an. Wer? Guck dir mal den Rücken vom Pferd an und guck mal hier drunter. Und sag mal, ob dir was auffällt. Also am Rücken vom Pferd ist rot. Ich fühle mich gerade beobachtet. Was haben Sie? Nein, warte, bevor du die Frage stellst, wir stellen sie anders. Melissa, was siehst du denn? Stehen Sie nochmal auf, Sir, und ich sag Ihnen, was das Problem ist. So. Diese Hose, die Sie anhaben. Die hatte mal, oder hat, zwei Träger. Einer davon hat einen Knopf. Den sehen wir. Der ist da. Und der hält Ihre Hose oben. Ja. Der andere Träger hängt hier unten. Ja. Und der Knopf, der ist in Ihrer Hose drin, da der Träger in die Hose reingeht und ist genau da unten an Ihrem Pipi-Mann. Stimmt noch gar nicht. Ach, lassen Sie mal rein. Na. Wo rein? Nein, holen Sie mal den Träger raus. Das geht nicht, der hängt doch hier. Ja, der hängt da unten fest und der Knopf reibt auf dem Rücken vom Pferd und deswegen tut sie ihm weh. Wieso lachen die mich denn schon wieder aus? Ich glaube, die lachen mal nicht aus. Sie lachen über sich selbst. Lachen die mich auch beim Farmen aus? Nein. Nein, ich lache nur über Melissa. Aber sie könnten mal versuchen, die Hose auszuziehen und sich dann draufzusetzen. Dann habe ich ja gar nichts. Ach, warten Sie, meine Jacke ist da ja drauf. Ja. Vielleicht mal. Bernhard. Aber ganz langsam draufsetzen. Und das tut noch weh beim Pferd. Rückt sie raus, die Jacke. Wo ist sie? Hey. Hier. Perfekt, Bernhard. Sieht doch schon viel besser aus. Genau. Und jetzt können Sie vielleicht mal die Hose noch kurz ausziehen. Wir sollen es ja nur mal probieren, ob es dann besser geht. Wir drehen uns auch um. Ich kann nicht. Na, das ist doch egal. Ja, Sie haben hoffentlich eine Unterhose an. Ich stehe zu dem, was ich habe. Ich will es aber nicht sehen, Sir. Ich habe doch nicht Unterhose an. Sehr gut. So, und jetzt steigen Sie nochmal langsam auf. Und versuchen Sie nicht auf die rote Stelle zu gehen direkt. Also auf die rote Stelle jetzt. Nein, nicht auf die rote Stelle, nicht auf die... Oh Gott. Nicht auf die rote Stelle. Nicht auf die rote Stelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Pferd ist bewusst. Ja, so ist gut. Ja, so ist besser. Ein bisschen weiter hinten sitzen. So ist gut, Benat. Oh Gott. Oh, Kacke. Ich will nicht getrennt werden. Schon gut, schon gut, schon gut. Oh, ruhig. Schon gut. Wie fängt das hin? Also, Mr. Otis, Sie kommen morgen mit Bernat nochmal zu uns. Und dann mache ich ihm Salbe drauf. Und lege ihm mal ein bisschen Kräuterfasse drauf, damit das schneller abheilt. Und ich denke, wenn das wieder abgeheilt ist, dann können Sie ihn auch wieder reiten. Aber das tut ihm sehr weh. Und danach bringe ich Ihnen vielleicht ein bisschen Reiten bei, damit das besser klappt in Zukunft. Ich kann reiten. Das glaube ich Ihnen. Aber Sie sollten ihn nicht reiten, wenn er einen weinen Rücken hat. Also, Sie können sich weiter nach hinten setzen. Dann tut es ihm nicht so weh. Stellen Sie vor, Sie haben eine Wunde unter Ihren Füßen. Dann können Sie auch kaum noch laufen. Ach, das habe ich mir angewöhnt. Falsche Stelle. Aber ihm tut es weh. Und der will sich nicht daran gewöhnen. Bernat gewöhnt dich daran. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Guck jetzt nicht darüber. Guck auf mich. Ich glaube, eigentlich mag er sie. Er guckt mich ja nicht mal an. Doch, er guckt sie ziemlich an. Aber er sagt sowas wie, bitte, gucken Sie mal in seine Augen. Er weint ja fast. Der weint doch nicht. Doch. Der macht sich doch witzig über mich. Nee. Der hat kein Nein gesagt. Der hat gesagt Nein. Das ist bestimmt nur Erdbeersaft oder so auf seinem Rücken. Aber woher haben Sie Erdbeersaft? Von einer Erdbeere. Sehen Sie, wenn er sie nicht mögen würde, durften Sie ihn auch noch nicht mal streicheln. Du, der hat mir schon das eine oder andere Mal gegen den Kopf getreten. Ich empfehle mir ein paar Zähne. Gucken Sie mal. Oh ja, stimmt. Naja, aber 14 reichen ja auch eigentlich zum Essen. Ja. Die anderen zwei, die sind hab ich halt verschluckt. Genau. Das ist nicht schlimm. Das kommt ja irgendwann wieder raus. Also, Sie wissen jetzt, was das Problem ist, Mr. Otis. Seien Sie vorsichtig. Oh Gott. Oh. Ein sehr wildes Fältchen. Ja. Mit vielen Schmerzen. Mhm. Aber das kriegen wir hin. Wir kriegen ihn ein bisschen zahmer und wir kriegen hin, dass Sie besser reiten und dann machen, wir kümmern uns morgen um die Wunde, dass es Ihnen besser geht. Okay. Okay. Dann sollten Sie sich jetzt hier vielleicht einen Nachtlager suchen. Dann sollen wir wieder zurücknehmen und Sie schlafen bei uns irgendwo. Ein was? Ein Nachtlager. Irgendwo, wo Sie schlafen können, wo es vielleicht auch trocken ist. Und warm. Soll ich nicht weiterlaufen? Ich weiß ja nicht. Sie können weiterlaufen, aber das wird Sie vielleicht Ihr Leben kosten. Wieso darfst du denn schon wieder? Naja, weil es dunkel ist und es regnet und dann kommen die Wölfe. Ja, dann komm ich halt wieder mit. Ich bin noch dreckig so. Okay, dann nehmen wir Sie wieder mit zurück. Dann können Sie am Stall schlafen. Kommen Sie mit. Mach mich gut sauber. Okay. Sauber. Das ist wieder auch dreckig. Ja, jetzt. Schönenrücken. Melissa, willst du auch mal? Nein, möchtest du? Am Stall vielleicht. Was denkst du, Basira? Möchte Ellie auch in den Matsch? Oh ja, ich will. Ich glaube, die warten, dass wir auch in den Matsch gehen. Wir haben sie nicht, wir reichen da zurück. Wir haben sie nicht zuerst. Ja. Lieber Gott, ist gar nichts gut da hinten? Ich darf einen neuen Zauern kaufen. Aber ziehen Sie vorher das Ding da ein bisschen hoch, damit das nicht meinem Pferd hier wehtut. Ich will jetzt wieder die große ausziehen. Nein, nein, das ist schon okay, aber... Bitte nicht. Nur, dass der Knopf nicht direkt da unten ist. Der ist doch schon lange wieder draußen. Okay, gut. Oh Gott. Also ich muss sagen, Sie haben wirklich nicht viel Körperbeherrschung, Sir. Ich freu's! Wirklich nicht viel Körperbeherrschung, daran müssen wir arbeiten. Doch, hab ich. Wenn Sie auf dem Wetterbad müssen, müssen Sie ein starker Mann sein. Ich bin stark. Das sieht im Moment aus, als wären Sie sowas wie eine Würstenschlange. Ich schläge mich auch gerne. Oh, dann. Aber Sie müssen mich halt aggressiv machen, bevor ich das mache. Was macht Sie denn aggressiv? Weiß ich doch nicht. Müssen Sie mich aggressiv machen. Ich will Sie... Und dann, dann werde ich wütend. Dann schlage ich Sie. Ich will Sie nicht aggressiv machen. Und es wäre gut, wenn Sie... Wenn Sie nur schlagen, also wir schlagen nur aus Spaß. Außer jemand greift Bärbel an. Ich schlage keine Frau. Warum nicht? Ich denke mir, die kann sich nicht wehren. Doch. Sehen Sie. Aber wenn mich eine Frau schlägt, dann stecke ich ein. Ich finde das nicht angemessen. Also wenn ich Sie zum Prügeln herausfordere, dann kann ich Sie... Und Männer schlage ich auch nicht so. Verstehe. Sie müssen ja sich auch nicht schlagen. Melissa schießt einfach. Nehmen Sie sich kein Beispiel. Ich fessel die Leute immer, dann hänge ich die im Wasserfall runter. Ich bin froh, dass ich gerade... Das kann man nicht ganz so oft aus Spaß machen, jedenfalls. Doch, doch. Die kannst du wieder hochziehen. Oh. Ich habe ja Muckis. Verstehe. Wäre schön, wenn Sie das bei uns nicht machen würden. Nein. Ich bin froh, dass ich nicht so viel mehr schlägt habe. Ich bin froh. Bitte nach dir, lieben alle, die schlafen gehen. Ne, du siehst da viel besser drin aus. Wie alt sind Sie, Mr. Otis? Das kann ich anfassen, auch nicht. Kleines Hühnchen. Das war voll der Bär. Den könnten wir auch bei Mark reinlegen. Der würde nicht merken, dass es nicht mehr nur Salz ist. Und bei Ray. Ihr könnt... Passt auf, wonach ihr mittags oder morgens zum Frühstück greift. Es könnte vielleicht kein Stück Fleisch sein. Ich bin eh nie wach, wenn du wach bist. Wir haben Pisserlinks einen Topf. Ihr esst jetzt aber keine Menschen. Nein. Warum? Melissa, nur morgens. Das habe ich gar nicht so verstanden. Nein, er ist auch keine Menschen. Vielleicht erwischtest du dich dann, wenn du am nächsten Mal mit rechnest. Ich treffe dich nie morgens an. Also wird das in Zukunft gar nicht passieren. Sag niemals nie. Ich weiß, dass das niemals so wird. Das sind ja alles Geschichten und Erzählungen über dich. So alles, was mich erzählt und wird... Ja, nur dass du morgens ein Bär bist. Und mittags ein Bär. Ja, aber du bist in den ganzen Tagen eine kleine Schlange. Und nachts schläfst du wie ein Bär. Hat Maik erzählt. Maik erzählt vieles, wenn er lange ist. Damit musst du ja leben. Hast du, du möchtest mir doch mal baden gehen? Oh ja. Nein, wir raten jetzt zurück. Es ist kalt. Ach, Frieda, das war doch lustig. Ja, da war es aber auch warm. Und die Sonne hat geschienen. Das stimmt. Vielleicht würde Magdira auch mal baden gehen. Die guckt schon so dahin. Ja, ne? Deswegen. Schwendern, ui. Also, was da ist, ich schlafe schon mal und sie reiten weiter, ja? Was? Wir machen das schon. Ich reite. Ich kann doch hier gar nicht. Ich komme doch hier gar nicht dran verbreiten. Oh, Vorsicht, ich steige. Oh, oh, ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, hast du eine Brücke. Hast du eine Brücke? Ich komme da doch gar nicht durch. Oh, nicht schon mal, oh. Oh Gott, ich schlafe sie. Oh Gott, das Pferd, das wurde aggressiv. Ja. Hier, und mein Papier. Oh. Stopp, ich so schnell. Die schneicht aber auch wie eine große. Die schneicht immer. Die schneicht immer richtig laut. Wieso schlägt die denn jetzt an oder so schnell? Das ist spannend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Entschuldigung, ich bin kurz eingeschlafen. Ich war müde. Hat man gar nicht gehört. Kommen Sie wieder hoch. Vielleicht sollten Sie hinten draufsetzen, wenn Sie sich mal haben. Schlafen. Ja. Aber während dem Retten kann man so schlecht wechseln. Ich kann noch nicht, ich kann noch nicht laden. Ich komme noch gar nicht nach da vorne. Wovor wollen Sie denn hin? Sie hängen doch nur mit den Beinen und nicht mit dem Zügel. Klar brauche ich die Zügel. Ich bin echt braun, ne? Nein. Entschuldigung. Ich kack nicht auf mein Pferd, bitte. Ach, nur Ihre Beine. Elli. Behalts drin. Elli. Jetzt kriegen Sie einen schönen, warmen Schlafplatz. Was machen Sie denn da? Und uns beiden mit dem Reiten funktioniert nicht ganz sofort, was? Was? Was, wenn Melissa mit Reiten ist noch viel schlimmer? Nein, das ist das Pferd. Natürlich. Also das Pferd ist eigentlich ziemlich nett. Ja, aber das ist glatt. Vor allem regnet es auch noch. Dann brauchen Sie eine Lederhose, da rutschen Sie nicht. Sie gibt ja Fleiß. Ich würde ja gerne schneller reiten, aber dann fallen Sie runter. Ja, aber dann, wenn Sie schneller reiten, dann muss ich Sie ja richtig knüpfen. Ja, Sie können sich richtig dolle festhalten. Ja. Okay. Versuchen Sie es. Richtig doll festhalten. Ja, mach ich. Tut das nicht weh? Nein. Einfach mit dem Popo ein bisschen mitgehen, dann tut das auch am Popo nicht weh. Also das tut gerade gar nicht am Popo weh. Ja, ich will gar nicht wissen, was weh tut, ehrlich gesagt. Wie? Mir tut es gar nicht weh. Das ist gut. Wenn Sie dann haben, haben Sie eine gute Erfahrung gemacht. Also ein bisschen, aber. Kann man ganz gut aushalten, oder? Ja. Ja. Siehste, ist egal, ob ich sterbe. Ich warte nicht mal. Ich glaube, wenn man das hat sich im Fluss ertränkt. Ja, wollte ich, aber sie treibt halt oben. Ich bin doch so leicht. Also sind zehn Leute auf der Ranch. Ja. Meistens mehr, weil immer mal jemand kommt und was will. Aber manchmal auch weniger, weil viele unterwegs sind. Aber ja, insgesamt sind wir zehn. Aber das ist schon was. Mhm. Ja. Und alle sind sehr nett. So, jetzt fangen wir den guten in den Tal. So, dann kommen sie runter. Buh. Sehr gut. Buh. Da war noch. Vorsicht, nicht zu nah, da sind geirrt, die konflikt werden. Bei mir heißen Kühe immer Bär da. Aber ich gehe jetzt in meinen Bärenschlaf verfallen. Ja, reit mich doch nochmal um. Reit mich nochmal um. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht, Schlafgut. Bis morgen und bändige mal Ellie ein bisschen. Ich muss nicht gebändigt werden. Ja, doch. So muss gebändigt werden. Ich zeige Ihnen, wo Sie schlafen können, wenn Sie wollen. Ja. Hier sollte man das Pferd wegnehmen. Hm. Da oben? Ja, wir machen unten das Feuer in der Schmiede an. Dann ist sie Ihnen warm heute Nacht. Ach, ich bin das gewöhnt. Ja, aber es sollte Ihnen ja auch gut gehen, wenn Sie hier schlafen. So, ich drücke nochmal ein bisschen den Blasebalg. Jetzt müsste es eigentlich halten, lieber Nacht. So, jetzt kommen Sie am besten hier raus. War das nicht der falsche? Nein, das war der richtige. Der richtige ist doch hier. Hm, hm. Das ist nur der große. Das ist, wenn man ein großes Schmiedefeuer machen will. Der kleine ist nur zum Anheizen. Oh Gott. Na, jetzt hier rum. Oh Gott. Sehr gut. So, wir können entweder hier oder hier schlafen. Normalerweise ist das da hinten mein Schlafplatz. Aber ich schlafe nach unten zu mir. Dann schlafen Sie da. Okay. Ich schlafe auf der Seite. Gut. Dann weiß ich... Weit weg von Ihnen, dass Sie sich nicht bedrängt fühlen. Ich fühle mich nicht bedrängt. Aber ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, wenn Sie wollen. Und auf der Seite hier. Ja, hier ist auch gut. Ja. Oder hier auf der anderen Seite. Aber da liegt nicht so viel Heu. Stimmt, ich komme wieder rüber. Oh Gott, oh Gott. Das sollte man vielleicht nicht mehr tun in Ihrem Alter, Sir. Ist Ihnen gut? So alt bin ich nicht. Okay, schlafen Sie gut, Mr. Otis. Ja, ich lebe mich da hinten doch in die Öcke. Okay. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber ich bin doch gar nicht müde. Sie müssen ja nicht schlafen. Ich wollte Ihnen ja nur zeigen. Ach so. Ja. Ich schlafe schon mal jetzt. Aber dann gehe ich auslaufen. Dann ist es wieder. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Tensai, vielen, vielen Dank für die 200 Bits. Dankeschön. Sehr schön. So. Warum haben wir mal abends diese lustigen Irren, die hier rumrennen. Es sind die lustigen Irren. Ja, schön. Ja, sugar. Wie es��ft. Was, wenn ich mal daneben,